einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen wieder zu dem baufilm 24 werkzeug news live stream wie auch immer und heute geht es um das thema die dunkle wahrheit hinterletzt bastel und da haben wir uns ein insider eingeladen als studiogast der uns vielleicht zu dem thema ein bisschen mehr erzählen kann herzlichen glückwunsch und herzlich willkommen klaus klaus dieter die wahrheit hinter mir ich habe mich umgedreht ich habe sie nicht gesehen und wann kommt der gast der passiert ist es war eigentlich um 19 uhr an gedacht dass mich übrigens ja also ich habe zu ihm um viertel vorgesagt das mal online gehen ich habe gesagt lass erst mal suche machen weil ich wusste noch mal ein schöner schlaf unter dem sauerstoff zelt machen ja willkommen leute der sauerstoff alle ich bin wie gesagt gesundheitlich etwas angeschlagen ihr dürftet euch also nicht wundern über gelegentlich husten attacken oder schwäche anfälle meinerseits du bist kerngesund fit wie ein turnschuh noch motiviert bis in die haarspitzen ein bisschen schiss dass ich danach doch auch danach husten bekommen so muss ich gestehen nein ich bin ja absolut negativ durch mit allem also safer geht es nicht mit einem der jetzt quasi sagt dass ich habe mir auch sagen lassen eigentlich sollte das erste mal sechs monate ruhig sein aber long cobit kann ich empfehlen hat viel spaß dabei man erlebt sich auch wieder so dein körper so und du wertschätzt auch wieder das leben davor als als du noch treppen hochgekommen bist als du zum beispiel das moped ankicken konntest ohne umzukippen anschließend erschöpfung aber das thema ist ja die wahrheit inselis bastel die dunkle wahl hinterletz bastel und ob es nur um klicks und kohle geht ein etwas provokanter titel den ich gewählt habe die kann sozusagen die kann ein prozent hat hier bekannt genau aber wir haben einen tatsächlichen anlass ein bisschen darüber zu quatschen und leider sehr leise ja wir haben heute da übrigens falls ihr das seht und wir gucken immer so rüber und ihr denkt euch was ist das also hier ist ein monitor da sehen wir eure kommentare in groß ja nicht dass man denkt wo gucken die denn immerhin was ist da interessant ist gar nichts eure kommentare sind das interessante truppe wird mit seinem boot vorfahren kommen schreibt bitte noch was über meine langen haare wenn ich wieder zum friseur gehe dann ist der elefant auch aus dem raum ja weil das thema ist das auch so ein thema dass leute und also meine frisur ist ein unglaubliches thema in der community habe ich das gefällt mir noch nie ja ich verstehe es auch nicht ist mein bier wie ich meine haare habe aber anscheinend ist das ist das unfassbar für manche wie man nicht zum friseur gehen kann ja du lachst aber das ist das ist ein ultra thema für leute das ist das ist für die ist das ich dachte da steht sebastian vettel das ist das ist genau das leute so mein gott was er auch mein gott das ist aber ich meine ich mache es ja nicht weil ich heiße ich finde also ich habe ja dominik rieker falls du das siehst ja er hat es nicht durchgehalten jetzt hast du dein haar schon lange gehabt in der jugend noch nie ich glaube ich würde mir nicht stehen und ich fände es auch unbequem also unpraktisch ist es ist es in der in der länge ist es auch wenn ich da hinten so binden kann ab dann wird es wieder interessant aber jetzt ist halt das ist halt nervig also wenn ich jetzt nichts macht dann hängen sie mir dauernd ins gesicht und das geht mir voll auf die ich habe so eine klammer drin aber ich habe mich für extra für deinen stream habe ich mich extra hier schau hier forest patrol habe ich mich extra extra schick gemacht also es könnte natürlich schon ein bisschen schicker es sieht es gibt ja auch so die herren in den best ager jahren die dann grau werden ja oder schon komplett grau sind ja und näher aber gibt viele die dann auf einmal bad und dann lassen sich die haare länger wachsen also ich habe mir wie bald ist arini und sowas besser so der style meine motivation war ich zu denken so okay es gibt so vielen vielen männern fallen die haare halt ab 30 die kriegen also den kranz und so ein bisschen mehr die geheimratsecke und ich denke ich bin schon gut über 40 und ich habe volles haar warum lasse ich die nicht wachsen ich meine mein vater hat auch noch volles haar und er ist schon weit über 60 wahrscheinlich schon 70 80 lassen oder oder 80 oder 90 oder irgendwie so und er auch noch volle haare also dann denke ich mir kommen dann lass mal einmal im legen die haare lang wachsen ist ich finde es doch weil kurze haare haben sie alle hier mit dem kämpft er wie sydney sydney von five star performance ja und er ist auch der ist ja auch richtig mal krass grau geworden also schon vor langer zeit mehr und er hat ja auch richtige matte aber ja stimmt wenn man richtige matte hätte zum beispiel motorrad fahren ich habe ja so relativ kurz und dann gilt wenn ich motorradhelm auf habe und die sind zu lang dann setze ich in einer stunde ab und sie ist aus wie das wird nicht das war tatsächlich bei dem video mit jens cook als wir in marokko gefahren sind mit den enduros weil da bin ich ja morgens aufgestanden geduscht und dann habe ich gedacht okay wir müssen sofort los wenn ich jetzt mir die haare noch gehen müssen wir erst mal trocknen eine stunde weil sonst die haare gilt na wenn du die haare wir sind leute wir sind voll im thema hier übrigens auch der disclaimer dieser live stream ist wie immer gesponsert von friseurshop 24.de mit den neuesten haarprodukten die ich drin habe da ist ja hier eine neue kohle weiter es geht nur um kohle ich sag es doch im titel schon aber das thema ist dieser live stream ist wie immer völlig völlig unstrukturiert hat keinen sinn kein verstand und wir haben keinen themenplan und kein skript das heißt da ich luxe extra wussten wir morgen da bin ich nicht so krass doch deine haare andre was hier noch mal andre wirklich wachse ach so war oder meine dann wachsmasche steht wachse ja aber das läuft das auch noch auf diesen kommentar auf das möchte ich heute nicht eingehen das zeige ich dir gleich auf das möchte ich heute nicht eingehen okay auf dieses thema ja okay alles klar ich habe ich habe nichts gesehen und nichts gelesen ich möchte auch ja dass ihr das seht der kommentar von hier also ich muss dass ihr das seht dass ihr auf das thema möchte ich nicht eingehen auf das thema okay das thema lassen wir weg gut so schon mal hier von bm 1 das 601 hier achtung wieder wilde live stream voraus ja wir gucken mal was passiert also ich bin selber gespannt ich denke wir haben viel zu reden hier steht also ich beim andre kann ich sie mal gar nicht packen was hier an werkzeug rum steht also mein an mein auge können die hier wahrscheinlich in dem das ist was es ist so geil einfach so für jemanden der werkzeug wie ich wirklich feiert und liebt in jeder ecke ist das ist also das ist ein baumarkt ist nichts dagegen weil im baumarkt findest du so erhalts werkzeug ist nicht unbedingt die geilsten sind aber hier ist halt wirklich so die creme de la creme der werkzeuge das heißt das ist so weißt du noch wo wir den sterren winkel wo wir überlegt haben ob der echt ist das war aber nicht in der sendung dass man das war bei dir aber er ist echt klar aber wie die ewig und das da habe ich auch noch dran bei dem keller das war das war wild ja die frage ist ja auch wen haben wir heute im hintergrund und warum haben wir heute unseren ehrengast im goldenen rahmen im hintergrund da haben wir uns auch viele gedanken gemacht um dem thema oder unserem gast so ein bisschen thematisch zu begleiten guck mal ich bin auch rhetorisch nicht so ich bin auch sehr rhetorisch ich bin echt nicht fit ne ich merke das immer aber was willst du machen dann mache ich jetzt aber im prinzip ist das ja auch schön guck mal ich habe jetzt die möglichkeit es gibt ja zum beispiel diese diese bodysuits die ich dann so fühlen und gehen lassen wie als wenn du 80 bist damit du das mal erfährst schon mal gehört ja ja und ich bin jetzt quasi geistig und von der fitness mental überhaupt schon mal so auf 85 gefühlt und kann das jetzt schon mal durch machen ist eigentlich prima eigentlich prima das heißt ich mache jetzt mit 40 schon mal den live stream wie 80 mit 40 werden ist das noch mal 40 41 irgendwas um den dreh ah ja so wie alt bist du eigentlich das bist du für ein jahrgang ein guter jahrgang ich bin 79 das gleiche wie ich ja und was was machen wir wir erst mal nüßchen essen nüsse sponsor block kommt später weil es geht es die nüsse trotzdem es geht nur um kohle ich habe mir überlegt wir müssen noch mal jetzt quasi die ganze dunkle wahrheit hinter dem system netz bastel zum vorschein bringen und weil das wollen ja die leute lasst ihr die leute mal fragen stellen was sie wissen wollen weil das ist ja der warum warum ist der ton so leise komisch wir müssen jetzt machen eine abstimmung bitte das ist besser eine abstimmung weil dann sieht man gleich wenn es bei zehn zu leise ist dann ist es nicht so schön dann ist es halt so aber wenn es bei 90 rw ton ist gut und ist gut also ist es komisch dass es öfter weil wir haben ja auch nichts geändert naja gut aber es kommt eins aber man weiß halt nicht wie viel zwei kommen würden deswegen würde ich ja mal eine abstimmung machen dass man dann sieht was ist also wie du doch auch mal raus mit dem handy guck mal ob du es ich meine sonst können wir den ton noch höher ziehen fängst du schon wieder an hier guck mal hier aber das ist es mir die frage ist ja soll ich noch mal erklären wie wir uns kennengelernt haben das haben wir noch nie so mach halt klar hau rein hau rin jung genau das war so eine zeit da hatte der truppe um die 15.000 abonnenten das glaubt jetzt zum beispiel keiner weil man denkt immer der große hatte immer schon das ist von nix kommt nix da hatte der kleine michael hatte 15.000 abonnenten und ich habe damals für einen kunden jemand gesucht der so quasi video tutorials moderiert und dann habe ich so geguckt was es so in der youtube welt gibt und bin auf nicht gestoßen dann habe ich dich angefragt du warst grundsätzlich interessiert allerdings der kunde nicht mehr was da will ich jetzt nicht sagen man muss allerdings dazu sagen es ist es sogar noch es lag nicht an der an weiß ich nicht mehr es es lag nicht an dir sondern das projekt wurde überhaupt gar nicht realisiert man kann auch an mir gelegen haben ich nein 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 weil ich versuche ja die kunden weg vom klassischen image film auf ein frisches format zu bringen auch was ich beispielsweise du hast irgendwie ein großes unternehmen die machen image film feiern sich da selber das guckt kein schwein es guckt einfach ich weiß nicht ihr könnt ihr ja mal sehen aber sagen auch im chat aber wenn ihr jetzt irgendwie unternehmen habt kommt ihr auf die idee ich gebe mal bei youtube bei was weiß ich tüssen oder irgendwas und guck mir ein image film guck mir ein image film an in der regel nicht und wenn du das teilweise siehst wie beschämt die abrufzahlen sind dann sag ich mir immer okay es mag einen sinn haben wenn du irgendwie eine audience hast eine zuschauer schafft wo du es vielleicht in der präsentation zeigst oder so ein bisschen image zu machen aber für reichweite naja auf jeden fall wurde es da dann ein image film und nichts moderiertes spannendes ok und aber wir warten dann irgendwie den kontakt und du hast ja mit youtube relativ angefangen relativ früh ich glaube du warst du warst schon glaube ich ein dreiviertel jahr oder so dabei halbes jahr dreiviertel jahr weil du hattest damals nicht entschieden vollzeit youtube zu machen hat ist glaube ich auch irgendwie so ein förderprogramm oder sowas und hat es dir wirklich ganz stringent eine timeline das weiß ich noch du hattest in deiner alten bude so so visualisierte deadlines und milestones doch du hast da geschrieben bis dahin dann hat doch das ok doch du hast du hast du hast du hast irgendwie jetzt im detail weiß ich aber du hast irgendwie geschrieben dann und dann den stichtag möchte ich zumindest das verdienen was ich früher für den sticht genau der sticht der sticht hat der sticht hat genau aber der sticht war ja auch dann quasi monetär so dass du halt eine grundlage hast und das weitermachen kannst genau so aber du hattest kein netz und doppelten boden das weiß ich noch du hast wirklich gesagt wenn das nicht klappt das muss klappen was mir klappen ja gut also doppelter boden sagen wir mal ganz ehrlich als in deutschland fällt man weich wenn man heutzutage einen job hat und arbeitslos ist dann hast du immer noch ein pulli an du kannst dir noch essen leisten du bist jetzt nicht wie in anderen ländern total am arsch also das war mein sicherheitsnetz war deutschland aber du hast schon recht es war grundsätzlich war es ich wusste jetzt gilt jetzt musst du alles machen was losgeht ja es gibt ja viele youtuber die vielleicht so mal gucken wie einen job haben vielleicht irgendwie denkt macht keinen spaß der job fühlt sich nicht aus und da suche ich mir ein hobby und ich glaube ich habe den eindruck dass viele somit auch anfangen dann irgendwie videos machen über ihr hobby und dann kommt findet das anklang und dann kommt natürlich dieser turn around dieser youtuber life cycle auf einmal nach einem halben jahr wo jetzt musst du aber produzieren und und das ist ja doch zeitaufwendig was unterschätzen ja viele klar und dann ist es ja ein leichtes zu sagen auch ich lasse das jetzt doch oder ich mache jetzt doch ein video alle zwei monate reicht mir jetzt weil ich habe ja noch meinen hauptjob so aber du hattest keinen hauptjob und dann bist du natürlich komplett ernsthaft dabei und 100 prozent und du hast ja auch 150 prozent du hast ja auch sieben tage die woche am anfang hast du gearbeitet du hast ich kann denn da kann ich erinnern du hattest glaube ich auch nach täglich und du hattest ja auch vorher schon so ein paar versuche immer gemacht ich habe mal irgendwie video gesehen auf englisch auf englisch das habe ich auch übrigens sucht im englisch ja obwohl ich jetzt dafür dass du nicht in england oder in usa gelebt hast oder so fand ich gar nicht schlecht dass ich verstehe englisch zu 99 sind zu 95 prozent aber mein mein also ich benutze die sprache nicht oft also ich könnte ich habe auch normale unterhaltung geführt über schon fachthemen also jetzt nicht nur irgendwie holz sondern auch über andere dinge aber ich bin sehr ungeübt im sprechen also ich spreche nicht oft englisch das ist so ein bisschen der heißt bei mir auch so als spreche schon ab und zu englisch wenn ich mal nicht wusste ja aber ich habe ja auch mal da gearbeitet das kommt natürlich dazu aber wenn ich jetzt zum beispiel ich fahre im märz fliege ich wieder rüber nach las vegas da ist con expo so eine baumaschinen messe da drehe ich und immer wenn ich erstmal da bin du brauchst einen kurzen moment um mal wieder ein bisschen sich einzugrufen ein zwei tage manchmal und je nachdem wenn du sofort irgendwie drin bist aber ich erinnere mich du hattest auch mal irgendwas mit t designs und dann hattest du irgendwelche lampen hier hier das ist das hier würde ich noch mal machen natürlich mittlerweile nicht mehr ja was was habe ich mir damals dabei gedacht gott mein fuß bleich ist dass das licht hier ja das war halt so dass wir das war halt meine erste blöde geschäftsidee aber ich habe durch das scheitern von dieser idee einfach unglaublich viel learnings gezogen das war einfach so ich habe so alles falsch gemacht was man falsch machen konnte was zum beispiel ach ganz viel also ich hatte so ich habe so lampen gebaut das waren halt so mit zur leds rgb leds so auch bei dir irgendwann noch in der wohnung genau die hängt auch heute noch so und ich dachte mir so geil das habe ich die lampe gebaut wenn ich davon vier monat verkauft und passt das dann gehst du an zahnärzte doktoren dran die haben die kohle ich will für sie lampe 4000 euro haben geil ich habe jetzt 4000 wolltest du ja ja gut das geht das gab es ja nicht so was wenn man heutzutage ist das ja das war eine lb das war farbe vor zehn zwölf jahren das war das war nicht so verbreitet es ist echt zehn jahre ja auf jeden fall 2000 das war 2010 oder so 2013 2013 2013 ja dann habe ich mir da passt sondern okay also da brauchst du erstmal der webseite kauft schon mal schön ware ein ja weil die leute die leute wollen deine lampe der erfahrene geschäftsmann ja der weiß es ist wichtig dass man erst mal kunden hat bevor man irgendwas verkaufen das war so gar nicht auf meinem schirm ja ich hatte alles außer kunden da merkst du schnell also es ist ja nicht so ganz richtig viel ich habe ja sehr sehr ich könnte jetzt den ganzen abend füllen ich habe viele erfahrungen gemacht und habe halt leider rausgefunden wie es nicht geht zum glück war da jetzt nicht viel geld involviert also gar keins eigentlich wo ich irgendwie hast du eine lampe verkauft keine einzige natürlich nicht mich hat ja niemand gekannt ich hatte keinen namen kann standing nichts und jemand die 4000 euro oder irgendwas das war ja so also auf aber hattest du dir gedanken gemacht über okay ich bastel jetzt lampe und du hast ja die lampen schon gebaut hast du dir so zwischendurch so hinten gedanken macht okay was ist mit vertrieb oder wirklich komplett blauäugig wie wolltest du die verkaufen irgendwo anklingeln näher ich war so ich war so ich dachte so ja wenn ich so irgendwie so ein zahnarzt kennenlernen finde das geil der scheiße die kohle das war noch das war auch ein ganz anderer truppe das war eine ganz andere welt ich habe da ein ganz anderes mindset gehabt und dachte so wenn die das sehen und der schlägt dann seinem doktor kommt bevor und seinem professor kumpel dann hängen die sich das dahin und dann finden das alle geile das war einfach halt quark aber das ist ja auch vielleicht ein ihr glauben von leuten die vielleicht noch nicht so viel geld haben die sagen okay der ist reich aber reich wird man ja nicht vom geld ausgehen also sicherlich nicht also ich kenne auch viele leute die sehr wohlhabend sind und klar wenn es sich irgendwie interessiert oder so aber es gibt so viele sachen dann denke ich da machst du jetzt echt zum also das ist nicht so also die leute die konsumieren das sind meisten die nicht so viele kohle haben weil die die konsumieren die sehen wie sie das geld ausgeben die machen sich gedanken dass die kohle auszugeben ja 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 dann okay wie kann man geld auch vielleicht anlegen sparen viel mehr das alles ausgeben ja genau ich sehe ich sehe es halt so nach sieben jahren gönne ich mir einen gewissen lifestyle von ein paar gewissen dingen die schön finden aber ich mache die großen fehler nicht wie ich kaufe mir kein haus ich kaufe mir kein auto für 200.000 euro irgendwie einen neuen porsche oder so lassen die großen summen ja ich kaufe vielleicht ein paar schicke schuhe die vielleicht ein paar euro mehr kosten oder vielleicht eine schicke hose oder irgendwas anderes aber ich mache die großen fehler nicht es gibt ja leute die dann plötzlich irgendwelche ganz krassen reisen brauchen und ich habe mal jemanden oder eine gekannt über mehrere ecken die hat irgendwie eine reise gemacht die sie finanziert hat und so geschichten das ist halt dann die schuldenfalle geht auf hüpft rein und dann war es das für dich und die fehler mache ich halt nicht die großen fehler ich fahre mein lifestyle ganz leicht an aber ich brauche nicht viel aber hat ihr das hat ihr das verhalten mit geld umzugehen hast du das in der familie irgendwo gelernt hat man dir das vorgelegt konnte gar nicht mit geld umgehen also weniger als gar nicht mein geld war da nun war da juhu kann ich wie wir das kaufen lohnisch tag später war der lohn wieder weg alles klar wieder 30 tage warten bis der lohn kommt und mir wieder was zu können das war so der life cycle das angestellte bei mir ist ich konnte null mit geld wirklich überhaupt gar nicht das fing so ein bisschen mit dem dj an dann habe ich so ein paar euro auf die seite bekommen habe ich gemerkt das fühlt sich gut an und das wurde dann immer mehr dann hatte ich irgendwann mal 10.000 euro zusammen dann dachte ich mir wo ich bin der könig hier zum auto aus vorbeigefahren dachte mir so dem polo den kannst du einfach so kaufen ich hatte ja nie geld ich hatte nie geld ich hatte immer löchel in den taschen das geld war dann war sofort weg und das war ein geiles gefühl so hat den polo könntest du jetzt einfach so mal so kurz kaufen so was aber hast du dann oder nicht nein 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 seitdem da ist irgendwas passiert und seit ich natürlich mehr geld verdiene als ich brauche ich gelegt mein geld hat zurück ich möchte halt irgendwann im alter möchte ich nicht das würde jetzt zu weit führen weil das ich möchte das thema jetzt gar nicht so aufklappen weil das wir sind ja hier auch mehr als in das werkzeug kann eben das guckt auch zu aber aber gab ja aber also wie gesagt nicht was michael auch schon eben sagte ich gucke auch zwischendurch mal wir sind nicht abgelenkt aber ich muss da auch mal reingucken dass sie dass wir mit euch ein bisschen mit igor übrigens hier igor wagen was trinken ja so ne martin vielleicht eine dann nicht dass die leute die mich jetzt speziell kennen und meinen kanal schaut bei dem igor vorbei da kommt demnächst danke dir ich weiß nicht wann igor kannst ja in den chat schreiben ein video mit dem igor das war super cool igor eine seele von mensch super herzlich die zeit ging viel zu schnell vorbei beim igor zwei tage wir sehen uns wieder besucht mich hoffentlich mal wer mich so auf eine ganz nette weise ein bisschen natürlich er hatte mich durch den kakao hat mich gezogen aber wir haben so ein video gemacht so fehler die leute beim schweißen machen da war ich jetzt natürlich der der anfänger die die fehler gemacht hat klar kann ich nicht ich habe gesagt kommt zu mir und dann machen wir das video genau andersrum dass ich so stopp den fehler machen anfänger weil beim fräsen und so dass wir das wird cool also wenn er kommt wie gesagt bis diese eingeladen coole socke ich habe igor auf ich habe igor auf der bauma noch getroffen da waren wir ja von instagram engagiert ich habe einen tag gedreht bei instagram wird das video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen hat gewählt was ist insta nicht so dein style das ist das ist mal das ist ja fies ach das ist das ist ja das steht ja auch das kann man aber eigentlich ist es sehr beliebt bei allen gästen ja viele kennst du ihn sagen auch schmeckt ganz gut ja also diese truppe hier ist auch weiter von schädler sind auch begeistert ich habe mit instagram nochmal ein video gemacht auf der baumer du kannst wir können er sein und dann habe ich am samstag moderiert am stand von instagram das war echt hart du hast moderiert ja das war haben darf ich an den kühlschrank andré ja sicher da gab es ja was deswegen frage ich lieber ob ich an ob ich mir an deinem kühlschrank zu dem thema weil wir da so ein thema hatten waren letztens freunde bei mir und seine frau geht so an meinen kühlschrank guckt so was es so gibt geht an die süßigkeiten schokolade denkt das juckt mich nicht die bohne du kannst du erzählst kannst du mir aufklappen aber mich juckt das nicht die bohne wenn jemand an den kühlschrank in den antworten ja gar nicht also ich darf darf ich erzählen oder ist das später ok also später ja sonst kommen wir von hölzchen auf stöckchen immer und dann habe ich bei insta moderiert was hart war weil ich halt echt im sack waren und es war aber sehr lustig und es waren unheimlich viele zuschauer auf der baumer das war sehr lustig also egal wo wir standen es waren immer irgendwie gespräche am start mit einem habe ich mich sogar verquatscht der marcel ist auch da bau und bank pieter bohr ist auch wieder da wer ist im bilderrahmen das müsst ihr selber erraten das ist ein running gag bei dir mit dem bilderrahmen oder ja das immer so wer ist da jetzt drin und warum ich habe irgendwann mal angefangen ich glaube in einer der ersten folgen war noch monte hat anabler hatten wir nicht auch mal wie heißt er noch tanzverbot aber jetzt möchte ich von den zuschauern mal wissen woher kam dieser running gag und was ist der running gag nicht von dir ich möchte von den zu ob die zuschauers verstehen was dieser running gag ist du hängst das bild ja dann mit dem gewissen grund hier ja mit schön aussieht naja du möchtest damit ja irgendwas mitteilen und der running gag erst mich interessiert es mal warum war also mitteilung würde ich heute gar nicht mal jetzt grüße gehen raus an dich marcel mitteilung würde ich jetzt nicht überbewerten also ich würde sehen die person wenig aber das ist einfach nur so ok nein das ist schon nicht einfach das ist die verteidigungsministerin das und warum haben wir die und warum haben wir die verteidigungsministerin heute das ist ja jetzt weil ich karate kann keine reaktion ein handkantenschlag und liegt naja auf jeden fall habe ich dann beobachtet dass dein kanal ziemlich rasant gewachsen ist hat das war noch zeiten ja genau ja das war noch aber du hattest im deutschsprachigen raum auch was gemacht was keiner bisher gemacht hatte du bist ja echt was war das ja die aber mit einem entertaining faktor ja das war das das war das erste und eigentlich hast du keine ahnung gehabt oder wenig ahnung gar keine ahnung also ich erinnere noch wer sich das mal gönnen möchte vielleicht marco kannst du das mal verlinken dieses video mit der raiobi tischkreissäge oder mit den oberfräsen das war legendär weil das war ja ja weil das war ja für mich damals eine phase also ich kannte mich mit akkuschraubern aus mehr und dann konnte ich auch so werkzeug vom auto schrauben und so aber holz bearbeitung war jetzt nur nicht meins und dann haben wir irgendwie auch spontan gesagt ja lass mal was irgendwie über die säge machen die ich da gerade hatte oder oberfräsen dafür ist ein kürzes einwerfen also in meiner wahrnehmung haben wir uns deswegen kennengelernt weil du mit mir geredet hast und wir haben sehr schnell über über was hinter youtube steckt und du hast da gemerkt ich bin kein dummer und ich habe gedacht ich habe auch endlich mal jemanden mit dem ich auf einem level reden kann über themen wo andere nicht verstehen ich glaube das war der punkt warum wir uns gecatcht haben ja klar das war der hauptpunkt ja schon als youtuber ist es ja so man kann sie über gewisse themen und ich sag mal mit nicht youtuber nicht unterhalten weil das ist eine welt das ist wie milliardäre jetzt nichts mit einem kassierer beim aldi anfangen können mal krass gesagt dass da gibt es keine gar nicht sagen dass ich würde das schon sagen weil das ist schon unterschied mir ja der hat andere themen als ein kassierer beim aldi mal ganz krass wäre aber also darfst du jetzt nicht wert und sagen das ist einfach so dass das ist das die lebenswelt mal die hat eine andere babbel als der ding so ja und unsere babbel war die gleiche und jemand der nicht in der youtube babbel lebt oder wie ihr ab ihr arbeitet und ihr versteht die welt auch also bloß dass ihr zuschauer da hinten sitzen drei leute ja deswegen will ich sag ihr dann meine ich die jungs vom andré dann ist das verschieden und deswegen haben wir uns da gut verstanden oft auf dem level also was in meiner wahrnehmung ja also wo ich dich halt wo ich dich ich muss ab und zu den scheiß bildschirmschoner hier auch mal hier quickson hat zwar gestanden ne verteidigungsministerium steht ja der unserer truppe vor deswegen ah der sollte irgendwas gewinnen da sollte er was das dass er sollte irgendwas gewinnen das war das war erz geschnallt finde ich finde ich gut komm hauen raus und t-shirt oder ja der erste der erst der erste der es erraten hat müsst ihr mal gucken der kriegten der 24 kniebrett auf meinen nacken die sind übrigens im shop haben wir auch verlinkt so ein zufall aber auch haben wir heute schon mal gesagt aber das ist ja ein zweiter livestream wobei da warst du nicht dabei so so eine qvc seitenblende so jetzt neu das bauform 24 kniebrett sehr praktisch mit einer ablage für ihre schrauben machen sie schnell unsere telefone sind jetzt genau nur noch nur noch drei drei und drei und es läuft runter und dann ich ja ja ich höre gerade von der regie wir haben noch 30 30 wir haben noch 30 paletten gefunden also er hat dann steht wieder 1834 ich habe mal mit einem war wer war das ich habe einen in den letzten wochen getroffen der hat mal bei qvc ich weiß nicht mehr weil das war aber der hat eine zeit bei qvc irgendwas verkauft und dann sagt er das wäre so lustig gewesen es wäre hochprofessionell gewesen also hochprofessionell das hat ihn wohl stark beeindruckt und das ist wirklich so die haben einen knopf im ohr und dann sehen die die abverkaufszahlen und dann sind die wirklich live und ja du musst noch mal und die sehen zum beispiel wenn der dann gesagt hat hier gucken der schaum wie dick und wie toll der hier ist und dann haben die gesehen wenn er das macht gehen die verkäufe hoch und dann haben die ihm gesagt zeichn noch mal das zeichn noch mal das total krass und dieses qvc denkt man das ist so snow from yesterday aber das gibt immer noch ganz ganz krass ihr habt irgendwas ich weiß nicht aber den podcast immer sie haben ganz 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 krasse umsätze haben die also ihn hat die absolute professionalität beeindruckt das ist hat vielleicht ja ich meine ich bin tatsächlich mal früher angefragt worden bei qvc was zu moderieren und das hätte ich gerne das ist schon ewig her das hätte ich gerne gemacht aber ich war zu dem zeitpunkt noch in usa dann kommt jetzt so verkauf mir diesen stift verkauf mir diesen stift der klassiker von welchem film war es möchte jetzt in den kommentaren warte mal andrea schreibt kniebretter leider ausverkauft marcel fragt hat das ein grund dass das kniebert ein loch hat mann kannst du die frage macht die kniebretter scharf schalten weil wir welche bekommen 30 paletten ja ja dann lass uns mal eben in der totalen dann macht die kniebretter wieder auf links mach einfach große nummer 10 mach einfach große nummer wir können ja morgen noch anpassen wir brauchen jetzt nicht über wir haben genug ich habe genug nachbestellt wenn die jetzt ja kuford sehr auch mega viele retouren da muss ich mal sagen leute aber ist ja bei amazon genauso ja aber was ich krass finde wir haben unsere tourenquote in unserem shop merchandise geht gegen null wirklich gegen null also kommt auch reklamation ich glaube irgendwie wir hatten mal ein shirt oder sowas zurückgehen wo wir wo es auch nicht klar war wo wir dachten okay der hat da was falsch gemacht bei der wäsche oder so so sieht das shirt nicht aus weil aber das freut uns natürlich klare touren ist natürlich aber es kommt im märtsch bereich kommt dieses jahr noch ein bisschen was coole sachen die hoodies sind unterwegs und wir haben bei den hoodies auch acht gegeben dass wir auch noch mal ich glaube unsere größte größe ist jetzt vier oder fünf xl ja denn der kundenservice von qvcs endstufe ja das ist ja auch amazon auch ich habe heute noch ich glaube erfolg also rezept für erfolg ist einfach kundenservice dienstleistung einfach kundenservice ich habe heute auto abgeholt das dritte mal aus der werkstatt das macht ihr euch kein bild von ihr wisst ja was ich für ein auto habe also wir haben ja verschiedene autos und wir haben auch ein großes auto natürlich für die für die anhänger geschichten und so weiter und da lösen da war die die motorhauben entriegelung fiel immer ab die war das war gebrochen obwohl nie benutzt eigentlich der die zierleiste im armaturenbrett löste sich kam entgegen und die sonnenblenden haben ja so ein kunststoff bezug der wählte sich wie ein auto was 20 jahre in kalifornien in der wüste steht dann gab was eine inspektion dann habe ich gesagt pass auf das auto kommt demnächst in die inspektion wir haben hier das und das als thema bestellt schon mal die teile war das auto drei wochen später in der inspektion entweder haben sie die teile nicht bestellt oder nicht bekommen ja wir müssen noch mal dafür einen termin machen und dann habe ich das dann das dauerte dann aber wieder vier wochen bis wieder ein termin war dann war das auto jetzt da und die sonnenblende war getauscht aber diese zierleiste guckte immer noch so ein stück aus der aus dem armaturenbrett raus und im auftrag stand dann ambiente beleuchtung in der tür getauscht oder so von ambiente leuchtung die rede und du denkst du okay da sitzt jetzt jemand und die zierleiste springt hier also und werkstattannahme brauchen wir nicht brauchen wir uns nicht erklären ich merke mir das alles ja das ist und dass das fruste ein so ne weil du würdest ja geld ausgeben für gute dienstleistung aber du bekommst sie einfach nicht dein bildschirm schon aber übrigens wieder an wie der bildschirm schon aber wieder an ja der geht immer an stelle das noch mal ab ja wie was ich habe kein windows ich kenne mich da nicht aus ja ich fiat panter panter ist das neue auto von fiat fiat panter ne tesla ist es nicht ich habe einen tesla bestellen der kommt vielleicht in dezember machst du auch den dänen trick nach einem halben jahr nee ich weiß gar nicht ob der dänen trick noch funktioniert ja ein paar tagen macht ja ja dieses aber ich glaube nächstes jahr wird sie irgendwas ändern ich weiß es gar nicht die prämie sind wieder ein bestellt und der dieses jahr nicht er hat sich ein bestellter kommt jetzt erst weil das wieder machen wir sagt er macht das so lange bis die gesetzgebung da ein riegel davor schiebt ja aber die prämie ist ja nächstes jahr schon weniger und ich glaube die haltedauer aber da könnt ihr mal den chat schreiben ich glaube die haltedauer ist länger als jahr war es bis jetzt ja ja halbes jahr hat genau und vw ich vereine 5 tesla bestellt also ich kann über tesla nichts schlechtes sagen ja also ich habe mich gestern mit den igor unterhalten und also ich kenne zwei leute die elektro auto fahren ja der otto meint das ist super cool und ich kenne drei leute mein kumpel mit dem tesla sagt das ist mega mit der lade vor mit der ladeplanung tesla und so alles geil und super toll otto meint so alles geil audi und so funktioniert toll mit der karte ich 10 minuten 15 minuten kannst wieder weiterfahren auto denkt hat ein tesla hatte also jetzt haben audi wieder mal so und so und so hat die leasingverträge nicht so lang und igor meinte gestern so ja also dass mir der ladeinfrastruktur ist überhaupt nicht geil also da fährt er hin dann dann ist die ladestation kaputt dann fährt er zunächst ist die kaputt an der nächsten stehen acht leute weil da alles kaputt ist also ja die infrastruktur ist das problem glaube ich bei so elektroautos also ich fahr keins ich das kenne ich nur ich habe das nur von hören sagen jetzt weiter übernommen also ich habe audi gefahren gibt es ja auch videos davon ich habe audi gefahren vw ionic und das problem war jedes mal die ladeinfrastruktur irgendwo hatte ich mal fälle wo die ladegeschwindigkeit nicht passte nicht das was sie eigentlich hätte bringen müssen weil die kommunikation zwischen säule und auto nicht passte oder weil es tatsächlich eine säule war die war in der navi drin aber die war noch gar nicht aktiviert und danach und dann stand da bei störungen hier anrufen habe ich da angerufen und sagte der ja ist mir eigentlich peinlich zu sagen die soll steht auch schon drei monate aber wir kriegen keinen techniker die freischaltet und bei tesla habe ich das noch nie erlebt also ich fahre regelmäßig tesla aber da hast du es genau du hast ein eigenes ladenetz die ladeplanung ist mega und ich habe noch nie probleme gehabt ich habe noch nie gewartet mit dem tesla ja genau und deswegen ist halt ein tesla für mich im gesamt kontext das beste elektroauto und vor allen dingen die besten fahrleistungen die besten reichweiten weil so ein audi oder so ein id4 oder so die buzz habe ich euch ja auch gezeigt gibt es ja video bei mir ist bei 145 abgeregelt gut jetzt gibt es immer die sachen ja wie lange kann man noch 150 fahren oder so in deutschland aber noch kann man es ja so und jetzt möchte ich 100 kilometer fahren zügig bis 145 ende und tesla tesla beschleunigt ja auch sehr schnell viel schneller als alle anderen ich muss aber dazu sagen also ich weiß nicht welchen auto hatte das war der mit diesen flügeltüren da und x also ich habe jetzt auch kein langsames auto und wenn wenn ich bei mir gas gibt dann macht das spaß und bei ihm wo ich gas gegeben habe ich weiß ich wie viel hat die müde die mit dem flügel 5600 irgendwie so weiß ich nicht gibt glaube ich auch zwei ich weiß ich auf jeden fall hatte der 5600 ps oder so umgerechnet und ich habe dadurch getreten habe mir so gedacht okay und mir fehlt bei so einem elektroauto keinesfalls also auf jeden fall dass das zieht mein auto locker ab da brauchen muss ich unterhalten aber mir fehlt dieses dass du dieses du hörst den motor wie er sich anstrengt du hast und dann und dann war es das also mir fehlt diese dass man diese das ist wahrscheinlich auch ein umgewöhnungs ding aber mir hat dieses diese 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 dieser klang gefehlt dass das nicht dass ich draufstehe dass ein lautes auto oder so gar nicht aber mir hat dieses dieser angestrengte motor hat mir gefehlt dass dann und dann dadurch war meine wahrnehmung so das ding schiebt er gar nicht so krass wobei natürlich mega krass schiebt ja aber oben oben auch nicht also ich bin ja ich habe einmal durchgedrückt und ich bin mit dem in der stadt gefahren einmal durchgedrückt also nicht in der stadt ja keine angst und aber ich habe das nicht so empfunden aber die die werte sprechen ja für sich ganz klarer fall also es ist ja auch von den betriebskosten gerade und 0 25 prozent hier und so geschichten steuerlich ein prozent nix 0 25 aber das ist ja auch schon auf 05 ist es schon auf 05 hoch oder ist immer es liegt immer also 0 25 bei glaube ich unter 40.000 brutto oder netto preis und ich meine die gölfe verbrauchen so ja je nachdem wie du fährst zehn bis 15 kilowattstunden so also so günstig fährst du keinen benziner aber ich habe ja auch noch eine klasse mit dem gleichen motor den du auch hast der spaß macht und ich habe dieses auto zum mercedes zu einem mercedes treffen in hattingen dieses mal gefahren dieses jahr das war die einzige fahrt ich gemacht habe bei schönem wetter das ist halt für mich ein youngtimer wo stehen wo steht er denn ist ja in der halle ach so der ist sehr trocken in der halle ach so das ist also caroline fährt gar nicht damit caroline ist es so rein das habe ich nur als liebhaber das ist okay alles klar das ist jetzt ein offizielles fahrzeug was einfach noch zu liebhaberei gar nicht mehr so täglich und so sondern das ist schon lange nicht mehr und das macht natürlich schon also es macht schon spaß wie wir es vorher hatten das ist dann die frage ist ob so ein fahrzeug dann noch ich weiß nicht ob so ein fahrzeug dann noch im wert steigt aber so ein e30 oder so da ist meinst du ja also aber meiner meiner ist zu neu ja das glaube ich aber meine vielleicht tendenziell er wobei auch schon brutal viel elektronik drin ist also man ist die gleiche elektronik da es kann bloß drin das ist ein bisschen die optik verändert deswegen ist die frage ich meine in 30 jahren denkt man auch dass das auto dass ich jetzt fahre so hätte man es aufgehoben oder so weiß ich nicht so kannst du aufnehmen auf keinen fall also wenn es dir mittlerweile also ich habe ja mal kann ich habe den ja schon lange jahre und ich habe ja damals den gekauft habe gesagt okay wenn er mal das alte hat dann wird er wahrscheinlich noch 7 bis 8000 euro bringen wenn er jetzt so alt ist wie jetzt und jetzt in dem zustand und so weiter glaube ich würde ich 15 bis 18 kriegen vielleicht aktuell sogar mehr das weiß ich nicht ich habe noch mal aus interesse geguckt weil das problem das ding ist wenn du ein auto hast wenn du das top modell hast also das größte modell was wir nicht haben das ist er unter amg meiner hat nicht amg aber das ist der ein natürlich ist es kein amg aber es ist der größte saugmotor also ein 350er zum beispiel wir gehen jetzt auch zusätzliche teil aber das ist schon das modell entweder den amg der geht ja noch mal drüber aber das ist immer ein krasser unterschied das war damals bei meinem e 21 auch so 323 guck heute mal was die kosten 3 16 oder so oder genauso bei bei mercedes also das ist das ist immer so das topmodell dass das also meint zwar nicht das topmodell doch der 500 war das topmodell das darüber war ein g ach so okay also ein g ist ja eine eigene hat ja so ok jetzt verstehe ich alles klar das habe ich das topmodell in der normalen range wo ist der chat ich will den chat einer einzelnen chat eins in den chat genau gott zack jetzt hier lasst doch mal die leute ein bisschen entscheiden was um was 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 wird euch denn interessieren vielleicht haben die leute ein interessantes thema oder so weil sonst können wir uns natürlich noch jetzt die nächsten 68 stunden einfach einen abquatschen vielleicht gibt es irgendwas was sich die leute wünschen und sagen hey quatsch doch mal darüber oder mich interessiert das was andré wie war das oder truppe wie war das das würde mich auch mein größer traum wäre es ein hallo vom truppe zu bekommen ja träume sind da das war fies man sollte eigentlich auch so ein mikro auf euch ich fände man sollte eigentlich immer so auch so eine kamera auf euch mal das ist eigentlich auch cool also hier sitzen drei leute das ist ich finde das eigentlich echt angenehm wenn ja auch drei leute sitzen zu denen kann man ein bisschen sprechen ich finde das cool wenn ihr hier sitzt ich mag das versuche immer gerade bis den bildschirmschoner auszuschalten er macht das zehnmal mehrere oberfräser es haben schon mehrere probiert habe ich gehört ich noch nie so bildschirm nie ausschalten du hast ja du hast ja bestimmt super versierte leute jetzt im chat die dir sagen können was du jetzt hier an mir schon ach so okay alles klar also hier ist alles nie ausschalten aber bei mir ist ja das auch benachrichtigungen aus was aber der bildschirmschoner hier mal eine frage wo seht ihr euch in zehn jahren mit eurem kanal tja das ist eine gute frage lieber fred vom jupiter die schwierigkeit ist die zeit ist so schnelllebig ja du machst einen fehler wie für den kliman ob er ihn gemacht hat oder so ist ein anderes thema und schon kannst du am arsch sein das ist eine gute frage also diese frage erarbeite ich zum beispiel gerade meinem coach aber die frage ist nicht wo sehe ich mich in zehn jahren sondern ja doch wo wo hätte ich gerne das letzte in zehn jahren ist dass das ist für mich eigentlich eher die frage und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen ich versuche wie wahrscheinlich andré auch jeden tag ein bisschen besser zu werden zu gucken was wie dreht man ein video dass ihr zuschauer da draußen sagt das ist cool ich habe den namen ich vergesse immer namen dominik genau dominik ist auch ein zuschauer der jetzt beim andré demnächst arbeiten wird hat auch gesagt hey ich bin schon seit wie vielen jahren ja dabei seit fünf jahren und das ist man wahrscheinlich auch nicht weil die videos so scheiße sind also ich versuche mich halt weiter zu entwickeln dass ihr du dominik und dass sie alle auch dabei bleibt also dass ich kann euch da gar nicht habe jetzt da keinen ich darf mal kurz ein an die it profis also die energiespareinstellungen sind so egal was ist schalte nie irgendwas aus dann habe ich jetzt in den bildschirmschoner einstellung geguckt dreh halt um bildschirmschoner auch kein bildschirmschoner gar nichts wartezeit es ist kein bildschirmschoner einstellungen bildschirmschoner in der lupe eingeben ja ja habe ich ja gemacht ich bin ja hier in den bildschirmschoner einstellung so und wenn ich jetzt noch mal in die energieeinstellungen reingehe dann steht hier auch ausbalanciert bla 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 so und wie es ausbalanciert eingestellt es ist netzbetrieb niemals ausschalten akku niemals ausschalten energiesparen niemals 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 rafael viana so und hallo ich weiß nicht was ich jetzt hier noch bios energie mehr als das im bios rumfuschen ist ganz geil da macht man am besten die geil die geilsten einstellungen wenn man es wenn man es kapiert ja im bios ja am besten format c doppelpunkt eingeben das ist immer das ist immer der befehl für spaß den ganzen doppelpunkt habe ich probiert funktioniert aber nicht und im bios das ist ja auch windows eben ich bekomme ja den windows anmeldebildschirm das kann vielleicht sein mit der mit den richtlinien der domäne das ist sind ja alles hier windows rechner die irgendwie in der domäne drin sind vielleicht ist das es gibt ja so sicherheitseinstellungen oder sowas der stecker im laptop ist eingesteckt ja weil das ist so eine workstation wenn da der stecker nicht drin ist ist hat nach halben stunde leer dann hast du auto lockout truppe hat lange haare ach das ist aber das ist das ist das ist nicht auf das setzten fach die kirche auf hey pass mal auf wie sieht es eigentlich aus mit essen wollen wir nicht mal so langsam nehmen war schon man da platte übrigens wusste truppe nicht was man da platte ist obwohl du hattest eine vorahnung ich will eigentlich nix du willst nix nicht so mein ding so man da platte und so das ist so also nichts gegen pommes aber so bockwurst das ist nicht so mein currywurst ja aber das ist ja eine bockwurst currywurst also die wurst ist eine bockwurst auf keinen fall sondern das ist ja noch viel schrecklicher da kriecher da kriecher brech brech spukreiz von der bratwurst das ist ja ganz fürchterlich truppe sieht aus wie einer von den arzten ja leider ist mein konto nicht wie von den arzten deswegen danke an der stelle aber die arzten verdienen mehr nicht gehen werden was machen wir in die arzten willst du was anders willst du eine fleischkette beachte der stream bis 11 eine fleischkunde ehrlich gesagt nicht ne also ich komme auch mit paar nüßchen aus du hast ja gesagt wenn ich nicht mindestens ein kilo nüßchen fresse dann kriege ich einen arsch tritt hier dass ich bis zum mond fliegt deswegen tue ich mich schwer jetzt da irgendwie eine golf platte wie ist das noch mal eine golf platte rein zu schieben oder volvo platte dass ich deswegen war natürlich nur spaß und ich habe ich brauche nichts dank in semmel oder und trockener semmel wäre ich dann bockwurst in bayern das ist jetzt nicht mein problem nee du ich brauche ich brauche nichts ich fress nachher nüßchen alles gut was haltet ihr schlag die mediterrane robert genau was haltet ihr von wird werkzeug wer steckt da wird ich habe heute dem podcast von omr mit wird gehört also reinheit wird das ist auch krass ne ikone muss man klar muss man anerkennen legende ikone jetzt schon und er hat gesagt dass das hat mich auch inspiriert weil ich stehe am anfang von diesem werkzeug thema und er hat gesagt es muss immer klar sein das wird zwar das beste hat das beste werkzeug 20 prozent teurer ist aber im schluss ist es billiger weil du weißt genau du hast zwar das hält doppelt so lange wie die anderen und da möchte ich auch hin also ich möchte da das hat mich inspiriert dass das ding man muss ja für sich selber irgendwas rausziehen deswegen höre ich ja podcast ja aber sehen die leute das so natürlich also wie es gibt natürlich bei der einen oder anderen werkzeug kann ich ganz offen zugeben dass du brauche ich nicht zu den berg halten gibt es natürlich mal ein problem dass ein speed mark geklemmt aber wir nehmen die dann zurück und sagen kriegst neun natürlich also wir produzieren dass ich selber ich feile dass er nicht selber mit der hand deswegen es gibt immer raum nach oben aber ich arbeite natürlich daran dass wir irgendwann an einem level sind wo ich kann ich jetzt schon aber an einem level wo ich sag ausfallquote von 100 stück ist ein halber wenn es hoch kommt viel krass sagt man fragt mich würde interessieren ob man als youtuber einfluss auf die werbung hat die youtube bei euch schaltet oder könnt ihr auch mal sagen nein die firma will nicht bewerben nein das kannst du nicht also erst mal die zwischendrin kommt meinst du wahrscheinlich oder nicht mal im ansatz irgendwo ein und ein ding also wir können bei youtube sagen werbung an aus prinzipiell macht es sinn für den algorithmus die werbung zuzulassen weil youtube wieder geld verdienen die machen das ja auch nicht für für luft und liebe und es gibt ab und zu mal beschwerden also ganz selten aber dass leute schreiben aus und scheiß alle drei minuten werbung letztes auch einer geschrieben und bin ich wirklich reingegangen ich kann also man kann sehen muss die werbung geschaltet für premium ja ich auch das hier hat keine werbung ja also kann ich jedem empfehlen fast 13 euro irgendwie sich die stunden was ich youtube guck also ich kaufe mir die zeit einfach mit den 13 euro ja und der und die creator kriegen ja dann auch einen anteil davon das ist ja auch in der statistik siehst du das okay so und soviel kommt rein über youtube premium accounts und ja klar ich hätte jetzt weil ich auch viel gucke hätte ich jetzt nicht unbedingt bock immer wieder zu warten es sind ja mittlerweile auch zwei glaube ich wo man sieht und nicht überspringbare oder wie war das 15 sekunden oder nicht hast du youtube premium aber ich habe dann geguckt und es war wirklich in einem video das teilweise in drei minuten abständen kam was ich auch heftig finde ja aber das können wir also ja wir können es eigentlich nicht einstellen weil wir können es nachteilig zwar manuell ändern aber das ist eine riesen arbeit die kannst du ja gar nicht machen so also gehst du hin du sagst okay monetarisiert das wert video und dann guckt youtube wo sind punkte wo die leute jetzt auch nicht unbedingt abspringen und dann wird die werbung dort automatisch platziert welche werbung da haben wir gar keinen einfluss drauf also null ich könnte dann höchstens sagen okay ich mache das ja zwischendurch noch mal weg aber das sind ja auch jedes mal 15 minuten arbeit das hat ja keiner und von daher und dann hat letztens einer war eine diskussion hat er gesagt ja ich nehme blocker und dann habe ich gesagt das ist eigentlich asozial gegenüber dem creator weil das ist so wie in eine bäckerei gehen und das brötchen umsonst nehmen ist das doch lust mir ist das ehrlich egal ja wieso aber es ist ja so naja es ist ja die masse nicht die macht nein die masse nicht ich also ich sage dir ganz ehrlich ich kann das verstehen ich würde wenn ich nehmen wir an ich habe jetzt kein krasses budget und weiß der geiler was damit wir auch einen adblocker nehmen ist mir scheißegal was der typ da in youtube das ist ja es ist so wie früher man als schüler gekrackte spiele ja natürlich hat jeder gemacht ich auch gut aber wenn es natürlich jeder macht gibt es keine es macht ja nicht jedes macht ja nicht jeder ja deswegen aber im grundlegend ist es natürlich es ist kein fair use und dann hat er geschrieben ja stellt euch nicht so an das was über youtube werbung reinkommt ist eh nix ach so ja also ich sag mal dass ein jahresgehälter teilweise von leuten was da reinkommt genau also das ist also das schon war also es ist es ist halt in der summe ist es ein anteil das ist alles das sind ja alles faktoren es ist ja nicht so wenn wir jetzt mr beast werden oder so dann hätten wir rein über die werbung natürlich schon wirklich nennenswerte beträge dann könntest du sagen okay du musst vielleicht jetzt nicht nur eine kooperation machen oder so aber letztendlich kommt natürlich viel über kooperation rein aber wie gesagt personal wird auch bezahlt werden und du willst auch einfach content machen und hast ideen deswegen und dann willst du vielleicht auch noch mal in urlaub fahren also hast du das ich habe ich habe da ich habe dieses jahr ich glaube zehn tage mit dem wohnwagen und sonst war ich ja ich meine ich war viele wochenenden unterwegs da war ich beim festival dann war ich bei wacken wo ich aber auch eigentlich gedreht habe dann hatte ich aber die binnenhautentzündung des todes und konnte total blöd und ja sonst noch nicht viel also jetzt ende des jahres fliege ich das mit afrika und machte halt wieder zum dritten mal ja aber das ist ja mit youtube prämien wird keine werbung gestalten genau dann bekommt ihr keine werbung zu sehen sogar wenn leute irgendwie quasi schreiben so also mal ein bisschen abgewandelt so hey ich habe einen akkuschrauber macht doch mal ein projekt nur im akkuschrauber das funktioniert halt nicht ich meine wahrscheinlich so ein jüngerer dann schreibt hey macht doch mal bitte ein projekt mit einem akkuschrauber und einer handsäge ja das wird wahrscheinlich kein spannendes projekt werden also schreibt die masseanwerbung auf diversen seiten ist auch nicht fair play adblocker sind nur selbstverteilung und datenschutz ja also das ist ja auch wieder witzig ne es gab früher eine autozeitung oder so und da war jede dritte seite eine anzeige da ist ja auch keiner auf die barrikaden gegangen aber letztendlich gibt es ja in dem modell klar entweder ist eine kooperation oder ein sponsor aber sonst gibt es ja auch keine möglichkeit und zum beispiel die ganzen ich kenne viele youtuber aus dem autobereich die jetzt nicht wie jean pierre riesig sind die dann halt auch so winner takes it all die halt auch wirklich budgets bekommen aber da gibt es ja auch noch eine masse die viel content machen und mit einer zeitung hätten die halt anzeigen die würde das finanzieren die zeitung würde geld kosten jetzt machen die konnte als youtuber die haben teilweise probleme eigentlich ist das oftmals eine brotlose kunst da sage ich allerdings auch wenn du siehst wie viel masse sich zum beispiel in diesem bereich dann denke ich auch da gibt es viele die versuchen sich die machen das nebenbei in dem studium und so weiter aber das ist brotlose kunst weil du musst so groß sein das wäre so als wenn jetzt einer in deinem bereich anfängt ich meine sagt niemals nie vielleicht vielleicht macht er was ganz toll was ganz anders was auf einmal irgendwie ein hype abfängt aber wenn ich jetzt denke ich möchte was im diy machen um damit geld zu verdienen existenz aufzubauen wäre es aus meiner sicht total dumm naja also ich frage erst mal die zuschauer interessiert euch das war ich habe das auf meinem kanal in jedem live stream kommt genau dass ich fühle mich immer schlecht über das thema zu reden weil das ich liebe dieses thema aber ich möchte immer meine zuschauer nicht langweilen weil das bei uns in jedem live stream besprochen wird kannst du die umfrage machen marco wenn es die leute interessiert dass wir dieses thema tiefer reingehen dann bin ich da sofort dabei aber ich möchte die zuschauer nicht langweilen deswegen machen die umfrage bitte er ob sie das thema youtube verdienst etc in die richtung ein bisschen weiter wollen weil ich habe da auch ich habe da unfassbar viel dazu zu sagen auch eine meinung aber ich möchte es nicht dass die leute sagen kommt das und werkzeug oder andres motorrad oder um die eco floor hat eine geschrieben also ich ich richte mich nach den zuschauen was war um was welche richtung wir gehen ich bin da sehr sehr offen also es ist natürlich genau mein thema aber ich möchte es nicht dass dann leute sagen oder jetzt nervt mich sowas also was zum beispiel das thema werbung ich mache ja auch kooperation zum beispiel die expert talks und die kommen alle super an also ich sage also das ist was sie die sache ist die wenn ich im im bereich werkzeug wissen möchte wie ein akkuschrauber ist dann schaue ich bauforum an warum schaue ich bauforum an naja ich sag mal wir haben ein bisschen einblick hinter den kulissen wir kennen sehr viele youtuber wir wissen wie die drehen wir wissen was da dahinter ist ihrem eigene shops und tun so als ob komischerweise ist das was in deren shops ist halt ist ist gut und das andere was sie nicht im shop haben ist so heißt auch gut aber halt nicht so geil wie das was wir haben du weißt wovon ich rede und das ist halt so ein bisschen schwierig und ich kenne dich ja gut und bei dir weiß ich okay da ist da ist vielleicht auch mal eine bezahlte kooperation dabei was aber nicht bedeutet ich kaufe deine meinung da ist ja nicht da ist ja das ja ein gap zwischen ich möchte auf deinem kanal stattfinden und bitte sagt das für geld und das machst du das weiß ich auch nicht natürlich hat man eine unbewusste moralische tendenz vielleicht etwas ein bisschen zu verschlucken oder das jetzt nicht krass auszuklappen das ist auch okay aber dass man grundsätzlich weiß okay wenn wenn du sagst pass auf das gerät ist so und so dann kann ich dem vertrauen und das weißt du halt bei manchen kanälen nicht ist da geld dahinter weil es gibt ja schon leute wo dann sich sehr dazu neigen zu sagen wenn die dann hier stichwort fishing clash wo ich damals mit der community die haben das klappt das mal ganz kurz aus ich habe dann so ein spielehersteller mich angeschrieben und hat gefragt sie ist denn ein ist überwiegend ich glaube die story noch aus und lassen was sagen aber nicht krass überwiegen 56 also ich habe die story noch kurz aus und dann haben die mich angeschrieben das war ja mit der community und ich habe einfach nur zum spaß mal gesagt okay zwei minuten integration wollten die dann habe ich geschrieben okay kost 10.000 euro und dann kam zurück ja okay und dann dachte ich mir so ist verdammt viel geld 10.000 euro und dann schrieb ich so ja okay komm habe ich die community gefragt hey war das okay für euch mit ja verdammt viel geld kriegen hilft dem kanal und sondern kam so ja komm mach wir können sehr weiterskippen es war verständnis von der community da und dann kam aber was wo ich moralisch gesagt habe mir das geht nicht und das moralische war ich habe geschrieben okay komm schickt mir bitte das briefing dann lese ich das vor blend eure footage ein zwei minuten ist vorbei weil ich kann ja weiterskippen klick rechts und es gibt das weiter community gesagt hier kommen gönn dir viele haben natürlich nicht gegönnt und ist ja auch hier gibt es ja immer und wo ich den geschrieben habe ich schick mir das briefing und so ja nee du musst dir das spiel installieren und selber spielen habe ich so wie du musst das schon selber spielen und sagen dass es gut ist dann sage ich okay hier ist die grenze überschritten ich tue nicht so also beim pay to win geil ist ich lese euren ding vor ich mache einen werbeblock aber die moralische grenze ist überschritten was würde ich damit sagen na ja ganz einfach geld kann gierig machen und mit geld kann man meinungen kaufen und deiner meinung vertraue ich das wissen die zuschauer ja auch wenn sie ein gerät kaufen und das entspricht dem dann hat man ein bisschen vertrauen zu der person es gibt aber wahrscheinlich werdet ihr auch mal andere erfahrungen gemacht haben man kauft sie was und stellt fest das ist ja nicht so toll wie angepriesen und das finde ich immer so ein bisschen kritisch macht oft ich habe dieses jahr sehr viele zuschauer getroffen auf festivals bei wacken auch und dann der running gag ist mittlerweile meine frau hastig weil immer wenn ich deine sendung gucke kaufe ich wieder werkzeuge die ich eigentlich unsere sendung die ich eigentlich nicht brauche oftmals und dann frage ich immer ja aber macht sich glücklich bist du happy oder denkst du ist ein fehlkauf und da war noch nie waren vielen waren fehlkauf sondern super und mag ich blablabla und ich versuche immer so eine moralische instanz im kopf sein würde ich das meinen besten freund empfehlen und wenn nicht bin ich da raus und du weißt ja auch es kommen viele anfragen aber wo liegt grenze ist mal ganz ehrlich jetzt mal 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 kamera aus und ganz ehrlich okay kann wenn du 100.000 euro jetzt wie wir wie spielmann szenario durch ich sag dir ganz ehrlich meine meinung ist käuflich sage ich dir ganz ehrlich aber die summe ist sehr hoch also ich würde dir ich würde meinen zuschauern scheiße für gold verkaufen wenn ich dafür drei millionen euro kriegt dann würde ich den beschissensten eine den beschissensten xy akkuschrauber würde ich als dann geil aber die summe muss so hoch sein dass sie mich danach verpissen kann mich sie keiner und das kann mir niemand erzählen jeder mensch auf dieser welt macht das aber die frage ist wie hoch ist die summe also mir wird nicht erreicht im echten leben deswegen kann ich meine meinung sagen wie es ist und das habe ich auch keine problematik damit also selbst wenn du mit drei millionen zahlen würde das ist zu wenig weil da muss sie noch zeigen übrigens kauft vier von den dingen das ist eine super das ist eine super armlinie also nicht nur eins sondern direkt es gibt leute die bestellen sechs stück davon oder acht stück davon ja da frage ich mich allerdings echt ich möchte sehen was die falls es einer oder ob das falls einer wirklich acht stück oder im chat ist oder so was jemand damit verschenkt ihr die oder aber den tool check plus habe ich übrigens auch wegen dir gekauft ich habe den zweifach gekauft den fand ich mega geil ich habe ja ich sage ja immer und das ist kein fake in jedem moped ist und ding drin in jedem auto ist irgendwie so ein ding drin im wohnwagen ist ein teil drin weil ja du hast ja dabei ein radchen dreh ding das macht auch spaß zu benutzen weil es ist es ist qualitativ wer das ist ja sind hier keine chat moderatoren ok da muss was weggechattet klick moderiert werden also ich sag mal so erstmal das jetzt drei millionen jetzt was drei millionen ja wenn du jetzt das drei millionen das heißt das weiß das ist ja diese konstruiert aber ich sage mal angenommen ich mit drei millionen dafür nehmen und würde sagen der akkuschrauber ist toll obwohl ich denke der ist nicht toll ja so wäre natürlich ungeil unabhängig von der geltsumme wäre es moralisch total verwerflich dass ich wie eigentlich ist es verwerflich weil man man sollte nicht lügen und wenn ich dann könnte wenn ich dann die noch tiefer in diese reingehen aber es soll ja jetzt gerade umgehen also ich denke dass wenn du kein milliardär bist jede meinung ist käuflich käuflich muss ja nicht monetär sein es kann auch sein ich erpresse deine familie und möchte dafür dass du also es ist ja alles alles ist ja die mafia rumkommt es ist alles wir haben deine familie genau sagt dass der akkuschrauber aber ich würde mich würde mal wirklich interessieren aber das werden wir nie herausfinden wie viel bei wie vielen videos das irgendwie wo leute denken wenn man jetzt ein klein ist ich überlege haben jetzt einen kleinen kanal hat was du vorhin gesagt dass der winter textet das sind wir wir sind die größeren kanäle in unseren bereichen wie ich krieg das ja selber mit ich telefoniere mit vielen kleineren youtuber die ich super toll finde und das ist immer die gleiche problematik die sagen immer ich krieg von der firma kein geld dann sage ich ja pass auf die schwierigkeit ist die in deiner größe hast du sieben andere die firma xy schreibt jetzt alle euch an und dann sagst du hör zu ich will dafür geld und drei andere sagen geil schick rüber ja wen würdest du als firma nehmen der wo sagt geil schick rüber und ich schick nur das gerät oder der wo sagt ich will das gerät plus geld ja natürlich nicht und deswegen heißt es für kleinere kanäle entweder sind sie so spezifisch dass die firma sagt ich brauche dich ich zahle das geld oder sie finden irgendeinen anderen der das game kaputt macht was völlig verständlich ist weil einer sagt hör zu das ist mein hobby ich finde das gerät geil kostet geld nehme ich gratis und zeigt auch bereitwillig und der andere der geld will der steht dann halt leer da weil der das geschäft verstanden hat also das ist ein ganz schwieriges business wenn du klein bist in dem bereich der überlaufen bis wir heimwerken du wirst kein geld bekommen ich telefonie mit so viel und das ist immer das gleiche thema die kriegen alle wenn sie glück haben ich habe einen grad an der hand möchte es den namen nicht sagen hat nichts zu tun der versteht das geschäft der macht das gut der verdient sein geld aber das ist ein kampf jedes mal überhaupt von einer firma geld zu bekommen dafür dass er seine reichweite dass das die firma quasi seine reichweite nutzt uns also ich sag mal wenn wenn man zum beispiel sagt man hat eine größere kooperation und nur mal eine summe jetzt fiktiv zu nennen man würde jetzt 25.000 euro dafür kriegen so dann ist es ja für jemanden zuschauer der das vielleicht jetzt hört denkt boah ist das viel geld in den kommentaren heißt dann immer ich würde das nicht machen das ist aber anders wenn jemand wirklich kommt und dir die kohle hin nein 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 ich sag einfach eine kooperation das produkt ist safe du würdest das machen aber du musst halt dir unseren preis einig werden so und dann steht da meinetwegen 25.000 euro und jetzt fragte ich einer sag mal was christ nur für eine kooperation also jetzt rein fiktiv das sind jetzt keine echten zahlen weil das kann ja weniger kann mehr sein was weiß ich und dann sagst du ja für die kooperation für diese wie habe ich 25.000 euro so aber du hast natürlich erstmal ist es ja nicht brutto für netto dann hast du deine kosten du hast den ganzen apparat daran du musst dir auch gedanken machen vielleicht kommt jetzt die nächste krise und was drei monate überhaupt keine einnahmen aus solchen sachen und so weiter das heißt jemand der aus dem businessbereich kommt ja den beeindrucken ja solche zahlen nicht der kann das ja werten aber ich sag mal für einen regulären zuschauer der vielleicht im jahr 25.000 netto hat für den ist es ja eine ganz andere welt aber geld ist ja für mich einfach mittel zum zweck dass ich ideen habe und will die umsetzen will zum beispiel mal was weiß ich sagen okay man könnte noch irgendwie eine halle bauen mit wo man irgendwas mit klaren bauen kann geile oder siehe bestes beispiel jean pierre ja der macht gutes geld aber er hat immer diese motivation dass er was erschaffen will so und er hat immer reinvestiert und jean pierre wenn du mit jean pierre irgendwo einkaufen bist das ist nicht so dass er dann die kreditkarte zückt und hier jala jala nee er sagt mir das mehr zu teuer und hängt das hängt die klamotten zurück das kenne ich auch und das ist und das ist genau das thema was wir anfangs hatten reich oder du wirst nicht wohlhaben vom geld ausgeben und die leute die alles sehr sparsam und das ich hatte letzten augenfall im entfernten bekanntenkreis höre ich ja urlaub finanziert da denke ich alter da ist sein leben außer kontrolle weil wenn einer keine kohle hat und dann geht die waschmaschine kaputt und er muss einen kredit aufnehmen weil die waschmaschine kaputt ist das ist immer noch eine andere sache aber für für jala für rein konsum das ist naja aber mit den kooperationen ich habe ja auch schon kooperation abgelehnt oder letztens hatte ich auch mal eine anfrage da war das produkt gar nicht schlecht aber der preis stimmt einfach nicht weil du musst ja auch dich einordnen was hast du für eine reichweite was ist eine normale anzeigenpreis was sind normale marktpreise war das aber nicht wahnsinn ich habe so hunger jetzt wir jetzt ist es wieder unerhört wir essen in der sendung hast du auch bei dir im live stream mal außer müsse mit vollmund spricht man sich da bin ich zwar der letzte davon weil ich spreche immer mit mit 900 gramm im mund aber mehr aber spannendes thema kann man ausrufen darüber reden also ich habe es halt wichtig dass man den leuten die man schaut also ich kenne zum beispiel kanäle man überlegt sich ja auch immer wie macht man die werbung ich überlege das ja ständig dann gibt es natürlich die leute die in den werbeblock machen das finde ich immer recht charmant und ein gelber balken ab du weißt genau wie lang geht die werbung und dann ist das so quasi wie pn ist ein lesen das vor die also die das ist ein hosting so wie aus amerika aus dem podcast ja genau die lesen das vor und dann du weißt genau okay der 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 fühlt ist das nicht sondern es ist quasi so er er ließ das briefing jetzt ab und du weißt genau das ist jetzt wenn du das hosting ab nimmst okay dann gibt es leute wie ich wie das halt einfach integrieren ich mache nur dinge hinter denen ich stehen kann wo ich sagen kann das kann ich mit einem guten gewissen bewerben das mache ich und dann gibt es natürlich leute die bewerben alles die bewerben magenta tv brillen schuhe weiß der geier was das ist ja auch okay das kann ja jeder machen wie er will und es habe ich den punkt vergessen redet aber einfach weiter dass niemand versteht dass ich gerade dass jemand merkt dass sie den punkt ergeben faden verloren habe ich weiß ich weiß gar nicht was der punkt war aber es gibt halt verschiedene ansätze werbung zu machen und das muss halt auch jeder für sich selber entscheiden wie er die werbung macht aber ich finde man muss dahinter stehen können also die letzten kooperationen die wir gemacht haben könnt ihr auch mal den chat schreiben waren die leute kamen glaube ich sehr gut an mit den herstellern und so funktioniert das ja ja dass ich im prinzip die inhaltliche hoheit über mein format behalte den leuten das auch so kommunizieren und jetzt habe ich zum beispiel war das diese woche oder letzte woche da hatte ich einen call und da haben wir uns unterhalten es geht um produkte ich sag noch nicht das wird wahrscheinlich anfang nächsten jahres zu sehen sein da geht es um produkte da habe ich einen bezug zu ihr werdet das auch lieben weil das auch ein populäres produkt ist und ich habe mir die leute erst mal angeguckt und die leute dass das produkt stimmt die leute sind gut drauf das passt also für mich so und dann habe ich aber vorschläge gemacht wie ich das interessant fände dieses produkt auch vor ort zu zeigen meine meine eigene neugierde da rein zu bringen dass es ein mehrwert ist der hersteller hat natürlich den wert weil er hat reichweite das produkt werden dann viele kennen werden wahrscheinlich auch viele kaufen oder jetzt das thema mit den schaumeinlagen mit tech safe das video ist ja auch ganz gut angelaufen und die leute siehst du in den kommentaren sind begeistert sagen echter mehrwert kannte ich nicht cool und ich war ja selber total begeistert ich bin halt ja quatsch halt aber nee weil das ein cooles produkt ist und dann war ich auch bei den leuten vor ort und habe mir das angeguckt und da kann ich dann auch wirklich hinter stehen wenn die natürlich morgen den was weiß ich irgendwie scheißprodukte rausbringen weil irgendwie geschäftsführung wechselt oder irgendwas dann habe ich ja nicht in der hand genau so ist es doch hier bei adidas und so mit dem testimonial da hatten sie auch ein bisschen stress aber ich glaube hat er nicht noch eine abfindung bekommen mit kanälen und so ist doch alles gut die zu die community bekommt content wir können content weiterentwickeln wir können content überhaupt produzieren das könnte auch das wenn ich wenn ich überlegen was ich geld raus knall für projekte am anfang hatte ich hatte ich jede schraube am boden aufgehoben mittlerweile bin ich so dekadent wenn dann drei schrauben liegen kechse weg und schmeiße weg und dann fange ich nicht mehr an das ist dass diese dekadenz gönne ich mir aber nicht überlegen was so ein boot gekostet hat oder was meine projekte teilweise kosten das kannst du jetzt als kleiner kanal der jetzt keine werbegelder kriegt das kannst du finanziell gar nicht umsetzen also bei mir wenn ich klar ja schon geld raus das ist ja nicht so dass ich das boot so als ich baue das hätte auch geil für mich man kann es man kann es auch wahrscheinlich für den huni bauen oder das aber dann dass da fließt hat geld rein und das ist halt auch ich meine die werkstatt hier also ich weiß gar nicht wie so tief in das thema rein sollen ich denke die zuschauer interessiert das nur am rand das ist so mein empfinden weil ich finde eher dass wir so keine ahnung um irgendwas anders reden sollten weil das ist so ich weiß nicht wir haben eine abstimmung gemacht so dass das thema hier war stefan jetzt auch noch schreibt es ist ja die frage du musst dich am ende des tages gut fühlen und warum soll ich denn lügen und das mit mir rum tragen warum also ich hatte ja dieses thema mal mit diesen trinkmahlzeit dingen der witz ist hast du das nicht auch dieses weiter der witz ist ja ich bin ich konsumiere dieses y food und hast du eine kooperation ich die habe ich schon mehrfach angeschrieben ich hatte einmal eine kooperation gemacht aber die habe ich blöd durchgezogen weil ich so lecker banane und alle so das erfolge spielt und so stimmt war gespielt aber ich denke mir auch du hast ja auch über mir mal eine meinung über den anderen youtuber gesagt das ist also ich finde dass ich meine persönliche meinung ist ich könnte natürlich sagen hey leute ich habe das in der werkstatt wenn ich mal hunger habe oder so dann trinke ich das und das ist tatsächlich so aber ich denke mir das hat nichts mit basteln zu tun also ich krieg alles irgendwie in das thema werkstatt verpackt jeden scheiß kann ich dir irgendwie in das thema heimwerken im größeren kontext aber ich denke mir so nee ich verdiene gutes geld mir reicht das geld ich brauche nicht jeden scheißdreck machen ich mache eh schon finde ich viel aber für mich sind wichtig dass die sachen eine relevanz für meine zuschauerschaft haben ich hatte zum beispiel letztens einen artikel und das könnt ihr mir liebe zuschauer gerne mal beantworten das war von von crack du kennst diese bench cookies die kannst du ja ja so bench cookies sind wir ehrlich leute kauft das zeug nicht das ist eine holzscheibe da klebt der antirutschmantel drauf fertig von crack gab es aber so ein ding dann drehst du dann kommt zu der lackierpyramide raus okay die wollten die haben gesagt hör zu die und die artikel suchte welche raus welche du hier werbung machst und natürlich muss ich auch ein bisschen auf das geld achten dass der kanal umsatz macht und projekte mitarbeiter zu zahlen und da habe ich gedacht hätte das ja cool du drehst dran und kommt diese pyramide raus ist voll geil fürs lackieren oder so und dann stelle ich aber auch sachen vor von denen ich weiß ich werde sie nicht benutzen weil ich weiß dass es für die zuschauer von relevant ist pocket holzsystem werde ich demnächst wiederbewerben warum nicht weil ich selber benutze sondern weil ich finde dass ein pocket holzsystem also für mich ist das nichts aber für jemanden der mit dem holzwerken anfängt der schnell verbindungen machen möchte die gut halten der nicht ein krasses equipment hat für die für den ist das super deswegen ich versuche zu kuratieren was ist für meine zuschauer von relevanz und da fällt halt waifu draus brillen fallen raus magenta tv fällt raus das ist hat für mich nichts mit dem thema basteln zu tun ich werte das aber nicht wenn andere das machen das soll jeder selber machen wie er will und dann ist gut aber ich entscheide halt du entscheidest ja auch für deinen kanal was nimmst du mit rein also wenn jetzt magenta tv oder was weiß ich dann würde ich überlegen okay das hat ja direkt nichts mit dem kanal zu tun aber natürlich gucken alle zuschauer auch über internet oder was weiß ich und dann sage ich okay wenn wenn die summe stimmt dass ich auch und ich muss ja auch ein gegenwert haben umgekehrt also das muss ja weil es hat ich dann sage ich okay dann kann ich meine reichweite nutzen und kann kurzen adblock da rein machen aber dann das ist ja dann nicht das wäre blöd wenn ich dann sagen würde oder denken würde das ist ein scheiß produkt zum beispiel hier hier handy habe ich d1 hatte ich früher mal o2 war also oder e plus das war der größte schade er kamen hat auch die warte mir ist anders zimmer gehen ich habe scheiße empfangen weil ich bin ja auch unterwegs auf der autobahn ich konnte geschäftlich nicht durchgehen telefonieren telekom aber es muss ja nicht immer komplett mit dem kanal zu tun haben es kann ja auch mit der zuschauerschaft zum beispiel habe ich jetzt geguckt ich habe für den kunden gerade kp ist die performance indicators also einfach zahlen rausgesucht tatsächlich ich dachte es wäre nicht so schlimm aber anteil an weiblichen zuschauer 0,6 prozent ich glaube wir hatten mal zwei lustiger weise aber zum beispiel so ist es auch längst einem kanal hast du ich glaube ich hatte bei mir war es immer glaube relativ exakt bei fünf prozent ja aber so wenn ich zum beispiel messerundgänge machen die so ein bisschen weiter gefächert sind dann ist es nur mal drei prozent wenn ich autotests mache dann sind vielleicht auch mal bis zu zehn prozent aber mehr ist da nicht so wenn ihr zum beispiel was weiß ich 9 9 9 prozent auf dem bio nicht die abkamen nicht call mich nicht ich habe meine ich habe meine geliebte freundin braucht neun prozent ich wüsste woran es liegt jetzt müssen wir so schau mal ich wasche meine haare mit was auch immer 9 prozent vielleicht vielleicht basteln frauen auch aber aber steigen frau ich weiß ich weiß nicht warum sollte mich die frau anschauen weil sie so tief ins holzwerk einsteigen oder weil ihr mann das und für von ihrem account anguckt also ich will sollen wir gendern übrigens hier wir müssen jetzt alles gendern ist durch ihr bratwurst innen bei mir das ab jetzt im chat gegendet wird wir haben schon abgestimmt also das war vernichtende mehrheit war was hältst du von was hältst du von gendern nix totaler schwachsinn ich finde das auch dass es leuten entsprungen denen einfach langweilig ist weil warum war ich könnte jetzt genauso sagen ich fühle mich jetzt mal angegriffen ins kunden heißt ich finde das ich finde das also warum sollte sich eine frau beschweren wenn es in einem buch heißt keine ahnung also dafür also ich weiß nicht wie viele frauen zu tun hast aber ich habe mit vielen frauen zu tun ich habe das thema schon öfter ladies ladies boy ich habe das thema schon und ich habe noch keine frau gefunden die sagt ne finde ich gut möchte ich gerne sondern im gegenteil sagen innen das ist blödsinn innen dieser also die frauen die ich bisher gesprochen habe aktiv die sagen blödsinn dass ich sehe nur das problem das ist die wichtigeren probleme in deutschland das denke ich auch irgendwelche beschissenen ist das in dem podcast aufgefallen der hat die ganze zeit bei unserem kund dann hat er immer so ein verschluck also so kundinnen das war von dm der vorstand irgendwie und wenn unsere kundinnen dann kommen waren wir bei einer konferenz da man da viele vertreter innen ich denke mir so halt darf ich auf dem kanal ein bisschen so dann habe ich mir da halt eine beschissenes maul dafür soll sagen halt ein beschissenes maul das ist nur was ich dass einer ausgedacht hat aber die müssen ja alles was ist das sein und dann wirst du angegriffen was nicht machst das ist ja so ein quatsch dieses gendern das ist dieser dieses problem glaube ich dass wir so ein hype haben das ist halt politisch wenn du es nicht machst wirst du angekackt das ist das problem nämlich ich habe das also also das ist auch finde ich so ein bisschen so eine fehlentwicklung sieht man das hier oder ronald kannst du es bitte mal ausnehmen ist auch einfach so ein geiler name ronald 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 nicht roland ronald ronald siehst du willst du willst du nicht dass ich ein ständchen für dich spiele aber interessant finde ich auch wenn es dann zum beispiel anwältinnen ja das ist das kannst du dann kannst du das ja vorständen nein nein anwältinnen das ist ja dann der plural von weiblichen anwälten genauso wie und die anwälte selber genau wie ärztinnen da kommt der männliche arzt überhaupt nicht mehr drin vor es gibt was auf zu der diskussion gibt es gibt es einen ganz schlauen mann der der ist viral gegangen in den medien da schon lange kennst du bestimmt auch peterson jordan peterson und dann war er den wollen nachrichtensprecher innen immer angreifen dann gab es da so eine diskussion und ging es da um frauenquote und so und er hatte so ein geiles beispiel ich kann das jetzt nicht so geil rezitieren wie er aber dann sagte sie so was ist denn mit oder die interviewerin was ist denn mit der frauenquote und dann sagt er also wie gesagt leute bitte nehmen das nicht übel ich kann das nicht exakt rezitieren aber das ging also nach dem motto okay lasst uns über die frauenquote reden warum geht es immer um eine frauenquote in hohen positionen warum reden wir nicht mal darüber dass 99 prozent der maure männer sind da schreit niemand nach einer frauenquote das geht immer nur um die top levels da wollen sie eine frauenquote haben und wolfgang grupp hat gesagt frauenquote gab es bei uns noch nie frauen gibt es bei uns im unternehmen die haben sich hoch gearbeitet weil sie diese position verdient haben wir setzen die frau an irgendeine position nur dass wir eine frauenquote haben das wolfgang grupp sowieso legende trigema wird das sind legenden und alle das sind leute die haben meinungen da läuft es mir gleich kalten rücken unter solche leute sollten die politik lasst uns nicht nur politik reden du weißt warum ich weiß nicht mal wie unser bundeskanzler innen heißt deswegen aber es sind es ist teilweise ein bisschen traurig na ja immer endlich sagt man einer das was ich denke also kann man kann immer sagen youtube innen was ich verstehen ja könnte man ja noch eine männerquote schreien also ich da das ist alles zu politisch das ist also diese dinger fixen mich an ehrlich das ist folge also zum drauflegen ich finde die von der haptik schön das ist so ein handschmeichler das ist kennst du diese stress bälle ja das ist so ein bisschen hat er zum schalter und so der war leider das schnell kaputt gegangen möchte ist viel benutzt habe da war eigentlich da gell ich habe eine schalte benutzen ist das ding zerfallen leider stress cube das lehnt sich gut an so sollen wir wollen wir über powerbank reden wir haben neue bank innen power bank innen ja natürlich innen was schreiben die leute sowie truppe immer unterbricht daniel gruber deadlift ist auch dabei hätte du hast ja vorher auch bei den werkzeug news also ich erkenne auch viel der pascal ist auch da so kille dann der heiko ja heiko du kommst gar nicht mehr bei mir bin ich sad aber du kannst wahrscheinlich auch viele leute am namen schon oder das werden auch immer mehr und mehr dass die dann die man da kennt mit den jahren truppe wie findest du go to ist kein kommentar truppe hat er auch mal den halt die fresse steigen stimmt meine mutter mal bei seinem live stream und so weil ich die leute unterbrochen habe hat mir so ein so ein speck stein gegeben so einen grünen und dann habe ich dann den halt die fresse steigen genachte der mit der hand gehabt und dann ist ja auch ich mal so ein foto gemacht geschrieben leute was ist das man kann von ganz vielen was das ist der halt die fresse stein genau wiederholen sich ein paar fragen wie viel soll das kniebrett kosten ich glaube 17 90 oder so 17 8 also 17 90 um die 18 euro und da ein schnäppchen ist genau wird es einen adventskalender test geben ja planmäßig am sonntag 12 youtube uhrgesteine wo denn so was ist dein nächstes projekt groß aus aus friedern die uns aber nicht oder also ich bin kein urgestein hallo andere truppe was haltet ihr von mir walkie bist du nicht ja ich finde walkie gut innovativ kennen einige immer noch nicht hat teilweise bei vielen glaube ich kein kein image aber sehr sehr innovativ also haben wir auch oft schon gezeigt zum beispiel m12 system von mir walkie finde ich sind viele schöne produkte dabei m12 akkuschrauber dann gibt es ja so eine tauchpumpe auf 12 volt dann finde ich den kleinen kompressor super haben wir auch letztens benutzt als wir die moped reifen montiert haben mal eben kompressor mal eben aufzupumpen läuft und wohnwagen rum hast vier räder musste auch mal eben druck nachgucken machst das an der tankstelle renn es aber 20 mal hin und her zu diesem scheiß ding was dann immer drauf machen dann denkst du okay drauf jetzt muss aber auch mal zwei minuten oder eine minute dann machst du zehn sekunden ist das ding wieder leer dann denke ich er werde das denn erfunden und also man ich kenne ja ein paar leute auch beim walkie und wenn du siehst wie die leute unterwegs sind die wollen wirklich nach vorne das sind keine schlafnasen und das siehst du glaube ich auch sind auch in den produkten und was viele leute was viele leute nicht wissen milwaukee ist auch wie heißt der tti und das ist halt ein joint venture zwischen chinesen und einem deutschen ja auch anfang der 80er ist für die zuschauer ein joint venture ist wenn sich leute zusammenfinden um ein unternehmen zwei firmen zwei firmen ein unternehmen gründen hallo andere uwe schäffner schreibt noch mal das ist genau so ich habe mal mit jemandem gesprochen irgendwas mit dem duden zu tun hat oder auch irgendwie mit deutsch germanistik und so und er sagt auch dass das ist eigentlich blödsinn weil das gibt es eigentlich in der sprache nicht weil es ist halt so in der grammatik so vorgesehen ja dass das kindern thema dass das generische maskulin meistens genommen wird ja aber da hängen sie ja da das war ja gerade der aufhänge punkt für die personengruppe die entschieden hat da fühlt man sich diskriminiert ja also what's the point ich denke auch jeden tierchen sein pläserchen aber ich denke wir haben andere probleme ich stelle ja das kann also das ist auch undifferenziert zu sagen manchmal denke ich mir so was weiß ich unsere eltern generation oder großeltern nachkriegs generationen die wirtschaft so einer zeit die hatten andere probleme andere die hätten da wäre so ein thema wie gändern oder so das zeigt ja auch wie gut es der gesellschaft geht das ist ja immer so wenn du wissen willst wie gut geht es der gesellschaft dann guckst du im supermarkt wie viele tuben zahnpasta stehen im regal oder durch solche sachen weil sonst herren die leute gar nicht und zum beispiel mülltrennung ich war vor jahren schon in russland oder in sibirien da da hat man ihn geschissen auf mülltrennung irgendwas und meine oma und ich müll im garten verbrannt haben vor das kenne ich auch noch war eine große haben einen großen haufen gemacht mit dem müll haben wir angezündet ja das hat dann lieber den gehauen aber es ist ja nicht richtig es ist ja nicht richtig gewesen dass die ich war auch in amerika früher da haben sie auch am walmart park daten ölwechsel gemacht das sind da hatte ich für unmöglichkeiten da sind leute mit einer ölkanne aus dem bau mal gekommen haben aufgeschraubt zack und also da dachte ich ja auch so auf dem boden einfach ja und in russland habe ich das auch gesehen mit großen baumaschinen da ist irgendwie mal eben so 600 liter motoröl oder so schraube auf und einfach ins erdreich dass das dass das das ja also allerdings so ist dass das ist schlimm also da denkst du ja und dann ist dieses kleine land deutschland wo alles richtig machen möchte ja aber dass in pakistan da lassen sie auch aber die boden fliehen aber diese argumentation ist ja völlig hanebüchen weil dann wird es ja auch sagen ja ich bin jetzt rechtschaffend und bin nicht kriminell und woanders sind sie kriminelle kriminelle ist natürlich moralisch und integer ist das bullshit wir haben natürlich auch den wohlstand dass wir im prinzip hingehen können und sagen so wir machen uns gedanken um co2 abdruck und und was weiß ich oder was der links jetzt auch beim umr grüße gegen hausland für die bestermeyer cooler typ der hatte das den podcast mit dem rossmann von rossmann progeriemärkte und er hat ja auch drei bücher geschrieben da ging es ja auch hier um co2 und tierhaltung und so weiter und er sagt er ist kein radikaler jetzt sagt nur noch vegan das kommt auch da mal runter aber er sagt er macht jetzt er ist jetzt nur noch einmal die woche fleisch statt zweimal oder so ja aber gut dass du fragst wie ich mir walkie finde dann beantworte ich die frage mal ja da sind wir abgewogen gut ja wo möchtest du nein also in meiner wahrnehmung ist mit walkie erst vor ein paar jahren aufgetaucht früher mal in meiner wahrnehmung so bosch blau so bosch blau hätte meine wahrnehmung stark nachgelassen ich habe jetzt nicht so eine qualifizierung wie du weil du machst das ja jeden tag aber du hast mir sondern das darf ich jetzt nicht sagen aber ich habe ja jetzt einen milwaukee akkuschrauber und der wirkt sehr sehr wertig ich habe mit dem noch nicht gearbeitet aber der wirkt sehr sehr wertig und in meiner wahrnehmung ist bekannter von mir hat in seiner werkstatt auch milwaukee und er ist auch sehr begeistert also für mich ist das schon auch ich habe auch schon bei milwaukee angefragt und sagt hey wie schaut's aus dann war eben auch so nee also wir wollen nicht in mit mit dir in verbindung gebracht werden weil wir sind profi werkzeug und das passt nicht zu unserem image das ist auch für mich in ordnung ja also passt aber das zeigt ja auch dass mir walkie als pro tool firma wahrgenommen werden will und das denke ich kannst du ja auch unterstreichen dass das schon heavy duty zeug ist und nicht so spielzeug sieht man ja auch wahrscheinlich ein bisschen am preis dass das jetzt nicht in der in der budgetklasse stattfindet truppe wird wie locke die leute schreiten immer noch energiesparplan und so weiter wir haben alles probiert ich habe es eben locken ist auch da schau siehst du gerade reden was ich muss mal wieder ein hüsterchen raus ich könnte auch mal jetzt ein gösser vertragen aber wer alles vorbei kommt es ist ganz ehrlich die youtube welt ist schon irgendwo auch klein gell wenn man so guckt das sind es ist man man kennt sich so einfach man kennt sich so locker die alte bitte aber lockes risiko das ist ja ein tag da wirkst du klein gegen locke locker ist doch gar von mann und die haare schauen so krass aus bei locke das ist so das wird natur so ist das lustig ist das natur bei dir oder das natur dass er ich wette er ist teilweise unzufrieden aber schon super cool aus weil leute die locken haben und glatte haare die glatte haben haben wollen locken aber bei locke schaut dass das das ist aber das ist das ist das ist so eine so eine stilicode fast mit seinem haaren locker ist locker ist der sascha lobo des youtubes bitte was locker ist sascha lobo des youtubes kenne ich nicht sascha lobo ist so ein kolumnist bei spiegel und so den hast du schon mal gesehen hat zum roten euro käsen und gottes will meine haare sind die welt das ist ja geil schon mal wenn jemand seine haare geil findet weil leute wie gesagt leute locken aber ich jetzt so glatt die haare aber ist ja geil wenn er das selber feiert hat man schon keine problematiken mehr beim friseur wie sollen was schneiden ja keine ahnung du bist der friseur mach mal genau fünf millimeter übergang als ich das erste mal in amerika ich habe ja mal in chicago da gelebt und dann hatte ich auch irgendwie wenig zeit zum friseur zu gehen das hat sich irgendwie nicht ergeben und dann und dann sagt dann arbeitskollege du seine freundin ist friseurin und ob ein termin machen soll ich sage super dann und dann bin ich da und dann sitzt du und beschreibt da mal nähe dann beschreibt man auf englisch als nicht nativer sprecher wie du die haare das ist da ja short hier longer weißt du normalerweise ja machen wir die stufen so ein bisschen hier ein bisschen angestuft da ein bisschen den ansatz blablabla ich war völlig los erinnern dass ich ach du scheiße was das so wird aber es ging was wir das machen würde ok google die und die frisur ja das kann ich mit thailänder erklären so was in thailand übrigens so ja locker müsste ich auch mal wieder hin aber das ist schon locker ich neide die übrigens deine halle aber ich neide nicht die heizkosten was war ich bei locke los hat ein ausschnitt gemacht für den baum habe ich gestern ein bisschen geguckt den kanal und er hatte den abschnitt wieder zu betoniert locke was war da los ist ein betongebnis hat zack loch rein die bodenplatte und dann so an immer wieder zu locke was war da los der baum hat da waren warum drin also einen lebendigen baum kann ich okay der baum war der wollte der wollte quasi im baum in der ich denke der braucht der braucht aber schein sonnenlicht hierfür die ganze foto nicht photovoltaik heißt das fotos und these photovoltaik genau wer kennt sich an dem baum die steckdose genau einfach 230 volt zack direkt im baum locker ist locke ist bei degenhardt glaube ich in dortmund halle 77 ja ja der auto youtuber also ja ist der auto ja schon jetzt grad oder was oder wie das da oben magdeburg oder auch da irgendwo im island da drüben es ist doch locke irgendwo oder oder wo ist es ist aber eine wo in brottewitz da ist nix da fährst du erst mal eine stunde oder anderthalb ist überhaupt wieder eine autobahn trifft das finde ich schon immer heftig und dann ist natürlich die miete auch günstig sagen also bei uns so eine halle da zahlst du so 16 millionen pro monat und pro quadratmeter also ich schaue mich ja auch schon um aber 16 millionen pro monat kauf war ein witz ach so ja natürlich das war eine leichte übertreibung war das wie sind bei euch so die preise wenn ich gibt es bei euch überhaupt hier halten im in drei kilometer und heißt da gibt es wahrscheinlich ruhrgebiet gibt es auch ein bisschen teilweise leerstand aber natürlich auch nicht für 250 ist klar aber 250 so locker ist der pop ross der motorsäge das ist das ist mal geil der treater trees of rentier gifte gifte gibt immer hand kann ich mir gut vorstellen wollen wir ein experiment mit der powerbank machen seit jemand gerade geschrieben ja lass mal also ich kann schon sagen mein handy wird da nicht schnell geladen da stand irgendwie so gefühlt dran 634 tage bis das handy voll ist also ja aber du meinst die andere weil hier kannst du gar nicht induktiv mit laden ja das kann sein oder kann ihnen aber die andere da drüben das hat das hat das stand auch zeiten dann wo ich mir denke jung ist das dann er zeigt mal die andere die ganze zeit so leer ich verstehe es gar nicht ich mache doch gar nichts damit ja so wir machen die mann ich habe ja die groß oder die fast große ja und ich habe die im sommer vor zwei monaten geladen mal wo die ankam das war so geil einfach du machst dieses panel auf und dann pumpt 100 watt rein ich dachte mir so wie tom hanks so ich habe feuer gemacht ich habe der sonne strom geklaut das war total passiert gar nichts warum weil ich meine sp moto hülle habe dann ist der abstand zu groß so aber die werden glaube ich induktiv mit zehn watt oder so geladen mann gibt es ja mittlerweile auch von aber dass er das ist ja solche power bank sowas hier das ist ja jetzt gibt es ja blue yeti hast du das ist auch irgendwas gesagt dann gibt es ja delta flow aber grundsätzlich mein wir können ja so ein bisschen zum thema überleiten bekannte von mir also kleine vorgeschichte es gibt ja es gibt so einen roman der nennt sich blackout da geht es um die thematik wenn ein stromausfall in deutschland ist nach vier tagen herrscht kriegszustand hier weil also das in dem buch ging es darum da hat er hat ganz kurz gesagt wurde quasi die die diese diese netzbetreiber wurden gehackt und dann wurde quasi der strom lahm gelegt in deutschland und dann ist das buch ist fakten basiert ich weiß gar nicht mehr alsberg hat das glaube ich geschrieben das hatte mit der regierung auf fakten der regierung basierend geschrieben und letztens war ein bekannter bei mir der so angehen empfänglich ist für so verschwörungstheorien und der hat nach dem buch direkt so einen raum seinem haus so regale rein und krass vorräte aufgestockte notfallrucksack und so ist die da würde ich das würde ich kann man die zuschauer auch weitergeben es seid ihr weil die regierung schlägt ja vor du brauchst wasser pro person zwei liter pro tag für mindestens zwei wochen aber dann reden wir auch von dem vorrat wo wir dann locker flockig mal bei 1000 2000 euro sind wo du an essen daheim hast das weil wenn stromausfall ist ist der supermarkt ich habe kannst jeden supermarkt fragen sagt er in eineinhalb tagen ist hier alles weg und dann gilt das recht des stärkeren und dann brauchst du mit deinem geld nicht mehr kommen dass dann wird benzin geklaut also ich kann jedem den roman blackout empfehlen ich glaube von mark elsberg ultra spannend macht einem ein bisschen angst und um jetzt wieder zurückzukommen auf diese thematik ich meine das ding das jetzt nicht aber der größere kann 230 volt bringt es ja auch 230 jaja aber da was was kann man jetzt mit so ein bisschen die bogen zu finden diese thematik die ja auch gerade ein bisschen ich habe gedacht die thematik ist ja auch ein bisschen so wenn man sich so quasi so da gibt jetzt prepper das ja auch so eine szene die dann sich so auf so krassere sachen vorbereiten aber dass das trifft ja schon ein bisschen den zahn der zeit so eine box daheim zu haben wo ich auch mal ein radio betreiben kann oder ein fernseher oder mixer oder ein herd oder irgendwas also dass ich sehe die dinge eigentlich nicht um zu hause irgendwas betreiben zu müssen oder die können prepper lieber beaufort 12 top ist prepper gar nicht hast du hast du jetzt wirklich da bist du bewusst seid ihr auch ihr zuschauer auch seid ihr macht machst du meine umfrage marco zu vorbereitet auf auf stromausfall oder irgendwie sowas wenn jetzt hier der strom ausfällt bist du vorbereitet mit einer kerze und einem gas herd in irgendeiner art und weise ja für normalen stromausfall von tagen theoretisch ja weil ich stromerzeuger habe ja gut man muss ja man muss ja auch weiter überlegen dann funktioniert unser abflusssystem nicht mehr fäkalien du kannst in die ecke kacken oder ins klo das geht genau einmal dann kommt kein wasser mehr aus dem wasserhahn kein strom mehr die handy-netze brechen zusammen du kannst sie mal mehr anrufen an den tankstellen geht die tanke nicht mehr weil das ist strom betrieben das geht also lest das buch leute die bittig könnt ihr die zehn die zehn aber was kann man verliert von mir link von mir aber das dass das ist lest das buch das geht so krass tief rein dass du dir denkst drei teile kein strom wir sind am arsch wir sind am arsch ja ich halte aber für panikmacher also die regierung also das ist ja nirgends ein thema ist die frage ist nicht ob es kommt sondern die frage ist nur wann es kommt da ist es ist ein bisschen es ist also ich habe mich jetzt auch nicht vorbereitet weil sonst du musst das thema ja wenn du es machst finde ich musst du das thema jan von a bis z also ich fange nicht an zu sagen okay komm ich lege mir jetzt irgendwie 300 liter mineralwasser daheim hin und passt schon sondern muss ich ja sagen okay wie ernst nehme ich das thema und und wie viel bin ich bereit zu investieren weil das geht es ja um geld auch die ich das ich haben muss wo ich ja vielleicht besten frage brauche aber also ich bin nicht vorbereitet gebe ich offen zu aber ich weiß nicht ob es schlau oder ob es dumm ist ich weiß es nicht also ich bin dafür nicht empfänglich also ein stromausfall wir reden immer von tagen reden nicht von mal eine stunde es gab ja es gab ja zum beispiel in dem winterchaos ende siebziger jahre in norddeutschland glaube ich und in ostdeutschland war ja auch mal sowas da hatten ja genau ungefähr diese zustände da hatten die mal eine woche waren die abgeschnitten diese ländlichen ja zum beispiel in norddeutschland ländliches wieder die sind tendenziell eher bauernhäuser die noch einen kachelofen haben nein 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 die hatten das problem dass sie konnte nicht abgemolken werden weil die melkanlagen nicht funktionierten und da haben die die bauern da gibt es auch dokus müsst ihr mal gucken irgendwie ndr oder so was irgendwie über das schneechaos winterchaos ende siebziger jahre gab es auch so ein berühmtes sterntitelbild von den typen reporter redakteur der ist glaube ich mit dem hubschrauber über die autobahn und da war so ein da sieht man die autobahn allerdings ist später rausgekommen glaube ich dass das vorgeschrieben retuschiert war um es noch ein bisschen dramatischer zu machen wo die autos da verlassen auf der überschneiden fahrbahn stehen und das war schon dramatisch 64 prozent sind auch nicht vorbereitet dass das war dann halt auch dramatisch weil die ländlichen regionen waren nicht mehr erreichbar da gab es dann so sachen wo dann sich leute auch mit dem hubschrauber konnten die da nicht landen wenn zum beispiel eine hochschwangere frau ins krankenhaus musste oder so dann sind sie mit panzern die haben konnten den handeln willst du denn im tiefschnee wenn du so tiefschnee wo willst nach so und die häuser waren teilweise eingeschnallt dann und da in dieser einen reportage ist auch ein bauer dabei der ist am heulen weil sein vieh schreit vor schmerzen also die kühe schreien weil die die euter voll haben und das hat schon gegeben dann im osten war das problem das aber hausgemacht dass die energie die stromversorgung die stromerzeugung war im osten ja ziemlich auf kannte genäht mich dass tatsächlich hier 36 prozent vorbereitet sind ja die frage was haben die einfach irgendwo so ein power bank haben die ja genau oder ist es jetzt wirklich hardcore mäßig dass sie was ich für zwei wochen vorräte haben münsterland wir hatten ja auch mal im blackout da sind die da war dieser eisregen da sind glaube ich die strommasten eingestürzt und im osten war das auch weil die hatten braunkohletagebau und dann war eine unheimliche kältewelle und dann konnten die die braunkohle nicht mehr im winter passieren muss warum kann das nicht bei sonnenschein naja aber also ich bin da jetzt nicht so empfänglich für aber es haben wir also empfänglich das schwingt bei mir mit das ist so ja das hat so einen verschwörungstechnischen haus hat es auch für mich naja aber jetzt mal also hast du also wenn du das buch gelesen das ist ja fakten basiert das ist ja nicht so so das stromnetz bricht zusammen und dann beziehen wir strom aus frankreich und schalten an da müssen netze synchronisiert werden da müssen da müssen transformatoren über tage hochgefahren werden also wie das ich rezitiere nur das buch das ist nicht so einfach war hast du hast das hat ja mit verschwörungstheorie relativ wenig zu tun aber du bist ab und dafür sprechen aber wo nimmst du denn her dass es die fakten sind weil du bist ja kein fachmann woher nimmst du die dingen dass es nicht die fakten sind ja ich habe ja die ich habe das buch nicht gelesen wenn du sagst du schon mal wenige informationen dass ich zumindest schon mal ja ich habe aber informationen über die energieversorgung wie netze funktionieren und woher hast du die info gibt's bücher was ja genau wie das buch wo ja wachten aber rund einer aber du bist du dir aber du willst dir ein gewisses know-how über querverweise über quer lesen indem du mehrere quellen auch dir zu gute nimmst wenn ich leute höre die sagen ich habe jetzt eine krasse meinung über was aber ich habe ein buch gelesen oder so oder immer auch dieses aber die regierung sagt ja selber dass es dazu kommen kann also es ist ja wir reden ja hier nicht von pass auf die erde ist flach und innen leben grüne männchen also wir reden ja nicht von wir reden von einem stromausfall der passiert ist also jetzt geht es ja gerade um das thema ist das ist das verschwörungstheoretisch angehaucht und das ist realistisch also ich bin sehr sehr unempfänglich für so verschwörungstheorien aber ein stromausfall finde ich jetzt nichts was an den haaren herbeigezogen ist also das ist das ist ja ein thema was jede sekunde passieren könnte muss das aluhut thema sein er hat ja kein aluhut thema also ich finde das also ich finde das jetzt keine verschwörungstheorien dass es die blackout geschichten basieren auf smartmetern die es so defakt nicht gibt in der form smart meter gibt es schon also wir haben smart meter daheim ja aber die können schrommisch halten das weiß ich nicht das ist ja klar ja also ich finde das also gut das ist natürlich jetzt wieder in so ein kritisches thema also ich finde es das stromausfall thema kein verschwörungstheorie verschwörungstheorie sind für mich so steckt hinter der regierung jemand der will dass wir klein bleiben das sind für mich so klassische fisch oder was ist für dich nicht verschwörungstheorie hier komm her was ist für dich jetzt so die verschwörungstheorie der gerald schreibt nur was der stromausfall verschwörungstheorie was sagst du so persönlich auch nicht so was sagst du dominik und damit wir mal runterkommen was sagst du so ist das für dich verschwörungstheorie so stark natürlich 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 was ist deine was ist deine meinung okay alles klar marco ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt ich habe ein ein buch gelesen und das ist faktenbasierte steht auch drin und die regierung selber hat aber faktenbasiert ist schon immer sehr kritisch weil was ist faktenbasiert du kannst du zum beispiel wenn der strom weg ist ist der fakt dass wir dass die kühltruhe in 24 stunden das dann fängt dass der fleisch an zu verdärmen gut aber ja also aber faktenbasiert dass es passieren kann ist natürlich das ist unsicher aber die auswirkungen da braucht man nicht darüber diskutieren ja dass unser leben drastisch eingeschränkt ist aber ich habe in usa gelebt da war es häufiger dass es stromausfälle gibt da leben die leute auch mit stromausfällen aber das ist er in der versorgung mal acht stunden wir reden ja von tagen wir reden von tagen wir reden nicht mal von auch scheiße fünf stunden kalt und scheiße man moschee kommt auf andere nicht so viel süßigkeiten und dann ist so übel habe ich gerade keinen bock ich bin die frage ich denke mir so okay wenn es jetzt irgendwie prepper und was weiß ich wenn alles den bach runter geht dann bist du nach zwei wochen ist er am arsch ja das ist das ist auch meine ausrede für mich um mich vorbereiten zu müssen nicht auch wenn es dann so weit runter gehen dann ziehe ich erst mal in meinen wohnwagen da habe ich gasvorräte für heizung und dann kommt der nächste der haut hier aufs maul noch drei tagen weil er keine gasvorräte hat ein bisschen und dann drei mal ok dann kommen die zombies von walking dead sind auch hinterher und dann leben wir alle in apokalypse also ich denke mir so ich habe so viele themen in meinem leben die vorantreiben will ja was denn zum beispiel erzählen jetzt auch keinen bock und nur weil ich nur weil ich ein buch lese also wenn ich mir eine meinung bilde und wenn ich denke okay ich komme jetzt in einem bereich wo ich denke da ändert sich irgendwo mein meinungsbild dann bin ich sofort dass ich noch fünf andere quellen bücher lese und da musst du auch gucken aus welchen ecken kommen die weil ansonsten bist du in deinem confirmation bias also das gehirn ist ja das gehirn will sich ja einfach machen und das gehirn wenn das gehirn sucht sich ja letztendlich die lösung oder die quellen die dann das vorurteil auch bekräftigen das ist ja so konnte also ich sehe auch in dem kommentar ist ein sehr kontroverses thema ja also ich sage dir ganz ehrlich mit dem thema bleiben ohne das thema ich habe ich habe ich habe einen sehr 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 guten freund und wir unterhalten uns und er ist sehr und er ist sehr empfänglich für so für so verschwörungstheorien irgendwann meint er mal so ja hier und er hat da letzten so ein youtube video gesehen und so und das war echt überzeugend und er hat sich dann auch informiert und so und ich denke mir schon was was kommt jetzt und er sich haben dass ich habe das auch nachgeprüft und dies und das und jenes und so und er hatte errechnet dass wenn der umfang der erde und so das müsste ich ja schneller drehen und so und er denkt es schon auch eher so dass da was dran sein könnte dass die erde in hohl ist und und ich dann und ich genau und ich dann so ich ja ohne scheiß und dann und ich so so sag ich so wie jetzt und er so ja die haben das berechnet und die masse der erde das müsste viel schneller sein und da die müsste ja eigentlich hohl sein und die gehen davon aus dass der menschenleben weil das erinnern größer ist und sage ich so pass auf ich kenne dich sehr sehr lange du bist ein super freund aber wenn du das ernsthaft jetzt glaubst und mir erzählen willst dann endet hier heute und jetzt unsere freundschaft weil das ist bullshit was du erzählst das dann ein bisschen zurückgerudert oder so und letztens waren sie wieder daran aber das corona thema ist ja auch ein thema was die gesellschaft sehr spaltet ich erlaube mir da keine meinung und dann war auch so das thema und dann dann sage ich auch so sage ich leute ihr kommt der grenze sehr nahe wo ich sage ich breche den kontakt mit euch ab weil das ist mir zu wird was ihr davon euch gibt gibt es bei dir wo du sagst wenn wenn jetzt ein sehr 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 guter freund oder so mit zu theorien ankommt wo also ich meine dass die erde rund ist da brauchen wir sich darüber diskutieren oder da ist nicht irgendwie die erde ist vielleicht doch flach also das ist kein thema aber es könnte eine scheibe ja genau aber wo würde es bei ihren grund geben oder eine eine grenze wo du wo du für dich entscheiden würdest mit dieser person möchte ich aufgrund dieser meinung nichts mehr zu tun haben also wenn jetzt zum beispiel einer auf einmal anfängt antisemitisch oder rechtspopulistisch und so dann dann wird schwer weil das schon zu krass dann ist wenn jetzt einer anfängt irgendwo mit er will ich überzeugen dass die erde flach ist so er redet aber wieder darüber und so ein graf das problem wird sein dass du solche leute in der regel nicht erreichst nee aber dann ist finde ich auch der grund zu sagen hier endet die freundschaft weil man hat dann zu unterschiedliche sichtweisen auf gewisse dinge und das kann ich dann nicht mehr vereinbaren ich sag mal wenn jetzt mal ganz krass gesagt wenn jetzt einer denkt die erd ist eine scheibe dann denke ich okay der hat das ist wird das ist dann ist klar die mondlandung hat stattgefunden genau genau damit das fähnchen oder das fähnchen weht oder so ist ein anderes thema wollen wir jetzt nicht wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen robert müller würde nicht mit andré tauschen man na gut es gibt immer die leute was ist das für ein clown also ich habe hatte schon so kommentare gelesen wer ist der clown was soll das bootruppe kam das schon bestimmt ja kommt immer welcher clown das ist ja ich bin auch schon wenn ich beim igor bin auf dem kanal ja das ist das ist hier pass auf was wo vor zwölf grad scheint kontakt abbrechen ist eigentlich die schlechteste möglichkeit weil das problem was ich sehe gerade auch im internet ist schwarz-weiß und die leute haben keine diskussionskultur ganz ehrlich wenn er denkt wenn er mich überzeugt also ganz ehrlich ich bin ich bin jetzt nicht in der lage mit jemandem fakten basierte zu diskutieren okay aber du musst sagen die erde ist rund ja aber du machst ja das ist ja auch ein krasses beispiel so die frage ist wenn jetzt ernsthaft jemand so drauf ist und sagt die er dass eine scheibe flat erster und so weiter ist glaube ich eh nicht so viel schnittmenge zwischen euch dann ist es dann ist schon unwahrscheinlich dass ein sehr guter freund die jungs kein handy wenn der arbeit aber ehrlich das problem ist dass die ganze dass die diskussionskultur du es wird nicht mehr diskutiert angeregt so es wird sofort schwarz weiß dann wird gehated im netz und die leute denken dass es schick also weil was gibt's denn cooleres als wirklich auf einem sachlichen level sich mal mit leuten auch die stirn zu bieten und wirklich mal zu diskutieren wie willst du jetzt mal ganz aber das ist ein extremes beispiel es gibt doch viele andere sachen wo man sich zum beispiel was weiß ich unterhalten kann über ukraine krise und so weiter und so fort aber also ich habe ich habe für mich festgestellt dass gerade so also ich bin wirklich das muss ich jetzt vorausschicken ich bin ich weiß politisch so gut wie gar nichts ich habe auch zu corona aber was was ich finde ist keiner von uns niemand kann sich eigentlich eine meinung erlauben hinter der er steht wenn man tatsächlich schon mal wenn man ich weiß nicht wie das ist mal über die powerbank ja ja das ist jetzt das ist ein bisschen sehr abgeschweift aber das leh aber nur so aber nur so vorbei geschraubt sie so haben thema aber ich will die ganze zeit über diese powerbank reden da saß eben eins will ich eben um zu ende bringen jetzt kommen wir wieder auf irgendwelchen platte außer scheiß ist das neue alte da ist nein das ist die neue river die gibt es glaube ich jetzt seit heute ach das ist die neue ich habe ja das ist die neue weil die schaut so ein bisschen sneaker aus und so ich habe gedacht dass ich finde die wir hatten euch ja neulich schon die delta 2 gezeigt von eco flow die kommt übrigens auch irgendwann auf meinem kanal aber das dauert noch ist ist im prinzip eine eco flow die lithium eisenphosphat ich finde so was ich so krass geil an die finden dass du so wenn du fuchs nicht so der aktiv in ein thema rein das müssen wir mal ganz schwer fällt neben dir zu stehen so der truppe was hältst du von mir walkie ja sorry ich kann nur so eine so eine subjektive meinung bei dir ist also du liest zu 86 stunden über die akku technologie und 438 stunden wie gehäuse gegossen werden da kann halt keiner mithalten oder das ist so krass wie er sich in themen du kannst mit ihm brauchst du nicht diskutieren weil er hat sich 68 stunden eingelesen und dann kommst du und sagst ja das gehäuse ist nicht gut doch das ist gut weil das 38 prozent glasfaser das wird so und dann denkst du dir so ja okay dann ist das thema durch weil ja wieso ich finde ich bin das ja ich bin immer offen für eine diskussion aber du wirst du bist da sehr krass also was ich nicht mal in der materie ich mag wo ich mich zurückziehe wenn ich leute mit leuten diskutieren und ich merke die sind nicht so ein thema aber das kann kaum haben auch natürlich natürlich aber die hauen einfach einen standpunkt raus und sagen ich kenne mich hier aus blablabla und das ist so und so und dann merkst du okay die sind nicht so im thema aber mit dir kann es können es wenig aufnehmen die jetzt nicht so wie ich meine du weißt ja aber so vieles so gut ich weiß nicht wozu das ist ja ist wir werden es raus wenn ja ich es gibt hier glaube ich noch ein backup akku oder so ein zusatz akku das man dem mechatronikermeister anjungen das weiß ich noch mal eine geschichte mit unserem kaputten kompressor dann war der kompressor auseinander und du sagst ich weiß auch nicht und dann lagen das lag das ding da kompressor ja ich hatte mal ein kompressor da war der moment der war hallo kollege das wollen wir gleich mal richtig stellen ja der war schon kaputt er war der meinte so ja der ist kaputt ja und dann habe ich irgendwas am motor umgeschraubt der war ja schon kaputt und dann war irgendwie ein deckel runter da war irgendwas abgebrochen soll ja kriege ich mir zu sagen das ich wollte den kompressor weil das ein garantie fall ist einfach zurück schicken und keinen stress damit haben natürlich in den kompressor nein lass das jetzt das fängt schon wieder an wie bei dem hobel test damals also ich weiß noch wo wir diese diese riesengroße bosch power akku bank nachts bei dem keller zerlegt hatten und dann so zusammenschrauben dann du mir keinen bock lass liegen und die lacht dann da ewig lang komplett zerlegt weiter aufmachen kann nein das machst du nicht du hast jetzt hier schon machen dran gemacht und das ist genau das weißt du was nämlich dann der unterschied ist fummelt jetzt irgendwas rum das ist auch das erfolgsrezept eines kanals du hast von sachen oft keine ahnung du machst einfach ja dann machst du face es geht kaputt es geht schief und so weiter und das ist das so schlimm dass ich an der schraube man drehen will ich habe gemerkt es geht nicht das letzten schaden oder was ja das ist auf jeden fall eine macke oh mein gott das ist ein teil zu benutzen das ist das ja das ist ja unterschiedlich es kann aber auch noch sein dass sie überhaupt nichts zu machen ist und ich würde mir jetzt das das manual nehmen und würde jetzt mal kurz lesen und dann wüsste ich okay ich weiß wie es geht oder ich weiß wie es nicht geht und du bist halt der typ du machst einfach ich habe nämlich heute zum beispiel oder gestern ein video von spät ich muss leider gehen ich habe ein video von den von den real life guys gesehen ja die haben jetzt mit hornbach so eine kooperation die haben so ein haus gekauft oder ich weiß es auch nicht habe nur dieses video und da schreiben sie ja wir bauen das erste projekt wir brauchen ein pool unser haus und dann ja wir wollten ein pool wo wir das durch treppenhaus rein springen können dachte ich so cool cool was auch ich dachte im ersten moment cool die schachten jetzt im keller noch mal einen richtigen pool aus wenn die aus dem treppenhaus dann muss das ja locker drei vier meter tief sein cool ja und dann gucke ich weiter dann sehe ich okay die machen mit dem ständerbauwerk mit osb platten und einer plastikplane machen die da so ein wasser bass hängen dann kommt die feuerwehr natürlich ist das ding nicht dicht das ganze wasser fällt raus und dann hast du diesen effekt es geht schief und dann hast du diese dramaturgie aber da dachte ich das ist bullshit weil wenn ich was bauen will dann informiere ich mich maß richtig das problem ist nur dass der content dann nicht funktioniert weil dann hast du eben das ist langweilig dann machst du was es funktioniert wunderbar machst du es aber nicht richtig genau wie diese was weiß ich moped expedition oder wüsten expedition wurde mit irgendeinem baufälligen auto oder motorrad in die wüste oder irgendwo fährst das ding geht sofort kaputt jeder normale mensch würde das richtig durch checken wäre das ja gewünscht so aber das ist und dann dass das geht so ab und das ist mir zu sei ich das ist mir zu schwach weil wenn ich wenn ich eine wüsten expedition oder wenn ich mit dem motorrad jetzt und dann auch dass ich 6 dr hier in so einem trailer hinter mit fährt das wird eigentlich verreckt die nein aber dann mache ich es richtig dann fahre ich nicht mit einem moped zu wo der vergaser total versifft ist wo ich dann weiß okay dass das ist auf messerschneide die kann jeden moment stehen bleiben aber für die story ist natürlich lustig trallala aber das ist mir zu seicht so bei dir kann es zuschauer oder als als kleines vor allen dingen als zuschauer weil wenn ich das sehe weiß ich doch schon was jetzt gleich kommt aber da geht was schief große katastrophe bla 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 große heulerei wenn bei mir was schief geht eine panne oder so dann mache ich doch keine story wir waren doch jetzt auch in marokko dann ist ja das ding auch mal ausgegangen mit den links und so da gehe ich doch nicht hin auch scheiße leute ich weiß nicht mehr was ich machen soll der sprittern ist aus abgebrochen samt der katastrophe das ist doch bin ich dass da da bin da sehe ich mich nicht wenn du was machst du hast keinen plan du machst einfach geht was schief das gehört ja zum konzept ich muss dich ja an der stelle unterbrechen das ist das ist quark was du hier von dir lässt wieso ich habe schon einen plan was ich mache also dass du du stellst mir gerade als ob ich da einen schrank du was denkst du wie für stunden dran wenn was schief läuft ist es ja okay habe ich ich plan zum beispiel nicht lasst was schief laufen also ich das zurück in ein falsches licht nein das bereite mich sehr wohl aber ich bin halt eine andere herangehensweise als du ich habe in meinem leben schon sehr viel zerlegt ich weiß nicht ob du ich wahrscheinlich auch aber ich würde es darum probieren wenn er jetzt hier das plastik ein bisschen ist mir scheißegal am besten im kleinen schraubens wenn ich dann nicht also ich finde das jetzt nicht unvorbereitet wir haben einfach eine andere herangehensweise an dinge du liest betriebsanleitungen ich nicht deine ansichtsweise ist natürlich wahrscheinlich ist tendenziell besser weil du da informationen raus ziehst aber meine ist ja deswegen nicht falsch wir machen eine abstimmung regie lest ihr betriebsanleitung bevor du bei männern bei männern glaube ich ist ist der ist also ich hatte es letztens wieder kamen grundsätzlich so die liest betriebsanleitung jetzt habe ich das ding schon aufgebaut aber es geht ja wir müssen jetzt ja unterscheiden bei einem komplexeren bei einem komplexeren objekt sollte man natürlich die betriebsanleitung lesen aber wenn ich jetzt das ding habe ja das weiß ich wo ich anscheinend warum soll ich für das ding die betriebsanleitung an schalte aber wenn zum zerlegen ist da keine betriebsanleitung hier das sind ja irgendwelche blenden so genau und ich würde sagen die sind wahrscheinlich dazu da weil es hier noch ein akku pack gibt oder so mein punkt war kann man das ab machen ich habe das jetzt angefixt vielleicht kann man das ganze obere dinge abnehmen das war jetzt einfach meine intention ja aber ich habe aus meiner erfahrung zum beispiel im auto dann musst du irgendwie eine blende eine tür oder sowas dann fängst du an zu hebeln und so weiter da machst du es nicht richtig am ende vom lied hast du den clip versaut rutscht mit dem schraubenzieher ab dann hast du so eine dicke macke und dann informiere ich mich lieber und sagen okay das geht so und das geht ja ganz einfach aber wie willst ja okay ich hätte zum beispiel in der bedienungsanleitung würde zum beispiel stehen hier die brauchst du nicht abnehmen das ist einfach nur die rastung damit das top dingen da einfach drauf passt und die müssen gar nicht ab oder was weiß ich aber du hast ja jetzt hier eine macke drin erhalte gehen wir nicht auf die nerven mit dem scheiß ja aber das ist doch so meine fresse noch mal holst du jetzt echt kommen lass das man die kamera zeigen holst du jetzt hier ist es echt wegen dem ding hier rum oder was das ist ja das ist ja nicht dein ernst hier guck mal sieht man dass man kann es wahrscheinlich nicht mal sehen das ist hier das ist ja falsch das ist ja die falsche seite hier da das ding hier hier da ist mal ganz ehrlich das doch pipi kacka das ist eine scheiß power bank also für mich ja aber für dich ist das scheiß power bank es ist ja das ist es nicht passt ich möchte dich davon überzeugen aber das ist ja doch eigentlich schon aber was heißt überzeugen aber du kannst mich nicht davon überzeugen wenn mich das stört dass hier eine macke dran ist na gut ich habe eine andere meinung also das ist ja das ist genau das ding wir können wir werden uns nicht einigen aber du hast eine andere mal sie an für mich gebrauchsgegenstand für mich auch okay aber ein gebrauchsgegenstand so von auto ist auch ein gebrauchsgegenstand trotzdem muss ich das nicht verkratzen trotzdem ist mein es gibt ja auch so leute die sagen ein auto ist gebrauchsgegenstand es gibt es gibt leute die fahren auto das auto ist innen und außen total dreckig und die sagen dafür müsse das auto gebrauchsgegenstand ja deine couch draußen im wohnzimmer sorgen gebrauchsgegenstand ist sie auch so dreckig innen füßen naja also deswegen man muss das gebrauchsgegenstand ist ist ein werkzeug ist auch gebrauchsgegenstand trotzdem kann ich doch mein werk aber deswegen das ist das ist ein sehr sehr gutes ding würdest du jetzt hier diesen kreuzschutz schraubendreher nehmen wenn du die schraube hast du musst jetzt machen haben man draufhauen oder nein der könnte ja verschrauben weil das oder der plastik der der würde ja hinten in delhi kriegen das doch ein werkzeug weil das ist doch das ist die schlagkappe ja dass die ist dafür gedacht dass ich mir natürlich aber es gibt ja auch von vera die ich schon mal genau den hier der mit der plastik hat ja du wenn ich in der situation bin habe ich da machen wir darauf nicht kaufe ich mir neun also ich liebe das werkzeug nicht das ist für mich ein ein werkzeug um also ich kann sagen wir haben zum beispiel werkzeug in der firma da waren die azubis auch dran und dann ist so ein ding wird mit dem was war das denn da wird mit einer knarre eine knarre als hammer benutzt so da rass sie aus innerlich weil das ist ja einfach keine wertschätzung und wenn ich hier mit einem hammer jetzt drauf schlage dann habe ich zum beispiel wenn ich hier eine hand hat ist es scheiße weil es ist rau und es ist ja nicht dafür gedacht wenn ich jetzt notfall habe ich habe kein anderes werkzeug ich bin mit dem auto irgendwo mit moped irgendwo liegen und ich muss das dann sage ich okay zweck halte ich die mittel es geht nicht anders aber es irgendwie auch ist mir egal mache ich das nicht aber das ist ja jeder anders natürlich ja und es ist ja meine power bank und du gehst hier ran mit den dings und fand aber das ist jetzt wirklich also wir reden ja hin ich wollte ich bin mit dem schraubendreher einmal abgerutscht das ein tiefer krater das ding aber das ist ja erster könnte er sein du rutscht weiter ab und dann ist ja ist das hier so ich meine ist es nicht so dass wir das nicht alle schon erlebt hätten oder seid ihr schon mal mit dem schraubendreher könnt ihr mal schreiben seid ihr schon mal mit dem schraubendreher beim auto irgendwo abgerutscht es geht schon irgendwie zack abgerutscht schön über die edelholz leiste im auto und so weiter ist das nicht fragt lieber wer noch nicht abgerutscht ist am schraubendreher war schön über lack noch am besten so du hörst es so krank und dann so also betriebsanleitung lesen betriebsanleitung lesen 50 50 echt 50 50 ja wow okay so es kommt aber auch darauf an also wenn ich jetzt so eine digitale kamera habe wo eine 1,9 milliarden funktionen hat dann werde ich wahrscheinlich das ein oder andere ins handbuch gucken aber wenn ich jetzt keine ahnung ein smartphone habe wenn ich jetzt so ein ding habe und nicht wissen wir wie die schnell schadfunktion unter denen und die bedingungen geht so wie es anschalten laden dann lese ich doch auch nicht oder von der kreissäge da lese ich doch auch nicht die bedingungsanleitung also wenn du zum beispiel hier wir haben ja auch die ganzen power banks so und man könnte ja sagen die lüfter nerven übrigens ein bisschen vor allen dingen weil das ding eigentlich gar nicht da habe ich zum beispiel in die betriebsanleitung reingeguckt wie ich die ausschalte ja okay habe ich auch aber ich lese hier nicht komplett durch ja aber wir haben die power banks und wir meinten dass wir ungefähr safe werden und wir sind ja jetzt schon technisch bewandert trotzdem sage ich ich lese mal kurz die betriebsanleitung ganz durch ganz ja sind paar seiten die überfliege sie ja in fünf minuten dass du okay zack 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 und es gibt meistens ein zwei punkte die hast du nicht gecheckt oder dachtest das wäre anders sagen dann bedienst du so ein produkt immer falsch oder nicht so wie gedacht oder nicht so wie gedacht hier war hier war zum beispiel aber es gibt natürlich auch sachen die kannst du nicht raus zum beispiel bei den delta pros da kannst du 1600 watt solar reingehen was passiert wenn du mit mehr solar reingehst wir haben wechselrichter also solar wechselrichter die die machen ein overload die schalten dann die spannung oben drüber weg meine viktor zum beispiel im wohnwagen der der delta pro geht dann in eine störung rein der schaltet dann komplett ab sowas findest du nicht in der in der dings in der bedienungsanleitung also so auf jeden fall kann die was neues was die andere nicht kann nämlich die hat auch lithium eisenphosphat akkus lithium eisenphosphat akkus wird er was sagen nicht die sehr schnell ladbar also dies in der stunde voll und du hast ungefähr was geben die an 3500 ladezyklen bis 80 prozent kapazität aber die die sache war die hat jetzt 256 watt stunden und die kann jetzt 600 watt spitze das reicht nicht für ein elektrogerät du kannst ja keine kreis ja hiermit betreiben aber ich habe mir so gedacht wofür kannst du sowas benutzen als handy laden ja aber für uns auch dafür darf darf ich mir noch aus dem kühlschrank etwas näher dankeschön das trinke ich doch so viel von dem zeug und was wir machen ist wir stecken jetzt mal das ladegerät ein und vielleicht kann man das in der top cam sehen also so also wir haben wir haben 100 prozent geladen so 100 prozent geladen er sagt jetzt 99 stunden gut hat ja ein stand-by strom jetzt machen die ac on also den wechselrichter wechselrichter ist ja 230 volt so interessant wie viel wandlungsverluste darin stattfinden das haben wir ja das haben wir schon mal beim letzten mal ungefähr schon so zehn prozent nur ja das thema war ja dass wir mal gezeigt haben wie wir mit der delta pro weil hier war die diskussion ich habe gesagt wir müssen kühlboxen aber mit betreiben dauertest und dann wurden die kühlboxen mit dem 230 volt adapter angeschlossen was ja blödsinn ist weil dann wandelst du hier um auf 230 volt und wieder im netzteil wieder so und dann habe ich gesagt kommt wir machen jetzt das mit direkt 12 volt dann hast du hier keine wandlung obwohl die frage ist wie viel volt wir hier haben aber vielleicht wird das dann aus einer seriellen was weiß ich oder du hast hier einen kleinen step down converter oder sowas auf jeden fall waren wir da deutlich effizienter 10 15 prozent mehr effizienz hatten wir so jetzt haben wir den schon mal an jetzt müssten wir hier vielleicht schon eine stromabnahme sehen sehen wir aber nicht machen wir die frischhaltefolie ab aber spiegelt genauso ach du machst die ab es gibt so leute die lassen dran und beim schraubplatz die kasten so gerätet ihr auto sitzt du ziehst den sitz ab neu bei meiner mutter mal bei der mikrowelle nein 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 lass das dran ist das dran warum das muss dran bleiben sage ich dass die folie zieht die doch mal ab wir machen wir machen jetzt das live experiment hier das jenker experiment das truppe experiment die sind alle komplett leer wir haben die heute gekauft heute gekauft ja also ich habe sie gestern bestellt damit sie heute da sind was das ist beim amazon prime zum kotzen sind teilweise wird morgen geliefert nächsten tag entschuldigen sie ihre lieferung von verspätet die ganze 18 wochen an ich habe es bestellt dass ich es morgen habe das ist es kommt in 18 wochen an das ist das thema merkt man so jetzt sind die komplett leer wir haben die mit dem heißluftgebläse leer gezogen bis komplett abschaltet so und jetzt machen wir mal hier power boost jetzt müsste er aber eigentlich auch mal gleich anzeigen ah ja guck immerhin 310 watt 308 watt so was zeigt er jetzt an 46 minuten das haben wir hier aber lüfter natürlich die permanent laufen also sollte man das ding vielleicht vom ton weg stellen oder so war jetzt ist interessant wir haben hier wieviel wattstunden rechnerisch aber schön die akkus finde ich gern schon wertig aus ja pro kohl dürfte man die jetzt als hammer benutzt den akkuschrauber so ergänzt ihr policy wie was hammer ja wenn ich jetzt dann keine ahnung ich will da was einschlagen wird wäre das jetzt okay oder ist das jetzt schön ein problem für dich am akkuschrauber bis irgendwo wissen bübel mit der schraube machst du dann auch mal gern so oder ist das nur wer ist denn so durchgebraten in der birne und wilder mit dem nagel rein im moment geht na 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 wir reden nicht von nagel rein hämmen wir reden von du hast ein dübel doch gebohrt schraubst die schraube ein bisschen in dübel und klopft das damit rein wir reden ja nicht von ich mache damit jetzt 800 nägel am dach ich rede davon ich brauche irgendwas außer meine hand dass sie da ein ein bisschen drauf oder ist das schon wieder no go für dich also wenn ich jetzt ein dübel habe der seine aus der wand guckt ne 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 du hast du hast ein frisches loch geboren und da ist ein dübel und du hast du hast den dübel in der hand ja schraubst die schraube das ist ein klopfen hast du kannst auch den dübel und dann guckst du hast ein bisschen ansetzt ist das für dich no go oder machst du sowas würde ich im notfall vielleicht machen ansonsten nicht weil dann hast du eine macke drin also im werkzeug ja für mich ist das wertschätzung wertschätzung das ist eine wertschätzung dem werkzeug gegenüber oder wie es ist einfach meiner ich möchte mein gebrauchsgegenstand keine marken drin haben also für mich ist werkzeug werkzeug ja 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 genau interessant ist wir haben jetzt 72 watt stunden und wenn wir 72 watt stunden mal zwei dann haben wir 144 watt stunden wir haben hier 250 watt stunden so also eigentlich müsste ich ja ungefähr das ding also zwei davon laden drei sicherlich wenn das aber so weiter geht wird schon kritisch truppe will aber auch die es sind einfach hier treffen hat er hat eine andere meinung als ich das habe kein beef das ist ja gerade diese diskussionskultur von der du gesprochen hast ja für mich ist werkzeug dafür da dass ich es benutzen kann und wenn ein werkzeug verschlissen ist was sehr sehr gutes werkzeug nicht so schnell tut dann ist halt vorbei und das ist okay einer schreibe es ist wenn jemand ärgert der es nicht abkann du ärgert mich ja gar nicht ja ein bisschen ein bisschen zu fünf prozent ist das schon mit dabei warum soll ich mich warum sollst du mich denn ärgern ja aus spaß weil wir auch ein live stream haben soll unterhaltsam sein das ist fünf prozent aber ich lasse dir natürlich auch deine meinung das passt ja auch ich meine vollkommen okay aber ich habe da halt ich verstehe was du meinst aber ich bin da leicht nicht krass anders aber leicht anders weil hört man die das ladegerät noch als wir hören das aber hört man es in den mikros dass das hatte das doch auch an ja aber das ist so leise das hörst du siehst du denn denn den so wenn man vielleicht kann man so halten ja so also 44 minuten restzeit 297 watt finde ich krass weil der akku hat 72 watt stunden wenn da jetzt 300 watt reingehen würden dann lädt er den also das sind aber die ganzen verluste dass du würdest auch effizienter laden wenn du jetzt nicht ein power boost modus laden würdest kommen lassen spalt kein schraubendreher mal rein ich war mich gerade warum das also ich finde es nicht lustig ich fand es jetzt schon lustig muss ich aber ich habe auch darauf gewahrt dass du sagst nein aber du ärgerst mich damit ja natürlich das war jetzt provokant das war jetzt ganz klare provokant ich habe eigentlich gedacht zu sagen dass die boten ist von dem ding weg das war ein das triggert sich jetzt alles gell das ist bei dir schon so man das triggert mich überhaupt nicht deshalb denke ich ja warum ist jetzt ein schraubenzieher weil es triggert dich ärgert ich wollte dass du sagst das jetzt endlich das war jetzt sage ich meine reaktion okay so was hier noch ganz interessant ist du hast eine usv funktion eine was eine unterbrechungsfreie stromversorgung wie schließlich wie was also weiß ich aber wie funktioniert aber du hast zum beispiel eine sauerstoff oder schnarchmaske oder irgendwas gibt es doch diese hier ab nur was weiß ich die dann schnarchen und atemstillstand und sowas okay die so masken tragen müssen und dafür ist das teil tatsächlich wohl auch gedacht teilweise dass die leute panik haben abends ist mal stromausfall dann liege ich da und morgens ist dann nicht nur der strom weg sondern auch mein herzschlag und du kannst das einfach an den strom lassen dann steckst du das gerät was unbedingt laufen muss hier rein und wenn der strom weg geht switcht er durch in drei märkte okay in 30 millisekunden könntest du auch ein fernseher machen aber was gäbe sonst für geräte wo man das braucht lebenserhaltungssysteme sauerstoff was weiß ich was irgendwelche medikamenten einflöße die da bisschen morphe mich rein pumpen dass du schneller stirbst wobei dann ist ja egal irgendwas in die richtung zur krankenhaut wobei krankenhaus ist das jetzt die uniklinik wird wahrscheinlich auf die ecoflow bauen glaube ich auch die haben 600.000 stück im keller stehen aber ohne kratzer an den aber die die geschichte ist wir haben das zum beispiel mit der kühlbox ausprobiert wie lange was würdest du schätzen du willst hier diese kühlbox die plug in festival die wir hier haben du willst die kühlbox damit betreiben wie lange kannst du deine kühlbox keine ahnung das kannst du ja ausrechnen mit den wattstunden und trallada ich schätze mir aber schätze einfach eine idee so was glaubst du also das hast du für eine keine ahnung zehn stunden wäre meine hoffnung ja also was haben wir wann haben wir die gestern eingestöpselt 17 uhr 16 uhr 17 uhr und heute das war aber die noch die kleinere und heute morgen um zehn hatte die noch die kleinere drei prozent also die größere hätte dann wahrscheinlich noch 20 prozent gab ja also zwölf stunden liebe es wenn mich leute hassen es ist einfach es ist balsam für meine seele wenn leute wenn leute nicht scheiße finden stefan was ist mit truppe nicht in ordnung hat jemand anders einer als truppe leute ihr tut mir so einen gefallen wenn ihr mich hasst ich finde das einfach ja ich finde das okay warum findest das gut also ich will zum beispiel nicht an unbedingt anstecken passt musste nicht also ich meine es gibt ja leute die mich scheiße finden das ist ja also angst du ja auch an naja also dein verhalten ist schon sag ich mal ich bin provokant grad ich bin halt gerade ein bisschen provokant ansonsten bin ich ich das war jetzt mit absicht ein bisschen provokant aber ansonsten bin ich so wie ich bin also das ist ansonsten würdest du mir nicht einladen wenn du wenn du wenn du wenn du scheiße finden würdest wie ich wäre dann hättest du gesagt an die livestream truppe schwierig mit dir und so also du weißt ja auf was du dich einlässt wenn du mich einlässt das ist ja oh mein gott das ist ja also bitte sei mal anders jung also ist ja klar ich bin wer ich bin und wer mich einlässt der weiß okay da kommt halt auch der truppe punkt also leute die mich nicht mögen mögen mich nicht wer du bist halt wie du bist ja ich bin ich bin klar mich mag nicht jedes mir auch scheißegal ich bin ich every day starling du wirst nicht was ich bin nicht every day starling das heißt everybody starling ja meine ich ja ich habe auch bestimmt every day hat es irgendwie nicht so was gibt es jetzt hier ist er schon in den der voll nee aber der ist aus dem power boost jetzt rausgegangen kann ich da auf der auf den ladestandsanzeige drücken an dem akku selber das dürfte nichts ausmachen ich glaube die funktioniert jetzt gar nicht probieren aber du siehst da die ladestandsanzeige wo das aber schon ist das so ein schnelles ladegerät oder kann der akku so viel ladung ab oder das ist ja wieder wie viel waren das jetzt zehn minuten oder der ist ja nicht voll gut aber nicht wundert nur mich wundert nur dass er immer noch 200 aber es riecht nach elektronik ja das ist neu aus irgendeinem kasten holt der hat aber immer noch 293 watt und das wundert mich ja aber guck mal guck mal das ist jetzt nicht 80 prozent normalerweise schaltet er diesen power boost aus bei 80 prozent aber das ja das lädt bis dass das lädt bis 16 ampere glaube ich lade strom hat das das ist ja schon ein fixes gerät gerade hat einer geschrieben hier für eine aquarium pumpe das wäre zum beispiel auch was du hast ein aquarium aquarium pumpe für stromausfall gibt es ja auch eine fische tot eine stunde aber wenn eine ganze nacht wo man wieder beim thema stromausfall wäre aber ist die aquaristik klar kann ich mir schon vorstellen also ich denke da gibt es genügend anwendungsfälle wo irgend so eine power bank echt bequem kommt die 230 kann ja vielleicht verlosen weil ich sogar also echo flow power banks aus meiner sicht momentan am besten aber ich war ja auf der bauma und habe ja da bei instagram gestanden und jetzt heißt es ja nicht ja instag wird jetzt wo doch mal bitte die instag wird die steht glaube ich neben der orgel was ähnliches oder ja bringe die orgel mit und bringe endlich mal bringe bloß nicht die die melodiker das ding mit ich sagst du mir dass du mitbringst dann gehe ich ja dann da jetzt alle ganze chat so bringen das ding und weißt du was auch geil ist ich habe gestern mit igor geredet stichwort leute die einen kacke finden die gott auch gesagt das kennst du auch und ich denke das werden die meisten youtuber kennen es ist noch nie noch gar nie jemand auf mich zugekommen auf der straße hat gesagt du bist ein arschloch das war nur 100 prozent immer hey geil das sagst du auch immer die leute feiern dich ja das ist ja nicht so ein andré cool sondern auch so das ist ja du erzählst ja auch wenn die leute so krass andré noch nie im leben hat jemand die eier besessen zu sagen du bist scheiße ein arschloch noch nie passiert bei dir nicht bei mir nicht bei igor nicht und ich mehr als ihr es noch nie passiert weil die leute teilweise nicht die eier dazu haben sie ins gesicht zu sagen ja gut als wäre noch befremd es sind keyboard helden teilweise bist du aber selber nichts auf der kette bringen ist so du merkst ich provoziere gerne ich mag es wenn mich leute scheiße finden das bringt mir nämlich ich finde es ein bisschen zu aufgeregt teilweise ich bin so andré das ist ich spiele nichts ich bin was ist das jetzt und was ist das jetzt die habe ich jetzt gerade ich nehme an dass das auch so eine power bank was ist es da der unterschiede was ist jetzt ist das das gleiche ähnliches oder was ja genau das nämlich der unterschied oder die frage ist auf jeden fall wie sie schwerer gut die hat hat wahrscheinlich mehr kasala ansonsten ist eigentlich kein unterschied unterschiedliche hersteller fertig oder wie entwickelt in fernen ost entwickelt in deutschland good old germ made in europe glaube ich und siehst du siehst du einen lüfter aber ich denke ja gut ich sehe den kühlkörper ja die hat kein lüfter die ist im prinzip spritzwasser geschützt die kannst du im regen verwenden das kannst du mit keiner eco flow und du kannst eine peak leistung von 18 kw das heißt da kann ich kann igo schweißen damit ja hat er ja auch schon hat ja auch eine instagram okay du kannst alles was ein stecker hat kannst du mit betreiben das alles was kostet um die drei die große eco flow kostet erheblich mehr werde die große eco flow kostet 38 39 so um den dreh hat allerdings 3,6 kilowattstunden kapazität kann 3600 watt 36 leistung aber nicht so spitzenleistung die kriegt zum beispiel die große säge nicht an ja ich habe auch immer was war das bei irgendwas genau meine fein flex habe ich an die eco flow auch gesteckt und die ist ein bisschen holprig angelaufen lief dann zwar alles gut aber da war auch ich glaube die anderen anlaufströme du müsstest ja ich besser wissen dass ich ich habe es eigentlich gelernt aber du bist viel tiefer in der materie ist der anlaufstrom wahrscheinlich zu hoch oder die anlaufströme es gibt halt ja induktive lasten und umschelasten umschelassen das müsste eigentlich ich ich müsste es eigentlich erzählen aber schon lange aus dem thema ja und ich sage mal umschelassen ist ja jetzt auch schon sehr sehr tief also umschelassen ist die glühbirne oder ein wasserkocher weil es jetzt zum beispiel einfach nicht dass das ich da jetzt gerade zuhören musste nicht mitreden kann weil ich das eigentlich gelernt habe so und induktive lasten induktierten anlaufstrom ist halt bei so einer bei so einem motor viel anspruchsvoller als einfach eine glühbirne jetzt ganz einfach gesagt und die kann jeglichen anlaufstrom alles also 3 kw kärcher egal was die ball hat durch weil die leute fragen ja aber kann ich hier ein solarpanel anschließen zum laden zum laden für so camper weil hier hast du ja bei den eco flows oder wo habe ich denn die andere steht hier hinter genau ich hast du immer so ein xt 60 anschluss oder teilweise leuten könnte auch xt 90 sein sieht man es in der ich sehe dass das ist ja xt 90 weil ich gerade das thema hatte bei mir ist xt 60 ist sicher ja was ist der unterschied zu der xt 90 xt 60 kann 60 ampere xt 90 bis 90 ampere ja ja und woran erkennst du jetzt da den größten der baulicht xt 90 ist größer ist größer ungefähr so ja und du kannst jetzt hier ein solarpanel anschließen bis 8 ampere 11 bis 39 volt also das sind ich sage über den daumen werden das um die 100 watt sein die der rein bekommt das heißt wenn du jetzt zum beispiel dass das ding ist nur so klein ich möchte aber einen kühlschrank betreiben beim campen und tagsüber sonne wir haben sommer da ist 100 watt panel dran das funktioniert über nacht puffert die und tagsüber schafft das 100 watt panel genug um das wieder zu laden und ein kühlschrank zu betreiben wunderbar kannst jetzt hier nicht hat keinen solareingang aber die eco flows haben alle einen aktiven lüfter so und da siehst du ja jetzt schon das ding kannst du nicht in regen stellen jeder mit dem wasserschlauch drüber hast ein problem so auf der baustelle hast du aber schlechtes wetter und wir hatten auf der baum den ersten tag es hat voll geschüttet wie aus eimern es war echt land unter ich habe auch stories auf insta gezeigt wo wir auf dem campingplatz irgendwie wasser hatten war aber okay weil der campingplatz hat auch irgendwie nur 80 euro am tag gekostet dafür dass wir da in der schlammwüste hausen mussten zwar eine unverschämtheit muss man echt ganz ehrlich sagen und das macht den dinger nichts aus das hat ip 54 glaube ich und die schwachstelle ist dann lediglich dieser hier das andere ist alles zielt quasi so deswegen ist das für die baustelle du musst zum beispiel kernbaugerät kernbaugerät mit 3 kw 3,5 kw bis im graben muss fünf kernbohrungen machen nimmst das ding mit kannst arbeiten das könntest du mit so einer ecoflow nicht das hätte es früher nicht gegeben ich erinnere mich noch an die spielzeugautos wo man immer diese armen dicken batterien reinschieben musste da musste man drei minuten spielen spielen nicht so schnell damit weil neue batterien gibt es heute nicht und heute hast du hier quasi so ein kraftwerk dabei muss alles kaputt es tut mir so leid andere ich weiß mich nicht drauf nee aber es ist krass was die akkutechnologie so möglich macht mittlerweile wenn man überlegt so das ist schon also ich persönlich habe da jetzt wenig anwendungszweck außer für eine geschichte das sage ich dann wenn ich meine ecoflow irgendwann mal dann auf meinem kanal zeigt aber ansonsten für seine baustelle es gibt ja auch auf einer baustelle irgendwo kein strom gelegt noch du musst jetzt aber hier müssen sich 348 meter wobei was wie macht man das wer macht man das ohne diese akkus hier in den ganzen baustellen verteiler und dann hast du drei kabeltrommeln eventuell oder du hast einen generator aber wenn du jetzt zum beispiel ein generator angenommen du willst schweißen du bist irgendwie ein schlosser der muss in den hochhaus rein da liegt noch kein strom und er muss jetzt irgendwie noch mal eine reparatur einem geländer schweißen oder du bist ein baumaschinen schlosser da steht ein raupenbagger irgendwo hinten im feld da ist eine platte vom laufwerk irgendwas kaputt und dann kommt er auch vielleicht mit dem auto nicht ran da musst du irgendwie ein generator dahin bringen der generator der so ein schweißgerät händeln kann anlaufströme von 7 8 10 kw so ein ding wiegt 100 kilo das ist so dann muss er das ding irgendwie dann bringen das nimmst du in der eine hand und die andere hand hast du ein schweißgerät da gehst dahin dann schweißt du eine viertelstunde bis fertig und ich habe mit leuten gesprochen von straback zum beispiel die haben 150 stück glaube ich oder so davon ich will mich jetzt nicht festlegen auf jeden fall eine hohe anzahl dann war noch ein anderer aus dem bauunternehmen die haben auch 50 oder 60 stück der kam auf mich zu als ich da bei instagram gedreht hat sagte er das ding ist so geil nichts anders mehr wir haben auch nicht gebaut wer mit dem ding das kann auch mal irgendwie ich weiß du hast das nicht gerne aber das kann auch mal umkippen oder das kann auch ein paar kratzer ab das schaut schon sehr robust aus das ding also das ist das ist baustelle oder wenn ich das richtig ja und die technik dahinter ist echt cool und die jungs sind daran dass auch weiterzuentwickeln dass du zum beispiel mal drehstrom hast auch mehr kapazität gut aber irgendwann wird es dann halt unhandlich weil ich meine der gewichtsfaktor der ist das hier schon der ist hier schon da klar ich kann da 940 kw reinpacken dann brauche ich aber irgendwann so ein stapler der mir das ding irgendwie hat halt auch die gewichtslimitierung denke ich mal also mit meinen die energiedichte der akkus nimmt ja zu wird der arm schon lang also das möchte ich jetzt nicht im dritten stock ohne aufzug hoch schleppen da wenn ich nach der ersten treppe würde ich sagen machen wir anders ja gut der wiegt keine 20 kilo ne ach so schwer war doch nicht ich finde das ding schon ist keine 20 kilo also ich finde das ding schon schwer der arm wird schon lang findet ihrer schwer nee also die meisten naja da bin ich hat schwach kein problem ja delta probiert um die 40 kilo ja genau nachgefragt wie heißt die große powerbank als die große oder meinst du meint er das also dass die instagram und die groß ist die delta pro andere du hast azubis ich hatte tatsächlich azubis ich habe allerdings dieses jahr seit zehn jahren keine azubis oder azubi nennen warum azubis weil das level der bewerbung weil das einfach so schlecht geworden ist also ich habe wenn ich 30 bewerbung aber ich habe keinen einzigen eingeladen weiß ich habe ich habe ein neues interessantes thema gerade auch so dass hier leerlinge und so das finde ich ich höre das jetzt von von drei leuten schon dass man sich echt schwer tut im handwerk bewerbungen zu bekommen aber zum glück gibt es matthias aumann bei instagram der dir vorschlägt wie man das macht mittel statt nein aber das ist das ist aber du kennst immerhin aber das ist das ist ein thema im handwerk so azubis zu finden ist und weißt du was ich auch festgestellt habe in meinem näher fertig jetzt haben wir noch 68 prozent das heißt könnte es klappen dass wir drei vierer fertig machen ich bin ausbildungsbetrieb und ich bin ausbilder für mediengestalter bild und ton kannst bei mir anfangen das ist echt cool das freut mich jetzt ja und gerade also wir haben jetzt keine azubis aber ich suche noch leute in der medienproduktion leute innen leute innen ja gut dass ich mein thema fertig war dass ich jetzt schon wieder komplett vergessen habe ja trotzdem gleich bei benzin ketten sägen dann lieber gleich die kabel gebundene kettensäge dran mal klar das kannst natürlich auch machen wenn jetzt eine kabel kettensäge hast mit 2 kw oder 3 kw kannst du mit betreiben und relativ lange wir haben ein video damit gemacht wo wir in bald gegangen sind holz gemacht was haben wir dann dann haben wir pizza ofen pizza aufgebacken und dann und dann mit dem espressoautomat mit mit dem hier ja ja und dann hat man auch was und gegrillt haben wir noch denken gekommen wer ja hocken so ein paar deppen im wald mit 30 geräten drumrum und fangen an sie in die küche aufzubauen kaffee mann sie pizza mann verschwinde nothing to see hier so pizza mit dem ofen hier fragt einer okay der akku lädt also der ist jetzt wirklich voll also ich gebe was du guck kurz machen wie schalte ich gibt es hier irgendwo so mute knopf nicht dass man der ist auch ja der ist auch ein bisschen warm also er hat ordentlich von hinten bekommen so da fragen die leute gerade was mit dem moped ist ich würde sagen der truppe ist ja jetzt weg der hört uns nicht der er hat mich nicht ich finde nur manchmal man sollte sich als gast einfach mal ein bisschen benehmen oder aber das soll also ich weiß ja wie er ist aber deshalb sage ich auch immer truppe kannst du zwei tage an den ohren haben und danach willst du umbringen das geht nicht also und man muss zur ehrenrettung sagen so wie der jetzt ist ist er nicht wenn die kamera aus ist dann ist er dann schlimmer nee ja einer sagt ja einer sagt nein nee aber truppe ja es kommt das thema jetzt vorbei mit das thema ja das akku das wir machen jetzt wir versuchen drei akkus zu laden ach so weil das ist ja tatsächlich du bist auf der baustelle und willst halt nur so eine kleine günstige powerbank haben für irgendwas und das wäre ein anwendungsfall dass du damit halt beim akkus laden kannst auf der baustelle zum beispiel so aber die leute fragen was das für motorrad und wir machen jetzt mal den versuch dass du die an christ an kriegst machen wir eine eigene kamera also ich soll mich jetzt quasi zum zum affen machen nein bestenfalls machst du doch schon die ganze zeit aber das ist das ist wiederum deine ansicht ich bin einfach nur ich ich bin aber du hast das gorilla lied vorhin immer gesungen der gorilla mit der sonnenbrille tanzt so gerne mit sibylle ja das ist das für meine kinder es ist eine suzuki dr 650 an der ich ungefähr sechs monate geschraubt habe wenn ich mal zeit hatte also nicht und alles ja was haben wir alles gemacht alles ich habe es mir vorher angeguckt da ist ja kein teil mehr also da ist ja jedes teil getunt ich habe schrottreife felgen mir bei ebay gekauft habe die gestrahlt mit karchi zusammen gepulvert weil noch habe ich nicht so großen pulverofen wir haben die gabel gepulvert wir haben anderen vergaser eingebaut wir haben den auspuff umgebaut wir haben alle lager getauscht anderen tank die sitzbank ist nicht original und ist auch nicht die wie sie sein wird ja neuen lenker neue frontmaske heizgriffe ja was man halt so braucht als dann guck mal wo hinten die blinker sind siehst du die blinker hinten ja hier die fallen also relativ wenig auf sind aber durchaus zu sehen ja machen licht so also an machen die geht eigentlich springt eigentlich gut an und zwar weißt du was ein ot ist beim motor ich weiß dass sie den krieg stattdessen durchdrehen muss bis der oberen torpunkt des 20 ich habe motorrad führer scheinlich ganz so ganz saublöd bin ich nicht wie ich mirke aber du musst das hier anders machen können wir hier weiter er lässt mich doch probieren bevor sie erklärt sonst ist ja aber das ist genau pass auf das ist wieder genau das ding weil wenn ich dir jetzt nicht erkläre wie es geht kriegst du dich tot wieso bist du morgen noch hier und ist abgesoffen also du musst nicht kicken bist du im ot bist weil versuchen wir zu kicken also versuchen zu treten ja ist schon ein bisschen da geht gar nicht da habe ich voll angst dass das war ich habe mir mal mo kick und da war in das ist die fehler gebrochen ich habe immer angst auf so ein bisschen metall darum zu meinem ganzen gut mit meinen ganzen 75 kilo ja da wird nichts passieren so aber du hast hier ein dekompressionsventil wie bei einer kettensäge bei einer großen so das ziehst du jetzt und jetzt bleibt der dekohebel bleibt hier okay jetzt nimmst du jetzt nimmst du den kickstarter und drückst ganz langsam runter bis der klick macht dann bist du am ot so jetzt ist der kolben am ot jetzt nimmst du den kickstarter wieder los dass du den kompletten weg hast natürlich den schock vorher rein den kill switch off also und und jetzt kriegst du so mache ich mach du mach du mach du die stand jetzt ein paar wochen ich weiß nicht ob die wahrheit langsam raus so also wenn es gut läuft beim zweiten so jetzt haben wir nicht so statt dafür ist das standard mit dem elekt mit dem kicker oder wie es gab die auch als e aber ich wollte kicker haben aber warum als cooler ist und 9 kilo leichter coole also wenn ich mit meinem roller dran stehen so machen das auch cool ja aber das ist doch das ist doch ein motorrad aus den 80ern das war es doch das haben wir halt wieder unterschiedliche ansätze also für mich wäre so ein kicker da kam sie schon habt ihr gehört da bin ich nur oder schon lang weg bist du dran hast ja in den eck gibt es jedes mal oder wie ja aber es stinkt schon etwas vielleicht ist ja auch abgesoffen ich weiß ich nicht so was aber das wieso das nur vorkommen kann doch die kam das schon ja weil ich ausgemacht habe ganz ehrlich und das ist geil ist der ganze hassel da finde ich schon ja aber die springt jetzt auch irgendwie die riecht schon ich bin ja auch erst einmal gefahren ich habe noch keinen weib mit dem motorrad ich weiß jetzt nicht ob ich vielleicht den schock jetzt schon ein bisschen wieder zurücknehmen es ist ja auch relativ warm hier drin ich habe die bei den temperaturen ja noch gar nicht gefahren draußen vielleicht müsste ich den schock jetzt zurücknehmen weil man riecht schon etwas nach sprit ja müsste dann so gleich ja mal du musst halt der kicker ist ja nicht schwer du musst es halt nur richtig mit effekt und richtig mit schmack ist aber ich bin nicht so fit gerade weißt du ich bin jetzt schon wieder kurzatmig so wenn du wenn du dich damit auskennst und du merkst jetzt zum beispiel wie geil die am gas hängt das ist halt also wenn ich das nicht berührt dann berührt sich halt nicht ne ich finde auch nicht ein sportauspuff im auto geile oder ich finde auch nicht ein lamborghini geil der laut ist finde ich nicht geil dass sie macht das ist nichts worauf ich abfahren aber es ist das ist kein sportauspuff in dem sinne der hat die db keller alle drin die ist auch mit dem serienauspuff so also vielleicht von einer charakteristik nicht so ganz dumm aber das hast du jetzt reingesteckt weil es schon nicht so als ob da jetzt für drei euro hatte teile drin stecken 10.000 aber ist halt da ist ja die arbeit nicht reingerechnet also wenn du die arbeit da rein rechnen würdest da kannst du das eigentlich nicht bezahlen das kannst du nicht also jetzt riecht auch so der gute feinstaub und der feinstaub ist da glaube ich nicht so haben schon nice aus jetzt wirst du aber hier gefragt du stehst nicht auf motorsound am anfang hast du noch gesagt der mercedes gibt ihm was der tesla hat den sound nicht naja das stimmt ja auch jetzt habe ja nicht gesagt dass die motor also die sache ist ja die der motorsound vermittelt ja quasi die anstrengung des motors die die spüren dass das ding zieht das heißt ja nicht dass ich es geil finde wenn ich irgendwie mir jetzt da für summe x dann ein dingchen baue dass man den den v8 sound krasser das finde ich nicht also ich finde das nicht ich finde laute motoren nicht geil im sinne von dass sie jetzt darauf stehen dass das dann dieser war geil und ich muss meine rolle auch und das die ist jetzt nicht besonders laut ich finde schon also weil die rolle ist sehr leise also ich habe halt für motorräder nur insofern was übrig also ich fahre gerne rolle das ist ich habe aber nichts gegen motorräder sonst hätte ich kein motorradführerschein aber ich also es gibt leute die feiern das wie du ich weiß hat nicht fertig wir haben wie gesagt da bist du entweder empfänglich für die emotion ja klar und ich sag mal die ist natürlich jetzt hier viel lauter in der ecke aber so draußen ja was sollen wir abstimmen ich denke männer fahren grundsätzlich ja genau abstimmung ist der sound geil oder also habt ihr habt ihr bei dem sound ein grinsen im gesicht oder nicht kommentar daniel ross ist euch sowas wie die ökopolenz völlig egal was soll denn so ein schwachsinniger kommentar draußen fahren die millionen von benzinautos rum was soll denn das für ein kommentar also was ist das für ein kommentar da frage ich mich was ist los mit dir das ist los mit dir meine güte rolle ist kein motorrad irgendwie das gar keine ahnung was ich für ein roller habe 50 kubik ich habe ein 350er oder kein 50er aber das ist jetzt keine wirkliche dynamik ja gut also das ist jetzt nichts gegen die haja mutter turbo auch nicht aber mir reicht das natürlich nicht aber mir reicht das ich bin halt so muschi für den typ ich brauche ich bin kein so hell und laut und geil und mit klamotten ist es ja nicht für mich ist ja nein es ist ja einfach das bilder das ist ein missfragt wie viel kubik hat die hat 650 einzelner dampfhammer vier zylinder vier ventiler dass das ist halt ich habe ja vier zylinder motorräder ich habe sechs zylinder motorrad ich habe die einzelnen das ist halt alles eine ganz andere charakteristik alles ist irgendwie für sich schön und das hat so was ursprünglich ist das ist einfache technik die kannst du selber repariert deshalb da ist dann noch keine elektronik dran im sinne von irgendwelche steuergeräte das ist halt noch ein echter habe doch du hast schon ein steuergerät für die zündung ja gut für die zündung aber ansonsten wird wahrscheinlich nicht kann bus und dann das display wird digital das sind echte kabel die lampe geht aber ein echtes kabel ich habe diese motorräder ich habe ich habe meine meine ding war auch von yamaha kenne mich jetzt nicht mehr technik aus aber ich habe so ein ding mal schlecht verkabelt aber das ist noch echter stecker da ist der strom und hier nicht und da ist kein signalkabel was jetzt da irgendein bussystem oder ist nicht und ein eintopf ich habe diese eintöpfe geliebt als kind was weiß nicht so ja keine ahnung ist das ist die themen schwenken gehen so schnell um dass ich mir denke ich muss mal nachfragen welche eintöpfe ist jetzt geht sein ein zylinder und früher gab es xt 500 und hier ist ja gestanden und dann sind ja sie vorbeigefahren mit diesem dampf hammer sound und das finde ich so geil und dann war ich glaube ich gerade 18 hatte moped führerschein dann bin ich zum motorrad bögel in den büren gegangen und habe genau dieses motorrad probe gefahren haben überlegt ich habe überlegt ob ich mir die kaufe hätte ich ein bisschen noch geld zusammen kratzen müssen aber irgendwann dachte ich okay du musst ja noch auto und was weiß ich dann bin ich gefahren das war auch nur ein kicker und dann bin ich irgendwo in hörst oder so stehen geblieben auf der kanalbrücke glaube ich und habe die nicht mehr angekriegt und habe dann gekickt und so nach der scheiße peinlich und irgendwie hat sich das gefügt dass ich auf einmal wieder so ein ding habe das war nicht erst mal nicht absehbar so zudr der kalaschnikow unter den aber lassen wir mal kurz über den kommentar ich fand den kommentar auch interessant und diskussionswürdig ist euch die ökobilanz völlig scheißegal wie gehst du jetzt mit mit spezifisch zu einem kommentar um das ist mir andre ich stelle die frage wenn du so ein benzinmotorrad fährst ist dir die ökobilanz völlig scheißegal warum kaufst du dir jetzt so ein co2 ausstoßer ergänze ich jetzt mal zu dem kommentar also man muss ja immer man muss ja immer gucken ich würde mich jetzt nicht als umweltapostel bezeichnen aber wir haben zum beispiel seit seit jahren schon e fahrzeuge die kannst du mit photovoltaik laden dann ist das schon relativ leute wieder schreien aber wie die batterien hingestellt werden in den minuten das ist ja noch viel unnachhaltig also das ist auch so die diskussion da findest du keinen konsens die einen sind dafür die anderen sind dafür und da war da wollen wir jetzt nicht wieder anfangen weil dann sind wir wieder in dieser diskussion wo es eh keinen konsens gibt und die leute auch nicht an einem konsens interessiert sind weil das kotzt mich so an wenn wir was über e fahrzeuge machen dann sind immer die kommentarspalten voll und alle leute sagen immer wie scheiße das ist und die anderen sagen wie toll das ist und also es ist grundsätzlich im internet sehr schwierig aber irgendwas kommt also wenn ich mit dem motorrad im jahr vielleicht mal 1000 km fahre dann ist die ökobilanz noch überschaubar zumal das motorrad ja 30 jahre alt ist und es stimmt verwertet wird das heißt das ist ja gelebte nachhaltigkeit und natürlich liebhaberei ja ich finde es auch okay also und wer frei von schuld ist der werfe den ersten stein das war sehr wie sagt man so ganz ehrlich leute also aber solche kommentare dann denke ich immer als wenn manchen kommentaren fasst man sich doch echt an die birne oder aber was ist es rausgekommen siehst du 70 prozent der männer finden den sound geil oder das war mir schon klar dass das so du ja mit harley und so und das ist geil und laut und das muss tuckern der arsch muss vibrieren die schrauben müssen raus und vibrieren oder nicht also meine der ist 93 hat einer gefragt seines 91 wir haben aber eine der gang guckt 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 euch das guckt euch das video an bei jens kurz bis morgen und da seht ihr das und da sind noch die anderen sind glaube ich 91 ne auch 92 91 also mein kumpel hatte damals eine dt 80 das ist ja zwei takte kann ja aber das war zum kick das war eine 80er war das was das war so krass damals mitgefahren und die die haare wehten gut lassen helm gehabt aber das war das war für mich das riesen motorrad die war ja auch hoch für 80er war das ja auch der mo kick das war ja so das war ja auch hoch also das hat mich schon ein bisschen beeindruckt immer das war schon ich steht schön da ich finde es ist ein neues motorrad aber ich glaube das muss man auch lernen wenn man da im fernsehen sieht man hier so ja also immer so einen kleinen hügel zu schanzen da müsste ich mich schon sehr trauen weil da kann ja ein bisschen was schief laufen wenn man das nicht also ich würde mich nicht zu würdest du dir zutrauen über so einen richtigen kicker zu schanzen gleich so jetzt wir gehen raus du schanzt über so einen kicker oder würdest du sagen wo erst mal kleine brötchen so ein bisschen oder würdest du sagen würde ich habe überhaupt keine enduro erfahrung bis auf die tour jetzt in marokko aber ja wir waren mal in marokko echt jetzt oder was man aber nicht mit einem tt oder tt tt klar waren wir in marokko immer war das vor der baumach eine woche vor der baumach in marokko ja mit dem motorrad ja guck dir das video an das war super geil und wenn du jetzt wenn du jetzt zum beispiel wenn ich jetzt so kicker fahren müsste ich wäre jetzt auch mal strecken kommt jetzt mal wie kommt das motorrad nach marokko wird das wir haben die getrainert auf dem trailer drei stück verzurrt marokko das ist ja jetzt nicht österreich marokko ist da jetzt nicht dafür ist ja man nicht so jungs kommt war marokko das jetzt das jetzt auch ein paar meter weiter weg oder wie ja ich meine das jetzt ernst ich treu dich jetzt nicht so ohne witz mal ganz ernst aber marokko das ist jetzt ja schon ein stück oder da wieder fest ja ein paar stunden ja eben deswegen frage ich ja deswegen bin ich jetzt so erstaunt das ist ja nicht so jungs kommen wochen in dem marokko so hier schreibt christian schreibt in duo ist sicher durchs gelände fahren und kicker ist crossmaschine das ist ja keine crossmaschine die hat zwar fahrwerk schon geupgradet andere federn drin in wilbers federbein das ist schon im prinzip ist es das beste was du auf seinem motorrad machen kannst natürlich hat die keine upside down gabel die du einstellen kannst komplett und so weiter und ich bin die teneree vom jenz gefahren das war ein krasser unterschied werden aber lenken und die man ist durch das marokko ja was soll ich dazu sagen dass ich frage was weil das für mich ist das gerade unbegreiflich hast du so wie euch das ist ja nicht so jungs okay lassen nach marokko fahrt erst zwei tage mit dem auto ja die jetzt auf afrika marokko wann ist ein marokko fest und dann kommt doch schon marokko du fährst du unten durch und dann nimmst du überfahrt und dann bist du im marokko ich bin ich irgendwas ich habe hier irgendwas nicht oder ja deswegen will ich jetzt ich auch nicht weiter in diese schiene bringen und dann macht ihr in der wüste und seit dann auch zur dünen gefahren ja das ist doch das video mit jens geworden ach das war das video ach jetzt alles klar jetzt fügt sich gerade ein bisschen was in den kopf dafür ist sie aber sehr sauber die haben wir schon gekämpft hat aber wenn du mal genau hinguckst siehst du noch die ist noch nicht ganz sauber und jens hat einen tipp gegeben wenn es kritisch wird gas geben das geht aber das geht ja das ist ja wahnsinn liegt aber das liegt an dem an dem ich wollte gerade sagen das liegt an dem der das lieferte nur jetzt den ström dass das lädt aber das ist ja ein wahnsinn in sehen wie man in der heutigen jüngeren youtube-sparte ja so macht man eine abstimmung schafft er das alle zu laden jetzt ist wenn er das drei akkus ist das dann krass wenn du kannst du mir den ganzen ist das oder sagst du doch okay das passt naja dann sind wir ungefähr bei 200 210 215 216 watt stunden 250 watt schon hatte und wenn wir jetzt drei akkus kriegen dann haben wir ungefähr hast du drei akkus hast du dann auf jeden fall was ich dir sagen wollte ja mit dem sound und was weiß ich aber wenn du zum beispiel jens ist ich will mit jens nächstes jahr wahrscheinlich auch nach bosnien mal fahren ja übliche tour jungs wie schaut es aus bosnien aber bosnien also guck mal bei jens auf dem kanal wenn ich das interessiert weil weg war was ist der weil einfach die landschaft da so geil ist okay du blickst das nicht du fährst durch die landschaft du fährst durch durch so hochebenen da sind auf einmal wild pferde und dann fährst du an diesen bild fern vorbei das ist unfassbar das glaube ich ja das ist also landschaftliche land gibt es da auch dieses diese trails dabei irgendetwas stelle ich mir bestimmt oder schottland oder so stelle ich mir doch auch interessant vor oder ich glaube nicht dass du schottland so dass der bergige schatten ist auch bergig und so auch so ich habe keine ahnung aber schatten ist doch von der für seine natur bekannt oder einer fragt hier mit simme ob ich simson ich habe letzten zuschauer getroffen die hatten so alte mopeds und andere geil hier an der tanke getroffen fahr doch mal ja was mich reizen würde wäre mal zum beispiel eine alte bmw boxer eine alte uhr gs die noch mit 50 ps möchte ich einfach mal ja die wird dann sicherlich nicht verkaufen aber das ist auch relativ alt und wo ich noch dran bin er die 350 luftgekühlte zweitakter irgendwas zweitakter mäßigen dieses gespielte interesse truppe ist nicht gespielt du hast ja auch wenn du keinen bock hast ja klar das sind stattdessen dass ich denke das sind die leute die mich halt nicht kennen das sind nämlich hassen drei akkus geht ja ja die verlassen sich jetzt auch auf unsere berechnung auf unsere berechnung so okay den lassen wir noch laufen 14 minuten hält er noch wenn es läuft hast du noch mal eine minute ach so das ist eine minuten die sind auf jeden fall voll also wenn du jetzt auf einer baustelle bist mit dem akkuschrauber zugange und du hast keinen strom und du brauchst du hast nur zwei akkus oder einen vielleicht zwei wenn du drei akkus einnimmst du mit mit vier akkus also würde ich jetzt schon mal sagen kommst du schon kriegst den saft schon raus und bringt truppe auch sinnvolles wo der zeigt er nur von ahnungslosigkeit lieber florian genau so ist es aber du kannst gern vorbeikommen und von deiner von deinem wissen überzeugen rinke rode kommt vorbei stelle ich hier hin und dann können wir alle zusammen quatschen so werkzeug thema die vier kniepads raus hau doch mal die vier kniepads raus steht daran ja aber an wen tja das ist die frage und dann musst du aber auch noch versandkosten zahlen das ist warum ich damals mit dem verlosen aufgehört habe mir die versandkosten zu hoch geworden sind ja da gab es leute geschrieben das kann nicht das kann nicht gut an also wir verlosen ja regelmäßig und das ist auch das ding das kostet natürlich eine menge geld klar aber aus meiner sicht muss das drin sein dass man gut bei dir du kriegst ja auch sehr viel überflüssig oder sehr viel was du sagst also kann man das hinten sehen ja also das ist ja jetzt nur einer deswegen kann ich das verstehen aber ich lasse ja aber die werden ja 800 akkus schrauber schicken aber die werden ja nicht verlost das meiste was verlose kaufe ich selber das zum beispiel sehr altruistisch von dir was denn machen wir die faust und stehe noch ewig blöd dran sei sehr altruistisch und die erste sachen kaufen die verlost finde ich ja cool passt ja ja da könnte jetzt natürlich auch sagen das mache ich auch nicht aus luft und liebe sondern weil du irgendwie ein ziel hast dass du die community irgendwie stärken willst aber das kann es natürlich auch so unterbrechen also ich müsste es ja nicht machen natürlich nicht sagt er kann es gibt ja eine youtube vorschrift vorschrift 348 wir haben sachen zu verlosen und das ding habe ich zum beispiel gekauft das ist ja heute verlost worden dann die ganzen akkuschrauber man muss ja dazu sagen die kaufst ja zum testen und nicht zum verlosen oder nein die akkuschrauber also wenn ich in unsere amazon liste gehe und das ist ja immer was du gekauft hast ich glaube wir haben 60 gsr 12 gekauft schon also es sind ja ungefähr mal zum durchschnittspreis 7000 euro ja cool finde ich gut ja aber ja aber das ist ja natürlich auch klar ich kann ja das geld auch nicht kacken außer ich habe einen guten tag da läuft das wie ein tag gern bei dir aber aber das ist halt alles so in dem ganzen konzept es muss einfach kohle reinkommen dass man einfach das ist einfach gut läuft und alle spaß dabei haben ja so ja und dennis farin versandkosten betriebsausgaben das spart steuern ist natürlich etwas weit hergeholt und das ist ja auch die landläufige meinung hey du fährst aber ein großes auto wenn du kannst es ja abschreiben also das auto kostet dich ja nichts also du kriegst das ja geschenkt du kriegst es ja geschenkt du musst das geld ja gar nicht verdienen for free genau kannst ja abschreiben also quasi das ist ja geschenkt ich muss arbeiten ich kann das nicht ich habe nur einen normalen job ich muss dafür arbeiten du kannst ja abschreiben das zahlt ja die firma also versandkosten sind natürlich betriebsausgaben und mindern den zu versteuernden gewinn aber das ist ja nun mal das geld muss ja irgendwo herkommen aber das geld muss ja eben irgendwo herkommen und wenn du gar keine steuern zahlst hast du in der regel auch nichts verdient und wenn die sagt immer boah ich zahlen so viel steuern das kotzt mich an sage ich werde ich würde gern achtmal so viel steuern zahlen wie du weil dann würde ich auch viel mehr verdienen als du also ich zahle gerne meine steuern also das ist ja notwendiges übel ich kann es ja eh nicht nicht machen sozialabgaben gewerbesteuer einkommensteuer das ist schon ja aber auf der anderen seite ich könnte ja woanders hingehen aber ich bin ja hier und habe die möglichkeit das zu tun was ich tue absolut klar mit erfolg und und es läuft alles und und von daher arbeitet mit dem motor keine macke wie bei euch kann locker im besitzer ja ich schicke einen umschlag 0,25 bei ekarren selbst und ständig naja lieber leid art sexe nehmen selbst und ständig wenn du es gibt eine unterscheidung zwischen selbstständiger und unternehmern unternehmer versucht sich eigene unternehmen überflüssig zu machen das heißt dass seine mitarbeiter die arbeit machen und selbstständiger der arbeitet wenn der fliesenleger ist und zwei angestellte hat dann arbeitet er ständig rund um die uhr singen sollte man er versuchen unternehmer zu sein als selbstständiger so sehe ich das so wir haben acht minuten und 18 prozent was hat immer das hat er angezeigt es wird eine knappe kiste mit acht minuten ja meinst du schwörst du aber schon das wird das wird das wird eine punktlandung ja hier kannst du übrigens noch mal unseren sponsor grüßen ich dein sponsor was ich kann nur mein testimonium geben das ist geil ja stimmt wir müssen das ja wir müssen das als werbung kennzeichen also tatsächlich der truppe ist nicht leicht zufriedenzustellen aber doch das erste als heute da reinkommen hast du was zu futtern hast du paar so koro nüsse dann haben wir die die schale kredenzt und die sollte caramel mit mandel mega oder ich habe ja auch das angebot von dem bekommen werbung zu machen ich habe gesagt nein aber das schmeckt also um gottes willen das ist alles geil auf der webseite wenn man viele sachen habe ich mir gedacht habe ja und wenn ihr auch meint gönnt euch mal also die sollte caramel sind würdigkeit link unten in der beschreibung ich mag sachen nicht die so die so so eine tortilla chips da erwarte ich dass die dingen also wenn sowas so ausschaut schon dann bin ich das schwierig aber ja ich mich aber auch geil mit dem rabattcode bau von 490 bekommt in fünf prozent und genau durch so ein sponsoring sorgen wir dafür dass du dir solche gäste hier leisten kann ja genau dass wir stehen können und essen können so läuft bei uns oder ronald diesen namen als geile hat weil die damen so hart ok ronald eltern was ich finde den namen der so ungewöhnlich ronald ich kenne niemanden persönlich der ronald ja ronald steht doch in bremen mit dem schwert oder heißt er doch oder dass der roland der roland ach ich finde ronald das ist quasi das ronald ja ich feiere ich feiere ich feiere dass die beiden da hocken ich fühle mich ganz leicht ich habe so einen hauch von comedy club hier aber ich finde das geil weil die weise ich finde das geiler sitzt sitzt da immer jemand also ich bräuchte dass das da jemand sitzt ich finde das total geil wir können auch mal wieder einrichten dass wir zwei zuschauer einladen genau du solltest da mal so fünf stühle haben so ein bisschen publikum live probieren wenn ich eine geile idee die maschinen weg team plätze hin und dann ein bisschen publikum finde ich cool aber gestern wir haben das tatsächlich wir haben mal alle radler gekauft die es bei uns in bänden gibt und haben die mal probiert und wenn du die alle leiter die probierst steckst du sehr schmeckst du sehr sehr starke unterschiede und wir haben dann bei gösser haben wir haben wir gesagt da ist so weil ich mag ich mag das hat von den ganzen radlern am ausgewogensten und süßesten geschmeckt wir haben da noch da war noch ein anderes rad ich weiß gar nicht das war gemeckert zu dem was das war auch ganz lecker aber ein paar gab es dann wenn ich das jetzt so wenn jetzt irgendeinen radler kriegt dann trinken das ist okay aber das im direkten vergleich hast dann merkst du schon bierlastiger schmeckst der alkohol mehr verdünnt wenig süß viel süß und das war für meinen geschmack auch das wo ich sagt wenn ich mir ausruhen kann dann hole ich mir das das besser ja das schmecken lecker das ist süffig das ist gut ich finde das hat so eine gewisse frische ohne dass es zu süß und zu seifig schmeckt es gibt so radler kiez mische zum beispiel finde ich jetzt zum beispiel gar nichts mische ja von astra finde ich nicht so geil schmeckt mir ein bisschen zu seifig und es haben auch schon viele leute aufgrund unserer radler vorliebe hier ihre lokalen rad da mal geschickt wir haben schon ein paar kisten bekommen und da war waren sachen bei die waren lecker aber nichts kam daran anstrengender typ der letzte bastel machst du das heiko gibt es noch mal eine auktion bei dir ja auf jeden fall wir müssen mal gucken weil ich sage wie es ist ne ich weiß im prinzip vier wochen entweder lag ich halbtot irgendwie auf der bahre oder ich war auf messen unterwegs wir müssen sehen dass wir so ein bisschen in der zeit jetzt im dezember auch unsere videos voll kriegen und verspricht das ist auf zehn minuten vor einer acht müsste weniger werden nein die leistung geht ja runter also erzieht weniger aufnahmeleistung weil er jetzt die ladekurve ist ja auch nicht linear er geht ja zum schluss nachher runter da der ja okay dann ja gut dann können dann ist ja eigentlich schon fast geschafft wenn er jetzt schon runter geht ist ja schon endstadium das war was gibt es noch da gab es noch diese was waren das wasser cashew chili cashew irgendwas war glaubst du da auch noch oder malte schreibt oder fragt sind deine motorräte noch angemeldet die hat warte mal ich muss mal gucken ich glaube die hat kein saison kennzeichnen weil ich was ja eh nix oder was kostet im jahr 50 euro ne wahrscheinlich aber nicht so viel unter unter 100 denke ich oder was du zahlst ja nur steuern steuern und teilkasten versichert ich zahle habe ich 130 euro im jahr und die habe ich halt kein saison kennzeichen weil das ist ja gerade du willst vielleicht mal im winter nach marokko oder nach spanien oder so beim thema wieder oder jetzt ist ja auch das beste beispiel wir haben november wir haben 16 grad ist es sonne so und wenn du fährst oder so also da ziehst du dich warm an wenn das jetzt nicht minus zehn grad ist also ich bin ich fahre auch meine motorräder also bis zwei grad oder so dann ist ja auch ich habe mit vollverkleidung sitzheizung griffheizung die 1600er das geht eigentlich da sitze windgeschützt ist noch für ein kurs ist oder wenn sie zeit sind handheizung wieso wenn es kalt ist oder du hast sommerklamotten früher roller gefahren es frisch schnee den pulli darüber gezogen in kurzer hose das stimmt jetzt nicht ganz aber warum fährt man eine wintermotor hat wo ist da der reiz wenn ich da irgendwie eine lange unterhose brauchen heizgriffe und wenn das wetter schön ist und du fährst mal du gehst ja auch im winter spazieren oder nicht oder bleibst im winter zu hause hocken und wenn wir es wenn also wenn es trocken ist und die sonne scheint ist das ist auch viel sicherer als wenn du nie und dann auf einmal im märz fährst du wieder raus hast überhaupt keine fahrpraxis ist ein bisschen eingerostet auf jeden fall die 1600er ist auch komplett angemeldet und die 1300er ist saison von 2 bis 11 also so gerade so ein bisschen saison ich habe überlegt ob ich den 500er auf saison kennzeichnen aber dann hast du den in halle stehen willst du mal verfahren irgendwie hast keine anmeldung und so obwohl das auch kosten sind weil der kostet 370 euro oder so was steuern ja versicherung ist schon auf absolut 35 30 prozent oder so koste sind aber auch 350 euro der 500er ich denke mir die ganze zeit der motorrad ich wollte nicht korrigieren ach du meinst du meinst den mercedes danke die antworten werden rarer und das interesse am gast wo du wo du ne ich gucke hier die die links und was du sagtest von wegen jahr sitzheizung befest zum beispiel im sommer übergangszeit vielleicht auch oder 20 grad jetzt hast du ja keine winterklamotten mit hast keine lange unterhose darunter sondern deine normale hose so dann fährst du die dunkelheit rhein bis gleich eine tagestour und fährst dann abends um acht nach hause oder so und auf einmal wird es kühler 15 grad 14 grad das hat man ja schon mal gerade im sauerland in den bergen so dann machst du diese zeit so an also warum nicht warum nicht und griffheizung sowieso gerade ich bin total der frost können ich habe eine störung im vegetativen nervensystem hat mich mal ein arzt aufgeklärt weil ich habe immer kalte ohren immer kalte finger selbst im sommer teilweise und durchblutung alles gecheckt drei tage im labor übernachtet und hat er gesagt ja deine nerven sagen sind einfach nicht so dass sie sagen okay wird kalt pump hier ordentlich blut rein oder macht die gefäße eng oder was weiß ich du bist aus und so ein wurstfinger typ du kannst du bei minus zehn grad gebe ich dir die hand da glühen deine finger der brauche kein anstehenden teil von dir ja da war das christian schulte fragt das jahr neigt sich langsam im ende gibt es ein neues werkzeug das nächstes jahr kommen wo du dich am meisten drauf freust du weißt du ja dein eigenes werkzeug was kommt wahrscheinlich ach so ja ja stimmt aber das kommt erst zum ende des jahres ne aber ihr werdet es wirklich miterleben ich werde euch relativ früh mit in die body liste mit aufnehmen andré und ronald müssen händchen halten ihr seht ihr seht jungs ihr seht die nicht hinter der kamera was da abgeht also das ist andere muss man euren diskurs server beitreten ein aber ich sag nur digital detoxing weil du kriegst jeden tag 50 bis 100 nachrichten auf insta ich habe heute auch wieder ein paar beantworter fragen was würdest du empfehlen bababa ich schreibe nicht mal meine anrede die leute fragen mich nach marken ja was soll ich nehmen das oder das für den anderen schreibt die marke fertig das ist nicht unhöflich aber das muss das ganz abschalten das können das schwierige ist immer also ich schreibe gar nicht zurück nicht weil ich ein arschloch bin sondern weil wie du sagst dass du kriegst unverhältnismäßig viele nachrichten und du kriegst dann für mich nur von einem einen tag nachricht sondern viele und das über mehrere leute da hast du also mein viel ich löscht den immer weil er ist das ist ja bei dir das gleiche du kriegst ja hunderte kommentare über alle plattformen da müsste ich ein ganz heute dieter bohlen podcast gehört zwei jahre alt und erzählt dann meint der der west also mit kommentare und so sagte ja beantworte ich ja ich habe gesehen dass gasten 50 kommentare sagte nene es waren 3000 dann sagt er mal so ja da sitzt du ja lang dran sagte ja täglich neun stunden beantworte ich da denke ich mir okay krass aber die zeit habe ich nicht gemeint ja aber guck mal jetzt weil ich glaube ich habe immer die ich habe den podcast auch gehört ich habe mir glaube ich die mühe gemacht irgendwie mal nachgeguckt weil ich auch das kann er nicht durchhalten das hat er jetzt gab mal so ein hype findet das geil weil es ich habe für den dieter auch neu so social media direkt bidirektional direkt aber in der regel ist es so dass die leute schon verstehen dass da kein großer die stadt finden kann es gibt leute die fragen mich dann noch mal und noch mal noch mal und dann antworte ich auch teilweise nicht und dann muss man das auch verstehen ich habe es halt schwierig für zuschauer ich schon mal ich habe damals ich weiß ich habe zwei youtuber angeschrieben die waren damals verhältnismäßig groß ist noch viel größer und ich habe auch so was geschrieben da kam nur eine antwort zurück und habe ich auch gedacht boah wie unverschämt jetzt ich habe dir gar nicht verständnis ich habe dem geschrieben hat gedacht hey ich kann es ein bisschen so nieder klar weil er hat hunderte nachrichten ich als ich hatte da keinerlei verständnis wenn ich dachte hey ich nehme mir zeit und schreibt dir so dachte ich damals und klar der hat ein paar kommentare mehr also ich denke deswegen schreibe ich gar nicht zurück es gibt ich schreibe mir sehr oft habe ich dass ich mir fehlt die zeit radiotest was hältst du von der shaper fräse übrigens von der origin gibt es zweier version haben wir die schon denke die wird bald den weg in unsere werkstatt finden die ist ein bisschen geupdatet großes display hat schon gesehen ja größeres display anderes betriebssystem was hältst du von der origin fräse gar nichts hatte ich noch nie in der hand aber du weißt was es ist ja und selbst nicht kann ich kann nichts dazu sagen ich hatte es nicht in der hand es gibt bestimmt andere fälle die ist mega geil aber ich kann dazu nichts sagen weil ich sie nicht habe und weil ich mit damit nicht gearbeitet habe deswegen kann ich mir da keine meinung überbilden du weißt wenn du weißt was sie kann ja findest es reizvoll sich damit zu beschäftigen warum weil mein kanal für heimwerke steht mein kanal steht dafür man kann es mit den händen machen mein kanal steht nicht für zähle ist thema wieder beendet ok ist leer zeig mal wie platz jetzt wenn du rausnimmst ja es zeigt zeigt also es sieht man das hier doch sieht man du musst nur drauf drücken jetzt ist voll auf jeden fall akku zeigt voll an ja lass es jetzt weil ich 95 oder so gehabt haben die ist ja auch schon runtergegangen also ende vom lied die waren ja auch total leer gebumst die dinger da war gar nichts mehr drauf also nicht ein strich das hat der letzte strich schon geblinkt so würdest du dir die nicht unbedingt leer ziehen das wäre jetzt so ein anwendungsfall haben wir euch jetzt live gezeigt hier mit der rüber zwei das wird gehen du würdest sogar eventuell wenn du einen kleinen wasserkocher hättest könntest du denn wahrscheinlich mit diesem x irgendwas boost auch sogar noch betreiben also kommt der link der kraft ist cool ja da haben wir uns gedanken mag mich halt wozu bräuchte ich das ist aber auch gut ja die anderen haben ja den griff hier ja links und rechts genau wollt ihr noch mal einen blick in die konfektionierten werkzeug sets werfen müsst ihr müsst ihr was kostet der spaß 300 euro kostet die ist aber auch verlinkt in der video beschreibung habt ihr schon tipp für black friday haben wir nicht wir sind auch nicht näher ran also wir kriegen glaube ich keine info gerade was da irgendwie und ich glaube ich habe mal von amazon irgendwie einen link gekriegt hier kannst du schon mal sehen was demnächst kommt aber das war eh weil genau an dem tag kam dann wieder andere sachen dazu und so unser plan ist dass wir am black friday wieder morgens live am start sind und direkt ein bisschen was raus ballern das ist aber dann auch immer anstrengend weil ich dann schon quasi nachts hier bin letztes mal wollte ich genau letztes mal wollte ich früh ins bett dann um 11 uhr wieder kommen und dann quasi durch machen es war wie es ist ich bin hier geblieben weil ich habe mal was abends zu tun und dann habe ich quasi nach einem kompletten tag wo uns live stream warst du da nicht auch ach ja stimmt dann haben wir den orden hat es mit dem handy gemacht oder irgendwas das war aber auch schon ok einzelnen steht okay weil also genau kurze sache das ist jetzt echt live weil ihr habt ja gefragt als wir die werkzeugkisten so gezeigt haben was ist deine meinung truppe du kaufst einen vorkonfektionierten werkzeugkoffer für 200 euro oder irgendwas bist du ein typ dafür der so ein werkzeug set kauft moment wir müssen unterscheiden zwischen dem koffer und werkzeug sei das ist also und ein koffer der bestückt ist bin ich nicht der typ dafür warum brauche ich habe ja werkzeichen wozu brauche ich ein koffer mit werkzeug ja du wärst jetzt meinetwegen der typ du würdest du jetzt du bist jetzt der 16 eure truppe und hast noch nix und dann gehst du in baumarkt oder amazon ja moment reden wir jetzt von so einem video koffer oder genau von seinem kniepx koffer mit bestückung drin oder was also ja aussuchen was ich für werkzeug brauche generell jetzt nicht also ich habe ich noch nie gekauft dann werde ich auch nicht kaufen ich war mal 16 ich habe kein werkzeugkoffer gewollt genau warum aber warum nicht weil die sache ich ganz spezifisches zeug braucht genau braucht den ratschenkasten ich brauche schraubendreher ich brauchte dass ich brauche nicht irgendein sortimentprogramm ist deswegen bin ich nicht der typ für genau und wir haben ja einige folgen mittlerweile gemacht mit bestückten werkzeugkoffern und manchmal war es schon dass man sagt ja cool passt schon so insgesamt aber irgendwas fehlt halt immer und dann kam halt aus der community der vorschlag dann macht doch mal ein werkzeugkoffer wie du den vorschlagen würdest also wenn du jetzt kommen würdest und sagt pass auf hier für meine mutter oder wen auch immer die will irgendwie um die 100 euro werkzeug haben was aber irgendwie passen muss aber es soll kein schrott sein und da wir ja die kooperation mit tech safe haben habe ich gesagt es passt gut zusammen ich mache einfach mal ein bisschen werkzeug und eine einlage dazu was hier in seine elbox passt allerdings könntet ihr auch so eine einlage machen für ein mac pack oder ein systemer mac pack ist eventuell schon ein bisschen klein und das wäre zum beispiel so das wäre jetzt so ein set was vom werkzeug um die 100 euro liegt plus koffer und einlage und jetzt wenn ihr das vergleich mit den einlagen die wir euch im letzten video gezeigt haben das ist ein schaum der ist etwas preiswerter von der dichte der ist aber der ist jetzt nicht ganz so hochwertig aber immer noch hochwertig und immer noch hochwertiger als das meiste was in den fertigen koffern christ und das ist eigentlich durch durchgehen alles marke mehr oder weniger du hast schraubendreher set von vera vd weil es das relativ günstig gibt bei amazon du könntest natürlich jetzt auch ein anderes set normales set aber du kannst ja mit dem vd auch normal schrauben aber du siehst du zum beispiel hier wie schön das ist mit den gefrästen schäumen das passt wirklich dann schraubendreher dann hast du hier von gedore red ein preiswerten maul schlüsselsatz kannst natürlich jetzt nicht hier irgendwo direkt für den maul schüttel das schon 50 euro lassen da kommst du mit dem preis nicht mehr hin aber so hast du von 6 ich glaube bis 22 alle größen hast dann diese dann rollgabelschlüssel ist jetzt mann es mann ist jetzt eher budget aber war dann noch im budget warum ein rollgabelschlüssel ja werfe teil ja und gerade wenn du irgendwann mal eine mutter kontern muss oder so und so hast du zumindest eine möglichkeit hier da noch mal zu kontern aus meiner erfahrung den habe ich dazu konfektioniert oder konfiguriert vierfach ratschenschlüssel finde ich immer sehr nice und hier hast du ja gängige größen 10 13 17 und 19 kommst du gut mit zurande dann ein bandmaß von stelle also auch kein schrott aber preisgünstig ein hammer von mannesmann ist jetzt von der ausführung also auch jetzt kein was weiß ich pika oder sowas aber passt für das geld und hier haben wir noch ein cutter messer von wolf kraft ist ein cutter messer was erstaunlich preiswert war ich glaube irgendwie 4 euro 50 oder so hat aber metallgehäuse hier und eine gummierung also für den preis aus meiner sicht schon okay dann brauchen wir noch eine zange so und wir haben nur eine zange hier eine kombi und spitzzange und eine kniepacks so und die war jetzt im budget drin du hast auf jeden fall qualität kannst aufrüsten was aber eigentlich kein schrott hier drin und einen kleinen ratschenkasten haben wir auch noch entweder den von stier da hast du schon eine viertel zoll ratsche bit halter drin oder als alternative wenn du sagst du musst sparen wo ist er hingekommen hier hatte der koste um die 35 glaube ich wenn du sagst du bist im budget eng weil da kommst du etwas über 100 euro dann hast du auch noch die möglichkeit diesen hier zu nehmen der kost 15 euro da hast du dann quasi wie toolcheck so eine kleine ratsche hier fehlt ein bit dann hast du ein paar bits und nüsse 6 bis 13 kannst du natürlich auch im akkuschrauber benutzen und das passt dann hier rein chat ist schon wieder aus ja das ist echt krass warum dieser scheiß bildschirm schon noch immer das muss was mit den domäne richtlinien oder sowas zu tun haben so so und das ist jetzt so wo ich sage da hast du im prinzip kein schrott du hast teilweise schon richtig gute marken sachen wie die kniepacks oder die ringer also du wirst damit nicht unglücklich werden und du kannst das meiste was heißt das meiste es gibt ja auch verschiedene anwendungsfälle vielleicht sagst du machst noch elektrik dann brauchst du noch eine abis oder zangen oder sowas vielleicht aber selbst das was hier so einen kleinen gerade damals von dir die empfohlene japan kombi zange besorgt und bin mega happy mit der das ist die engineer super geil die haben wir in verschiedenen also mit der bin ich übertrieben happy ja die gibt es jetzt auch von knippx heißt glaube ich twin grip oder sowas haben da hat ich klippx mal was geklaut oder ich glaube das ist echt geil mit auch mit dem verzahnung und dem runden das ist mir richtig 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 gute zange und vor allem die ist wirklich hochwertiger wer sie nicht kennt playlist smarte werkzeuge haben wir die schon vorgestellt habe ich auch zwischendurch beim motorrad mal wenn schrauben irgendwie abgenudelt waren die konnte ich von oben so greifen diese eva schrauben mit torx wenn der torx rund war oder sowas gerade wenn du auch mal ein gebautes moped hast dann willst du daran schrauben hat irgendein heinz darum genudelt dann warst du das gar nicht und hast aber die spätfolge also das ist so eine sache finde ich super und geht jedem bei uns so wenn du das ding in aufmaß hast du schon mal gute laune weil das ist ordentlich bei denen müsste man eventuell noch mal sich was überlegen wenn du jetzt wirklich wild umher weil du hast hier kein puffer in der in der klappe da könnte es sein dass hier mal was rausfällt ja und dann war hier gerade von wegen eine cobra sollte drin sein ja eine kniepex cobra kostet 25 euro also kommt darauf an er ob du eine kleinere oder so aber wenn dann will ich viel ja ist natürlich die frage ich will natürlich immer da nie mit der schnell verstellung haben dass der zackenschlüssel da sind wir schon mal falsch unterwegs die kleine habe ich jetzt gerade nicht da aber das ist ja so diese klassische mit der schnell verstellung so was ließe da 35 40 euro so dann ist das budget hier schon im sack also wenn du natürlich sagst du willst in der cobra ja klar aber dann bist du in dem bereich da bist du nicht mehr 100 euro dann bis 130 euro musst du sehen wenn jetzt hier noch eine wasserpumpenzange oder sowas wird es ja sogar noch platz hier ein bisschen was noch dazu zu quetschen aber das ist erst mal so da machst du kein mit unglücklich und jetzt sagte einer hier schon brüder mannesmann wäre schon für mich gestorben ja sag mir einen besseren rollgabelschlüssel der das budget nicht sprengt dann können wir weiterreden und rollgabelschlüssel ist jetzt für mich auch kein das brauche ich gelegentlich mal wenn ich irgendwo eine schraube habe wo ich eine kontermutter habe oder muss von der anderen seite und du hast ja jetzt hier schon den dann hast du auch den damit geht auch was ist er so ein nice to have so und wenn wir jetzt sagen wir haben ein bisschen mehr benutzen dann haben wir auch eine wasserpumpenzange hier haben wir eine knieplex cobra dann elektriker installationszange schönen seitenschneider von knieplex schraubendreher satz von wäre dann ein tool check auch immer gern genommen und jetzt das haben wir euch ja schon gezeigt in der folge jetzt kannst du die obere lage rausnehmen hier seht ihr auch wir haben wir diesen diesen guten schaum oder den besseren schaum mit der zwei farb hier siehst du sofort wenn was fehlt so und das wollte ich eigentlich immer haben dass ich so ein werkzeugkoffer habe wo ich auch einen akkuschrauber drin habe und eigentlich ist die ja doppelt weil ich hier noch in dem platz die gl mit reingenommen habe und die ist ja geil die haben wir auch glaube ich mal smarte werkzeuge oder so 12 euro sie lag mal bei zehn euro glaube ich wie lange hält die also hat aber nur kurz halt so zehn minuten oder naja kann es mit usb laden leider micro usb das ist ja mal echt ich habe schon lange eine gesucht die die wirklich winzig ist und weil die ist ja gerade wenn ihr irgendwo das ist ja aber gibt die so klein die verlegte herr war die ist das ist die zeit blind und ist eine brennenstuhl ne und die lampe war auch mit die idee dass ich gesagt habe ich muss die brennstuhl kollegen mal einladen weil die lamp hat ja ein alugehäuse das ist ja jetzt kein billig klump die macht ja einen guten eindruck dann hat die den magnet also kannst du irgendwo hier noch wenn das weiß ich blech hast oder so und lasern die kruppe dass man die schraube anziehen oder wenn du halt was weiß ich ein blaumann hast oder so hast du eine jacke eine tasche dann kannst du die noch anklipsen dann milwaukee cutter messer 17 er musste etwas übung haben dann kannst du das einhändig hier gibt es auch noch eine version wo du noch so ein schraubendreher hast ein werkzeughalter und das ist das ist auch schönes werkzeug so dann das thema habe ich schon in der sendung gesagt haben die meisten euch gesagt genau richtig gemacht kein ladegerät hier drin sprich du hast mehr platz aber ihr seht ja jetzt wir hätten jetzt schon hier vier akkus damit kommst du eigentlich über den tag dann bitte halt davon wäre wie man aus dem man ausziehen kann auch mit den langen bits die du natürlich dann auch wieder im akkuschrauber verwenden könnte es sogar mit dem rapido und weil es so schön ist hier noch die joker schlüssel maul ring mit ratsche vierer set so bei so einem set komplett mit allen werkzeugen werden wir hier aber ich habe es noch nicht genau ausgerechnet so um die 400 euro liegen denke ich plus plus zwei einlagen also das ist eher so die 500 euro geschichte aber killers no fillers ne und da ist die frage da könnt ihr mal in den chat schreiben oder in die kommentare weil die idee ist ja so wir verlinken euch das machen diese schäume als lagerware und da könnt ihr das bei uns bestellen die frage ist aber ob das nicht eine preislage ist wo ihr sagt nee ich will nichts ich will nicht ein set was vorkonfiguriert ist sondern ich will dann noch die zange oder die zange haben das übrigens habe ich mich vertan das ist keine koba sondern ist der zangenschlüssel den ich allerdings auch schon mal hier und da auch als zange benutzen das geht auch ganz gut also da könnt ihr ja mal schreiben ob ihr sagt nee das seht ihr nicht fühlt ihr nicht dass man das auch anbietet als set also die werkzeuge könnt ihr auch sagen okay ihr fangt jetzt mit der unteren lage an und man kauft sich das dann so peu à peu aber die schäume sind ja dann vorkonfiguriert schreibt auch an der kata messer fastback oder tagima genau beide hatte ich ja auch so überlegt kann sie empfehlen das sieger messer das ist das fühlt sich geil an aber soweit ich weiß machen die auch nicht wir haben auch eins von sieger das geht so ein bisschen die milwaukee richtung in die in die wolfkraft ja ja es ist es läuft ja koste aber auch das drei bis vierfache aber das ja ja sehr geil bei rund 500 euro sollte ein hammer dabei sein das problem ist den hammer christo in den zwei lagen schlecht unter also da haben wir noch keine abschließende lösung gefunden weil du hast hier keinen platz mehr für den hammer er ist wie es ist du hast keinen platz weil du brauchst den kompletten stil du brauchst dann hier die komplette höhe ist dann wiederum die frage ja du kriegst du nicht unter du bist halt dann gebunden an die größen und wenn du jetzt eine größere l box nimmst könnt es ja machen dann hast du drei lagen dann ist so ein bisschen auch der charme weg da fehlt hat der hammer aber generell das thema schäume glaube ich schlecht gut an wie gesagt ich habe von max von tech safe die info dass die wirklich jetzt gut zu tun haben also die waren da auch ein bisschen überrascht von hätten das nicht geglaubt dass doch so viele leute youtube gucken und max hat viel positives feedback bekommen ich habe heute noch was gelesen wo jemand schreibt man merkt wirklich dass er sich gut auskennt der ist ja der inhaber also familienbetrieb und der lebt das zeug tag und nacht der ist da richtig im thema und richtig mit begeisterung und ich liebe es auf leute zu treffen die wirklich mit leidenschaft bei ihrer sache sind wo man also finde ich echt immer sehr erfrischend genau zwei lagen sind schon fast grenzwertig fast aber ja die nehme ich schnell raus kann sie mir irgendwo platzieren oder ich kann sie nicht platzieren nehmen hier was raus tun die wieder zurück wenn ich jetzt einen anderen koffer habt dann habe ich auch irgendwo eine zweite ebene muss auch irgendwie was klappen oder so dass weiß ich nicht wie ihr das seht aber ich finde das noch okay aber wenn du das dingen auf machst du hast immer freude das sieht einfach ordentlich aus das diszipliniert auch finde ich dass du nicht irgendwie lässt du da liegen oder so sondern es kommt alles hier rein und zu und der ein oder andere hat ja auch geschrieben genau cool weil so eine lbox habe ich eh zu hause ungenutzt weil den akkuschrauber habe ich immer an der wand oder so was kostet so eine einlage ohne werkzeug kann ich euch nicht genau sagen und wird um die 50 euro liegen kann man nicht legen sondern stellen über beide ebene das geht ja nicht du musst ja trotzdem den stil irgendwo lassen was ja er meinst du kannst du mir mit zwei ebenen legen er meint sie haben doch der so dran so natürlich jetzt nicht der gut aber wo lässt du den den stil ja und da guck wurde du den wir haben das ausprobiert wir haben probiert mit dem hammer das passt nicht ich sagst wie es ist genau truppe nimmt der edeln akkuschrauber zum hämmern deshalb haben wir ja auch noch ein paar akkus hier faysal fahrhang schreibt fc 35 fc welt besser weil da kommt ja noch der hammer aufsatz ja aber wo lässt du den hammer aufsatz das wird dann schon schwer dann musst du die akkus weglassen und wo lässt du die anderen fc aufsätze vielleicht hier und fc ist natürlich auch mit hammer aufsatz noch preislich eine ganz andere liga dann reden wir ruck zuck mal über nicht 500 euro sondern 650 euro und und das muss man natürlich auch sagen wir haben ja hier ein werkzeugkoffer mit elektro werkzeug weil 500 euro wenn man mal so irgendwie um daumen peilt das klingt erst mal teuer aber ja gut der akkuschrauber kostet auch 150 die die lampe kostet auch 60 euro die es ist toolcheck kostet auch 60 euro hier ist wirklich so okay wir machen uns mal richtig geiles werkzeug rein abflexen abflexen ein klapphammer hier kommt wieder von heiko die frage was ist eigentlich aus max leser geworden ja der macht eine ausbildung es kommen auch zwischendurch immer mal fragen der ist ja schon länger nicht mehr dabei anderthalb jahre und wir haben ja damals ein video dazu gemacht und da hat er gesagt er macht eine ausbildung er möchte aber nicht sein privatleben haben und das wurde ihm auch halt so viel der ganze hype und da ist halt einfach nicht und das muss man akzeptieren außerdem ist es ja ein junger typ also von daher verstehe ich auch nicht immer diesen genau es geht ihm gut er ist gesundheitlich fit wir haben uns auch nicht gestritten oder so aber und uns gibt es immer noch das ja frei nach adam savage everything is a hammer true story bro ich überlege mir was ich schon dübel reingekloppt habe mit der hinterseite der zange mit einem meterstab wäre cool wenn max ab und zu mal vorbeikommen ja aber es möchte er vielleicht gar nicht also das verstehen die leute nicht er kann man vorbeikommen aber ja aber er hat keinen bock auf auf den den medien hype also das muss man doch akzeptieren was verkaufst du jetzt oder was was weiß dann der punkt du verkaufst diesen werkzeugkasten oder nein ich habe die einlagen konfektioniert diese einlage wird es geben wenn interesse dabei dann die einlage ich habe gedacht das werkzeug nee dann habe ich ja den logistischen aufwand da muss ich das werkzeug einkaufen nach so vorkosten das ist ja auch mal teuer dann habe ich hier für 20.000 euro werkzeugkästen und sagen die leute auch finde ich geil 1 in den chat aber jetzt doch nicht also das heißt also die die idee einlagen kaufen und da muss man sich exakt dieses werkzeug ja genau weil die leute fragen ja andré was würdest du empfehlen für den anfänger oder im bereich 100 euro so ein set und das ist das set was ich empfehlen würde wo ich mir gedanken gemacht habe okay wenn ich nun die kohle hätte würde ich dieses set nehmen mit einem günstigen schaum und dann bist du vielleicht muss ich nochmal komplett durchrechnen ich weiß auch noch nicht was ich für die schäume dann bezahlen müsste aber die idee wäre dass ihr sagen könnt okay ich kaufe den schaum bei euch ich habe eine einkaufsliste da kann ich auch sagen ich habe jetzt nur diesen monat 80 euro dann kaufe ich erstmal was weiß ich das und das noch nicht könnte auch wie so ein sammelalbum sein andere waren kommen die schnackis zu dir wer ist schnacki schraubendreher im wechsel lagern eventuell 45 grad dann mehr platz das geht auch nicht also du hättest ja hier so ein bisschen und wenn du die jetzt in das ist du musst ja auch den sowas was du willst auch noch ein bisschen fleisch hier haben wenn ihr dann hier zu eng werden da kommst du hier gar nicht mehr dahinter und das ist übrigens auch noch mal ein argument für diesen konfigurator bei text safe weil du kannst das ja als what you see is what you get editor alles ausprobieren du kannst du die dinger da so legen tack 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 und dann zeigt er an hier ist rot dann wird es auf einmal rot wenn zu wenig fleisch ist das ist total genial und dann gehst du hin und fängst an hier was weiß ich könnte es jetzt ja noch machen was weiß ich knippeck seitenschneider knippeck das und das nur weil es kannst kannst du machen da wird das gelasert ist hammer geil aus du siehst es ja hier bei denen ist ja auch gelasert das sind jetzt aber noch die erste charge die neue charge muss ich sagen sieht dann noch geiler aus gemütlich zum arme ablegen schnacki lohne aus ostholstein kennst du nicht schnacki der hat einen bauernhof sehr sympathisch ja muss ich schnacki mal melden bei uns mach lieber ein set im bereich 2 bis 300 euro wäre dann was für ein einstecker da auf euch gestoßen ist das könnte man natürlich überlegen soll ich mal 200 300 euro dann kann ich diese sache die darin ist wertiger machen aber ohne die akkuschrauber sektion wäre auch was aber man muss natürlich sehen wenn ich sowas überlege ich meine da habe ich ja schon überlegt habe ich schon arbeit investiert was war denn deine überlegung wenn du das zusammenstellst die überlegung ist das beste werkzeug um die 100 euro im set und alles aber ich stelle jetzt gerade die frage okay das aber wenn ich jetzt mein für welchen zweck ja für universal ein hammer universal willst du zu hause und regale wand kloppen draußen haben wir vielleicht oder dübel oder nagel willst am fahrrad schrauben brauchst vielleicht auch einen hammer brauchst du schlüssel brauchst schraubendreher brauchst eine zange willst du mal was ausmessen hast du ein bandmaß du hast sie mal kurz beim hofer rennen kennengelernt peta sind adventskalender empfehlung ne kommt am wochenende wir spoilern jetzt nicht andre besitzt du jetzt bastelwerkzeug nein japanischer schmiedehammer von dictum der ist asymmetrisch man soll nach ihm wenn man nach hartschaumstoff suchen ist gut zu bearbeiten mit kathadauer fräse aber genau das bringt euch dieses ergebnis nie im leben dann bearbeitet ihr mit der fräse irgendwie und dann sitze da fünf stunden dran wenn du die zeit hast ja aber was dann hast du 30 euro gespart und wenn du dich verschneidet ist arschlecken 350 dann hast du nämlich deine also ist du kriegst natürlich immer billiger jetzt hast du auch videos gesehen es gibt ja auch viele die videos oder so was was ich bezahle nicht für diesen ikea schrank 150 euro machen die selber oder so ein stuhl ja dann kannst du den selber machen dann sparst du 30 euro bis aber acht stunden am machen wenn dir das spaß macht und das ist allerdings aber doch nicht um geld zu sparen dann die was weiß ich dann geht sie acht stunden irgendwie bei mcdonald's aushelfen dann hast du deine 80 euro gespart aber dreimal also das ist ja nicht da ist ja nicht geld das argument also ich habe das ja auch gesagt ich habe auch schon versucht zu fräsen dann habe ich ausgeschnitten die pally cases und so weiter ja ich hatte nichts anderes hätte ich das damals die würfelschaumstoffe kommen ja und diese würfelschaumstoffe die die zerfetteln sich irgendwann und habe ich damit plastik mit diesem flüssig gummi spray da habe ich da zwei dosen oder drei dosen in dieses pally case geknallt dann hattest du eine oberfläche die so fest wurde so ein bisschen homogen da war noch die idee vielleicht kann man bei den 500 euro set diese durch in kraftform ersetzen das könnte eventuell die idee sein damals ja gemacht was denn genau das sind halt diese schäume und die haben wir jetzt hier ausgeschnitten für unseren drehmoment prüfstand das ist natürlich auch teures werkzeug das war keinem sagen das ist ja ein kleinwagen der hier drin ist und damals ein wagen ja das kostet mit software und allen mit den zwei aufnehmern 16 oder 20.000 euro dann müssen wir die akkuschrauber mit die drehmomente die weichen drehmomente kannst du krassen scheiß mitmachen mit der software kannst du die unterschiedlichen kurven übereinander legen und so war das ist halt für uns zu viel zeitaufwand da sind wir einen tag nur mit der software zugange das ist halt der messtechnik aber einer schrieb gerade vielleicht hier im schraubendreher bereich ein anderes set was etwas weniger hat dass man hier ein bisschen platz gewinnt die vielleicht anders legen kann den meter stab vielleicht weg dann die zangen hoch und dann hat man hier vielleicht noch platz könnte müssen wir uns mal merken vielleicht kann man das umsetzen einer sagt ich spende spezifische einlagen besser zum beispiel elektro moped oder eben akkuschraube mit zubehör elektro wahrscheinlich könnte man vielleicht auch ja da gibt es ja bestimmt moped allerdings moped ist schon wieder relativ speziell und beim moped sind auch wieder sachen drin die in den normalen drin sind da bei der ddr haben wir zum beispiel im polrad abzieher habe ich ein polrad abzieher dabei waren wir bei der rs mit e starter da ist ganz anderer polrad abzieher und so andré brenn für ideen die schraubendreher alle weg und ein allround vera schraubendreher haben wir da drin ist ja hier drin aber ich finde es trotzdem cooler wenn man eben auch noch mal ein schraubendreher hat anstatt diese allround und dann immer mit umstecken und so weiter kam es in more handy ne andré du hast ja einen 3d drucker wie läuft es damit da haben wir uns heute noch drüber unterhalten weil du meintest 3d druck wäre mal ganz geil ich habe einen user als hobby nicht auf dem kanal ich habe ein user mini ich habe damit ein paar sachen gedruckt wir haben damit auch schon mal die einlagen hier für unsere boxen unsere systeme falls sie nicht kennt könnt ihr auch im shop ordern haben wir die gedruckt aber dann hatte ich irgendein filament nicht dann habe ich ein anderes filament das hat dann nicht gepasst dann und dann fängt es an an da musst du zeit haben da musst du irgendwas optimieren und ich werde dann unruhig weil wenn ich dann ich kann mich dann irgendwie einem wochenende da drei vier stunden hinsetzen an diesen scheiß drucker und das wieder zum laufen bringen ich kann aber auch an den in den drei stunden mir gedanken machen über das nächste video und die zeit ist ja nur begrenzt und dann bleibt so was halt auf der strecke es sei denn ich brauche es unbedingt und muss ein problem lösen dann muss ich mir die zeit nehmen aber nur so aus just for fun bleibt das ding dann in der ecke genau tiefen sind unterschiedlich bekommt ihr bei tech save kalender vorstellung ja ja kommt 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 wir kommen auch noch mit weihnachtsgeschenken smarte werkzeuge geschenke tipps usw black friday es wird alles gut könnt ihr mal das werkzeug von action denn haben wir schon mal gemacht andere machen lieber eine affiliate link da jetzt immer die passende werkzeuge für zu kaufen können schwierig werden sind und nicht immer alle gleich lang oder die form ja doch wir sind ja das sind ja werkzeuge die es so in der form immer gibt das hat ja auch der max von tech save gesagt die haben nur markenwerkzeug weil sie da wissen okay die knippex cobra die ist die nächsten zehn jahre so und nicht auf einmal wie aus fernen ost import auf einmal einen halben zentimeter kleiner weil das material teurer wurde und dann passt das nicht mehr wann kommt die scheune von truppe joker 60 40 serie würde mehr sachen wir können euch uns beim prox an werkzeugkasten der lbox inspirieren lassen ja ja aber da sind auch nicht alle sachen dabei zum beispiel da war glaube ich kein micro speeder dieser vierfach dabei warum kein netz bastel werkzeug warum ich kann jetzt was ja weil ich ja auch ich mache ja kein holzwerken in dem sinne also du machst ja holzwerken werkzeug und ich sage mal ein paar winkel habe ich ansonsten habe ich keinen bedarf was ich gerade noch habe ist drehmomentschlüssel da habe ich ein paar richtig geile sachen da geht dir auch die hose auf also richtig richtig porno und das darf ich nicht sagen dann wird es wird das video beklemmt das ist jetzt nicht mehr werbefreundlicher content was haltet ihr von scheppach zeug nicht viel gerade akkuschrauber und so da sind sie sind alles irgendwelche fernost importe wo ihr aus meiner sicht keine system treue habt oder keine system sicherheit und ich verstehe leute nicht die meinen dann jetzt hole ich mir den scheppach akkuschrauber das ist eine ganz super schnäppchen oder hier von starwerk die sonder auch gut sein die haben auch ganz tolle akkuschrauber warum soll ich mir so ein akkuschrauber da gibt es keine history das ist alles importware in der regel warum weil er dann vielleicht zehn euro günstiger ist oder was also das sind es gibt manchmal so schnäppchenjäger die meinen sie hätten jetzt den fitz gemacht wenn sie dann da ist es nicht so ich war auf der seite nach einlagen für geräte gesucht ich suche zum beispiel die kanne bosch fräser den konflikator also diese elektro werkzeuge wie zum beispiel die fräser und so weiter da haben die fast nichts im konfigurator in der bibliothek da drin die haben hauptsächlich ihr diese zangen von den marken herstellen aber es ist überhaupt kein problem leute ihr packt euch diese fräse auf den tisch dann fotografiert ihr die dann sagt ihr okay das ist jetzt 18 cm und die tiefe das war auch die frage die ist ja zum beispiel hier habt ihr eine aussparung ihr habt ja so eine stufe drin die stufen könnt ihr auch eingeben dann ist das vielleicht fünf minuten arbeit und dann ist das dinge da drin das ist aber ihr habt die möglichkeit stahlwerk ist irgendwie auch so random aufgetaucht ja klar packout habt ihr wenig darüber berichtet was sagst du zu milwaukee hat ja auch nur sets im pack out und so also was die milwaukee leute haben auch so in dem werkzeugbereich zubehör das ist schon okay aus meiner sicht und packout ist auch schön und stahlwerk ist so random aufgetaucht das sind ja im prinzip vertriebsmarken eventuell haben die auch eine entwicklungsabteilung produktmanagement die dann sich sagen okay die arbeit mit asiaten zusammen dann machen die asiaten vorschlag gucken es gibt zum beispiel hier ein schweißgerät und wir könnten euch das nachbauen mit denen und den spezifikationen was können wir da ändern wie sind wir da preislich und so weiter so läuft das in der regel und dann haben die wenn es gut ist auch ein qualitätsmanagement und auch eigene entwicklung fließt da sicherlich mit ein so ein bisschen und dann sagen die sich menschen jetzt könnten wir ja auch noch bei unseren kunden vielleicht elektrowerkzeuge platzieren und da gibt es natürlich auch viele anbieter und dann wird man so ein portfolio eben zusammen konfiguriert und dann wird das mit in den vertrieb genommen in die vertriebsschiene aber gerade im bereich ökosystem wie findet ihr güde ja es ist auch eine import marke war der kompressor war das nicht ein güde kompressor der damals kaputt war oder so wobei das muss das waren transportschaden marita daumen hoch oder runter ich würde sagen daumen runter weil sie hat mich so ein bisschen enttäuscht hat sich nicht mehr gemeldet nachdem wir uns getroffen haben warum schaut truppe so traurig ich glaube der truppe ist müde ich hab zu dem thema einfach nichts zu sagen was möchtest du noch sagen dem publikum gar nichts ist deine show ich sag gar nichts ja aber du kennst es ja früher von wetten dass wir sind ja dann auch einmal leute zu frank elsen auf die bühne gelaufen und dann vor kam der security und dann hat von gestern gesagt nein bei mir wird keiner aus der sendung geschmissen was haben sie denn zu sagen jetzt ja das war damals schon großes tennis und mittlerweile haben wir mehr zuschauer als frank elsen auf youtube frank elsen sagt ihr was da ist jetzt im tag die kirsche auf so hat truppe eine lieblings werkzeug hersteller was ist eigentlich sein verhältnis zum afl hat es nicht mal den wollten sie wieder ja seitdem habe ich nicht mehr ende der geschichte schnell erklärt du hattest auch früher mal wie weiß ich noch in den anfangs jahren mit fest holen mit deiner ks 120 oder so nun keine bilderrahmen gärung das kann sie heute nicht da geht es ja um micrograd das kann sich sehr genießen interessant ihr müsst überlegen du hast bei dem bei dem bei einem quadrat hast du 88 winkel acht mal 0,5 grad abweichung sind vier grad und vier grad ist am arsch und 0,5 grad ist verdammt wenig also die capex kriegt das nicht hin wenn du feinste bilderrahmen sehen willst musst du den vorrichtung bauen die abgestimmt ist mit der capex krieg ich keine bilder rampen die perfekt passen tipp für den drehmomentschlüssel name me a price also du musst sagen was dein budget ist bitte hol doch mal eben den hz mit der anzeige such mal und noch und noch stahlwelle den mit den den großen den groß das große kit mit dem einsteckschlüsseln das finde ich gut möchte über stufenbohrer testen die idee finde ich echt gut ja stufenbohrer sind super haben wir auch ein paar das zum beispiel findet das andere eher werkzeug begeistert sind eher der theoretiker truppe ist er der praktiker aber weil ich mich mit werkzeug auskenne heißt es ja nicht dass ich nicht praktisch bin nur ich mache keine videos davon oder wieso also es gibt unterschied zwischen mit werkzeug auskennen werkzeug arbeiten habe ich arbeite ja mit werkzeug na gut du bist du streichest das ein bisschen und machst ein bisschen hier aber du bist ja das stimmt doch nicht ich schraube mein auto auseinander ich schraube meine mutterinnen aus dem robel richtig nutzen fräse richtig nutzen von richtig maschinen von ein bisschen schraubenschlüssel der braucht keine dinge maschinenbedienung und darum geht es ja also es gibt einen unterschied zwischen den schraubenschlüssel benutzt den inzwischen ich nehme den hobel und 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 das das ist schon also ist ja aber gut aber der hobel wird ja genutzt also gerade nicht aber ich habe nicht von dir natürlich ich habe doch zwei küchen damit gebaut ich habe die küche da oben gebaut sieht man ja weil die passung von den von den quadros da nicht hundertprozentig ist das muss man noch mal nachpassen aber es gibt nur und ich habe ich habe ich habe ja ist ja gut passt ja fast ich habe lowboard damit gebaut ich habe die ganzen eichenbohlen dahingestellt ja das ist der rest die anderen sind ja ich habe im wohnwagen so aber das war doch leimholz die küche ist doch aus leimholz das zu hobeln das ist ja jetzt was ist der unterschied ob ich das leimholz auf dicke hobeln oder oder das oder die wohne da vom hobeln her nix da gebe ich dir recht und was treten oder im wohnwagen die ganzen sachen mit der shaper nur ich mache keine videos darüber weil ich keinen bock habe wenn ich da eine floh bin will ich das kann ich das kann ich verstehen und da bin ich nicht dauernd die kamera umstellen dass das ist richtig und wofür soll was soll ich mit diesem content machen nur um leuten dann wie ich kann schrauben also ich verstehe nicht wozu man ein drehmomentschlüssel also natürlich klar aber die es sich also wie vor wofür waren drehungen das ist mir schon klar aber wenn ich jetzt an so einem moped rumschraubt ja die die erste frage ist natürlich wo kriege ich die ganzen drehmomentschlüssel her ich meine klar die schraube 8.8 was ich da 8.8 aber also ich verstehe nicht wozu ich den brauch klar und die drehmomentschlüssel schraube ich jetzt schreibe ich jetzt zu zuki an und sagt hey ich schicke mir bitte für die dr 50 alle drehmomenten von allen dingen und dann stehe ich das da ein natürlich die schraube vom schutzblech mit genau 4,3 an also ich verstehe nicht wozu ich den drehmomentschlüssel braucht im normalen erklärt mir mal ich verstehe es jetzt nicht da bin ich nicht so versiert wie du bist jetzt der praktiker siehst du nee ich benutze das nicht aber wenn ich beim also deswegen facke ich dich jetzt gerade wozu brauche ich im drehmoment klar der drehmoment richtig ist aber wenn ich jetzt im normalen schrauben benutzt wozu brauche ich jetzt den drehmoment wenn ich jetzt zum beispiel unkritische sachen anziehen also wenn ich jetzt den motorblock anziehen aber wenn ich jetzt meinen das ist eigentlich fahrrad zusammenschraubt ja wozu bräuchten drehmomentschlüssel also wenn du dein leben lieb hast dann nimmst du im drehmomentschlüssel haben leben noch nie ein fahrrad mit dem drehmomentschlüssel zusammengeschraubt deswegen frage ich gerade wozu brauche ich also klar für den Drehmoment. Aber wozu brauche ich, wenn ich jetzt Zuschauer bin und ich schraube am Fahrrad rum oder ich schraube ein bisschen am Moped rum bei unkritischen Teilen wie Schutzblech oder weißt du, wozu brauche ich dann einen Drehmomentschlüssel? Also ich sage mal, wenn du irgendwie so ein olles Hollandrad hast und du hast jetzt eine Sattelstütze und du bist jetzt nicht völlig bescheuert und hast keinen Drehmomentschlüssel, dann traue ich den meisten Leuten schon zu, dass die auch mit Gefühl die Sattelstütze festkriegen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gabelbrücke hast an so einem Mountainbike oder so und das ist Alu und so weiter und du hast keinen Drehmomentschlüssel, dann machst du es ja, wenn du Glück hast, passt es. Wenn du Pech hast, ist es entweder zu wenig oder es macht Knack und dann ist ein Gewinde im Arsch. Das mir noch nie in meinem Leben passiert. Ja, also. Aber wo kriege ich das Drehmoment her? Schreibe ich dann unständlich Suntour an und schreibe, hey, was ist der Drehmoment bei eurem Suntour XF3? Also wenn du Theoretiker bist, dann solltest du zum Beispiel so ein Motorrad in eine Werkstatt bringen. Weil die verhindern dann, dass du dich da unglücklich machst, wenn das Motorrad kaputt schraubst. Was auch tatsächlich Leute, die Schrauber sind und die vielleicht mal so gebrauchte Schätze irgendwo ersteigert haben oder gekauft haben, die wissen das genau. Das, was ich auch schon erlebt habe, du kaufst irgendwas und dann hat da irgendeiner dran rumgearst. Dann sind Stehbolzen rund, Gewinde ausgerissen. Dann ist das Gewinde ausgerissen, dann wird eine normale Schraube durch mit einer Mutter. Du siehst die letzte Scheiße. Wir haben das jetzt auch wieder erlebt, da war der Motor nicht fest. Aber da fehlten Schrauben vom Rahmen zum Motor und so weiter. So, deswegen machst du alles mit Drehmoment und das Drehmoment hast du in einem Werkstatthandbuch. Das besorgst du dir. Da stehen alle Drehmomente, geholst das wahrscheinlich gerade, ne? Und genau, da stehen alle Drehmomente drin. Und das liegt ja auch am Material. Da musst du auch gucken, hast du zum Beispiel Titan-Schrauben oder Alu-Schrauben. Dann hast du natürlich auch andere Drehmomentschlüssel. Aber das beispielsweise ist auch was Besonderes, weil, wenn man das in der Kamera sieht. Ja, halt mal hier, da siehst du es. Genau, das sind die Anschlussmomente. Unterteilt nach den Baugruppen. Du kannst die... Das Licht, da war das Licht so krass reflektiert. Das ist eine Reperturanleitung. So, und da guckst du jetzt zum Beispiel... Du sagst hier zum Beispiel, obere Klemmschraube der Teleskopgabel. Das ist das, was du vorhin angefasst hast. Da steht jetzt hier 25 bis 39 Newtonmeter. Das heißt, es ist ja auch schon so ein Drehmomentbereich. Und wenn du aber zum Beispiel Leuten sagst, hier, zieh mal jetzt die Mutter mit um die 30 Newtonmeter an. Also ich wüsste nicht... Ich hätte da kein Gefühl für. Also sehe ich damals das Automechanik, Umbereifungszeit, habe ich dir bis auf plus minus 5 Newtonmeter bei 120 eingestellt. Das hast du im Arm. Wenn du das täglich zigmal machst, 100%. Frag jemanden, der Umbereifungszeit hat von deinen Zuschauern, der täglich 120 anzieht oder irgendwas, der hat es im Arm. Der kann dir das bis auf ein paar Newton abschätzen, weil du das den ganzen Tag machst. Klack, klack, du hast es im Arm. Ja. Aber da könnt ihr ja mal schreiben, ich schraube unter euch, ob ihr sagt, ihr könnt das Drehmoment bis auf 5 Newtonmeter exakt anziehen. Ich bezweifle das. Stopp, du reichst meine Aussagen aus dem Kontext. Ich sage, wenn du als Kfz-Mechaniker, der in der Umbereifungszeit, der täglich 8 Satz Reifen macht, wo der gleiche Schlüssel immer 120 ist, das hast du dann im Griff. Das hast du täglich 20 Mal mit dem Räder, 4 Schrauben mal 4 Räder sind 16 Schrauben, das machst du am Tag 10 Mal, dann hast du 160 Schrauben. Das hast du dann im, ich rede nur von 120, ich rede dann nicht von 73, 68, ich rede dann exakt von diesen 120. Okay, aber das ist ja, aber auch nur, wenn du den gleichen Hebel hast, mit der gleichen Anwendung, das hat ja hier überhaupt nichts zu tun. Nein, nein, es war ja bloß, wenn du, ich sage ja nicht, dass jemand das abschätzen kann, wobei ich schon glaube, wenn jemand oft mit Drehmomenten umgeht, dass er das schon relativ genau abschätzen kann. Wenn er den gleichen Schlüssel hat und dann stellt er verschiedene Dinge ein, glaube ich, das sehr wohl, dass man das abschätzen kann. Ja, aber das ist ja wieder ein Sonderfall und das hat ja damit nichts zu tun. Und hier nochmal, um auf den Drehmomentschlüssel zurückzukommen, wofür braucht man zum Beispiel so einen? Ja? Keine Ahnung, für so eine Bremsscheibe oder so, dass du da hinten hinkommst. Ja, du hast zum Beispiel das Kettenrad an der Felge und jetzt hast du die Schrauben, die steckst du durch, hier hinten hast du die Mutter. Jetzt hast du ja einen Innensechskant vorne in der Schraube, da kannst du aber nicht das Drehmoment, weil die Schraube zieht sich fest, die dreht sich nicht mehr. Ja, die brichst du ab irgendwann. Das heißt, du musst dann hinten die Sechskant ziehen und dafür brauchst du genau diese Dinger, weil du nur damit da hinkommst. Ja, sieht man das jetzt. So, und hier die Drehmomente, die werden halt auch hier schön eingestellt. Das ist relativ gut einsichtbar. Das sind ja jetzt meinetwegen 10er-Schritte und dann hast du jetzt hier, das wären jetzt dann meinetwegen hier, wären das jetzt 11,5. Werden jetzt eingestellt, dann arretierst du die und jetzt hast du deine 11,5, dann macht es Klick. Das ist ja ein auslösender Drehmomentschlüssel. Was wir hier jetzt noch haben, wo ist denn der HZ mit der Digitalanzeige? Es ging ja darum, Empfehlung für den Drehmomentschlüssel. Das ist zum Beispiel, ich schätze mal ungefähr, Kostenpunkt von so einem Ding. 300. Ne, 1800 meine ich, 1800 oder 1600. Knapp. Das ist natürlich digital, da kannst du auch Messwerte protokollieren und so weiter. Heißer Scheiß. Es ist made in Germany und das, finde ich auch, hat auch Charme. Der muss da gleich wieder in die Röhre. Ja, das ist jetzt im Prinzip einmal alles. Das ist ja ein Drehmomentschlüssel mit den Einsätzen hier, so was ich eben gezeigt hatte. Du kannst aber auch hier das reinstecken, dann hast du halt deinen Drehmomentschlüssel, so wie man ihn kennt. Mit Rechts-Links-Umschaltungen. Du kannst dann halt hier die Nüsse nehmen oder, was ich auch noch schön finde, du kannst auch hier direkt auf die... Was die Bauform zum Beispiel erfordert. Und bei dem ist es interessant, die haben eine Schnellvorstellung. Das heißt, ich möchte jetzt hier das Drehmoment einstellen, dann entriegele ich den hier. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel, ich brauche jetzt hier Footpound Torf und hier ist Newtonmeter. Jetzt will ich hier, so, deine 120 hast du gesagt. So, das müssten ungefähr 120 sein. Und jetzt kannst du Yala machen. Diese Stahlwille, die sind etwas speziell. Normalerweise, früher war das so, da bei billigen Drehmomentschlüsseln. Hier ist ja eine Federmechanik. Das heißt, wenn du die weglegst, dann solltest du die wieder auf den kleinsten Wert entspannen, damit die Feder nicht irgendwie ein bisschen ausleiert, sich das nicht kalibriert oder die Kalibrierung rausgeht. Brauchst du bei denen nicht, was viele aber nicht wissen. Bei HZ zum Beispiel brauchst du das auch nicht bei der entsprechenden Serie. Ich glaube, die 50er und die 60er oder so. Das heißt, du kannst den hier auf den Wert lassen. Brauchst du nicht entspannen. Wie funktioniert das dann, dass du den nicht entspannen musst? HZ gibt an, dass sie halt in, was weiß ich, intensiven Tests einfach so gemacht haben, dass sich der Wert nicht verstellt. Also der, der dejustiert sich einfach nicht. Okay. So, und dann geht es natürlich, es gibt im Prinzip nicht One for All. Hier hast du das 100 bis 400 Newtonmeter. Dann habe ich zum Moped Schrauben auch einen. Der hat von HZ bis 25 Newtonmeter, müsste der bis 25 haben. Viertel Zoll Ratsche. Ja, das brauchst du eigentlich am Moped nicht. Drehmomente über 100 Newtonmeter. Auto, Radmutter. Deswegen die 120, da waren auch 120. So, und dann haben wir den größten Konsorten. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Das ist für LKW. Der steht ganz hinten in einem riesen Koffer. Der ist dann für 1000 Newtonmeter. Du musst da noch kurz, die Ton-Nikroß. Ja, ja. Ja, persönlich, nur hier. Ach so. Ob man die Vera entspannen muss, weiß ich nicht. So, ich glaube, man hat es gerade gehört. Guck mal, hier ist auch das Thema Alufelge. Wenn du da einfach zu viel reinknallst, geht die eher Vorspannung verloren. Da kann man die Felge im Extremfall schrotten. Dann Christian Schulte ist als Pannenhilfe unterwegs, tätig bei vielen Menschen und kann sagen, Drehmoment ist wichtig. Ich habe schon viel gesehen und das ohne Schiefging am Auto und Motorrad. Was zum Beispiel? Könnt ihr mal schreiben. Ton ist weg. Ton müsste hoffentlich wieder da sein. Hätte gern das große Kofferset. Ja. Ja. Wie viele Akkuschrauber? Weiß ich nicht. 300 Stück? Weiß ich nicht. Hier, Carbon-Rahmen beim Rennrad. Einmal zu fest angeschraubt. Das knackt auch schön. Ich hatte tatsächlich mal ein teures Fotostativ oder ein Filmstativ, Carbon. Da war ich bei Caterpill auf dem Dreh und dann ist da einer in der Drehpause drüber gefahren. Mit dem Grader. Ungut. Und ich habe es knacken hören. Das ist ein fieses Geräusch. Von was reden wir? Von einem Drehmomentschlüssel oder dass das Stativ kaputt war? Das Stativ. Das Carbon-Stativ. Achso, ich habe gedacht, wir sind immer noch ein paar Drehmoments. Carbon ist ja schon, aber irgendwann knackt es halt blöd. Ja, kaputt, klar. Livestream mit Ankel-Phil, Carbon-Teleskop. Muss man den Vera auch nach Benutzung auf den kleinsten Wert zurückstellen? Kann ich nicht sagen. Prinzipiell würde ich erstmal davon ausgehen. Aber was mir wirklich klar geworden ist, klar, everything comes with a price. Aber diese billigen Drehmomentschlüssel aus Fernost, die mit diesen kleinen, frickeligen Anzeigen, das macht alles keinen Spaß. Du weißt, dass was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Das ist ja auch Teil der Freude bei der Arbeit. Wenn du dann die Drehmomente festziehst und du weißt, das ist Präzision. Deswegen, das macht ja dann auch Spaß, zum Beispiel Motorrad oder Auto zu fahren, was man selber dann geschraubt hat. Das ist, finde ich, hast du einen ganz anderen Bezug dazu. Ja. Was kostet Stahlwille als Set? Was kostet der? Ich glaube auch schon so um die 13, 14 hundert. Deswegen bin ich allerdings auch das wunderschöne, diese Stahlwille, Blechkästen, die gibt es seit ewigen Zeiten. Aber, ja. Multicrim, Krimzange mit Wechselmagazin. Marco Chris, gute Nacht, ist langweilig. Ja, es gibt kein besseres Gefühl als ein Motor, den man komplett zerlegt hat und der dann wieder läuft. Das stimmt, ja. Und ich habe mit, was war das, mit 15 habe ich mir eine 50er gekauft, die ich auch komplett neu aufgebaut habe, eine 500 GTS 50. Da bin ich schon Mofa gefahren, habe dann die 50er und dann, ja, schraubst du, machst alles neu. Kurbelwelle neu. Die Kurbelwelle habe ich aber nicht neu gelagert, das war das Problem. Und dann habe ich einen 70 Kubik-Satz drauf gebaut und dann ist das Nadellager von der Kurbelwelle hochgegangen. Da war ja nicht Motorschaden. Blöd. Ja? 1200. Ja? 1200. Ja. Ja. 113. 113. Ja. Ja, aber nicht nur den, also dann als Fahrrad, je nachdem, was du glaubst. Ja. Es gibt auch eine Bike Edition. Und der hier, X2 steht drauf. Also was ich okay finde. 10 bis 50 Newtonmeter. Für wenig Geld sind die Proxon Drehmomentschlüssel. Alte Elo-Geräte oder Elu? Was meint er? Wir hatten zu Hause früher eine Elu-Kappsäge. Christian Schulte schreibt hier mit Drehmoment, musst du schon einige gelöste Hohlschrauben feststellen, Bremse, Zündkerze lösen sich oder das Gewinn ist zerstört. An E-Bikes werden die Lenker zum Teil mit Dehn- oder Klemmschrauben befestigt. Genau, eine Dehnschraube, die dehnt sich, wenn du sie festziehst und die kannst du nicht ein zweites Mal verwenden. Habe ich zum Beispiel bei der BMW am Motor, da sind so Dehnschrauben, ja, die musst du dann nach wegschmeißen. Und warum sind das Dehnschrauben? Weil die sich dann auch sichern, ne? Die gehen, genau, dafür dehnen die sich. Und genau, hier Kerzen ist natürlich auch, wenn du schon mal das ein oder andere Schätzchen hattest, ja, dann ist die Zündkerze so fest angewemmst, dass das Kerzengewinn im Arsch ist. Ja, oder was er sagt, die Hohlschrauben am Bremssattel, dann lösen die sich. Auch schade, wenn dann die Bremse nicht mehr geht. Chris fragt, was hältst du von BGS Drehmomentschlüssel? Wir haben einen BGS Drehmomentschlüssel. Könnt ihr den mal holen? Wir haben aber sogar zwei. Wir haben einen universellen und zwar, glaube ich, habe ich euch den gezeigt im Special Motorradwerkzeuge, weil der hat einen Drehmomentbereich, lass mich lügen, glaube ich, von 20 oder 5 bis 105 oder so. Also das ist ein Schlüssel, der ein sehr breites Band hat, ist allerdings auch Fernost-Import, ist jetzt nicht high-end, ist jetzt aus meiner Sicht aber auch kein Schrott. Und von BGS, ich mache da mal eine eigene Sendung drüber, Werkzeug ABC ist auch das Thema, wenn sich mal Zeit ergibt. Aber den von BGS habe ich mir besorgt, weil das im Prinzip dieses Thema ist, wo er auch diese Wechseleinsätze hat. Weil das ist ein Werkzeug, da denkst du ja normalerweise nicht dran. Du hast einen Drehmomentschluss, lass deine Nüsse kommen, ist immer klar. Und auf einmal hast du diesen Moment, wie beim Motorrad, da kommst du sonst nicht zurande. Was sagt André zu Proxxon, Werkzeug generell? Proxxon finde ich okay, preis-leistungsmäßig sehr interessant. Das meiste Werkzeug aus meines Wissens nach kommt aus Taiwan. Du hast aber wirklich preis-leistungsmäßig interessante Sachen. Erstmal hast du schöne Blechkästen, wie jetzt hier. Dann hast du einen schönen Schaum drin. Und hier zum Beispiel so ein Set mit mehreren Einsätzen. Dann habe ich oft in Gebrauch, es gibt so einen Blechkasten, da sind in Sechskant mit einer Halbzollaufnahme. Die sind auch etwas länger, wunderbar, gerade bei Motorradschrauben, dauernd im Einsatz. Und für relativ bezahlbares Geld. Also ist für mich zwischen BGS und den üblichen Konsorten. Werkzeug von LuxTools ist Import, Handelsmarke, halte ich nichts von. Ausnahmen bestätigen die Regel. Einfach so, weil du für mich keine Konsistenz hast in der Qualität. Also bevor ich mir jetzt, angenommen jetzt einen Drehmomentschlüssel von LuxTools kaufen würde, würde ich sagen, okay, es ist noch nicht so weit, ich spare nochmal zwei Monate und dann kaufe ich mir was Ordentliches. Weil das ist immer wieder das Gleiche, wenn du jetzt sowas hast, da bist du dein Leben lang mit zufrieden. Wenn der mal irgendwie gewartet werden muss, dann schickst du ein, den kalibrieren die dir, den was weiß ich, machen die wieder schön. Ist einfach nachhaltig. Und hier BGS kommt aus Fernost. Hier zum Beispiel, naja, warum mache ich Sachen, die nicht Metall sind, aussehen wie Metall? Ja, you get what you pay for. Hier ist noch Kalibrierungszertifikat. Und das ist manchmal ganz nett, weil die sind dann schon irgendwo abgezeichnet. Von Schenkuh. Na, hier, 14.01.2022, dann siehst du hier die Ungenauigkeiten und Prüfer ist Wu. Schenkhui. So, aber das ist von der Preis-Leistung, wenn du dir jetzt anguckst, das ist natürlich hier. Janky. Ja, also die haben sich schon hier bei den Kollegen, da wisst ihr, wer der Vater des Gedankens war. In, was weiß ich, wie heißen die Werkzeugstädte? Remscheid auf Chinesisch. Lemscheid. Und, ja, du hast hier eine Viertel Zoll, Viertel Zoll Einsatz, also kannst du jetzt hier ganz normal. Das ist eigentlich praktisch. Und dann hast du halt hier deine Sechskant-Muttern, also deine Maulschlüsseleinsätze. Und du hast einen Drehmoment von 10 bis 50. So, also jetzt zum Beispiel hier für so eine Kettenradschraube oder so wird das gehen. Aber da musst du natürlich, je nachdem, was du schraubst, noch einen Kollegen dazu haben. Könnte aber zum Beispiel eine ganz interessante Kombi sein, dass du sowas hast und nutzt den auch als Drehmoment hier für ein Viertel Zoll. Alles so bis 50 Newtonmeter. Wenn es unter 10 geht und die hast du ja auch, diese Schrauben. 7 Newtonmeter, 5 Newtonmeter, gerade so am Lenker, die kleinen. Da brauchst du dann auch wieder einen. Und dann brauchst du einen, der halt größer ist. Das ist wie beim Sport. Spielst du Tennis, spielst du Fußball. Wenn du jetzt mit Stollenschuhen auf den Tenniscourt gehst. Schwierig. Schwierig, ne? So. Und zum Beispiel der Cookie, der hat auf seiner Yamaha zum Beispiel bei den Radschrauben oder bei der Achse vorne an der Gabel hat der Aufkleber dran gemacht mit dem Drehmoment. Was clever ist, weil wenn du dann irgendwo unterwegs bist und hast jetzt das Werkstatthandbuch nicht, dann ist sofort da. So. Lemmscheid. Zeig mal den LKW-Schlüssel. Ja, komm. Einmal, was heute so schön ist. Hoffentlich ist er da drin. Hoffentlich ist er da drin. Oder liegt er hier. Ach, guck mal. Herrlich. Ja, ja, guckst du da, ne? Boah. Ach, Gott. Den haben wir tatsächlich noch nie benutzt. Den haben wir einfach, um euch den mal zwischendurch zeigen zu können. So was liegt, glaube ich, auch im Bereich 2.000 Euro. Da kannst du dich viel mit 100 anziehen. Ja. So, was steht drauf? 100 bis 1000 Newtonmeter. Das ist klassischerweise auch LKW. Wobei, auch da gibt es noch größere, ne? Und der ist digital. Das heißt, du stellst dir die Werte auch digital ein. 18,5,6. Ja. Ja, komm. 1,3. Pack ein. Ja, 1,3. 1,3. Ja. Und Drehmomentschraubendreher habe ich auch. Neun noch von Vihar. Also mit 6-Gand-Bits. Und dann hast du die Anzeige. Und der zeigt dir das aktuelle Drehmoment an. Der ist nicht auslösen. Das heißt, du ziehst an und musst halt gucken. Okay, ah, jetzt habe ich 6 und dann hörst du auf. Und bei diesen Kollegen, die machen ja dieses Klick. Und dann weißt du, solltest du auch aufhören. Und man sollte auch den Drehmomentschlüssel nicht als Knarre benutzen. Sondern im Prinzip ziehst du an und dann machst du das letzte Klick und das machst du mit dem Drehmomentschlüssel. Beispielsweise. Wir haben mit dem mal eine Story gemacht. Am Auto hier. Da waren wir doch. Ich war gerade ganz gesehen, ja. Da haben wir irgendwie, ich glaube, beim Golf oder so, standen wir an der Straße, wo die Leute vorbeikamen. Und haben da Ratschrauben. Aber das war natürlich so ein Nerdwitz für uns. Irgendwie die Leute sind vorbeigegangen, dann haben sie es gar nicht gerafft. Das ist natürlich. Aber ich war neulich bei einem Reifendienst. Das ist ein Prank, Bro. Das ist ein Prank. Ich war neulich beim Reifendienst und er sagte, wollen sie die hinteren Reifen auch gewuchtet haben? Das sei ja natürlich. Ja, wucht ich eigentlich nicht. Was? Weil hinten ist ja keine Lenkachse. Ja, scheißegal. Also du kannst ja keine Unwucht in den Reifen haben. Das hast du ja mir nie gehört. Also Werkstätten hast du immer Spaß. Ihr könnt ja auch nochmal in den Chat schreiben, ob euch das Thema interessiert. Reifenmontage, Buchtmaschinen, Reifen aufziehen, sowas. Hebebühnen. Hätte ich nämlich auch mal Bock drauf. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir euch uns auch nochmal damit befassen. Ansonsten habt ihr noch eine letzte Frage. Lenkhegel am Iveco. Also 1400 Meter war mein größter Moment. Mein größter Moment. Die 1400 Newtonmeter. Oh, das war so schön. Also ein Test zum Beispiel von Reifenbuchtmaschinen. Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Ich kann jetzt nicht fünf Reifenbuchtmaschinen oder sowas testen. Aber mach doch, mach doch. Aber generell das Thema mal zu zeigen, okay, gibt es da eine Liga, die für einen Semiprofi oder für einen Prosumer, für einen engagierten Autoschrauber leistbar ist. Weil ich habe auch schon darüber nachgedacht. Reifen selber wechseln. Weil, guck mal, wir haben insgesamt sieben Autos. Den Denz kannst du ja rausnehmen. Dann haben wir trotzdem noch sechs, ne? Also im Winter oder so. Aber das ist ja auch eine Kosten, ne? Immer die so um vier Reifen. Ne, was mir so, du fährst ja immer zu den Reifenleuten hin. So, und dann bist du auch unterwegs. Und in der Zeit kannst du es fast selber machen. Du musst es selber machen, aber du stehst ja auch da. Und dann wartest du noch, dann musst du einen Termin machen. Also wenn es hier hast, auch gerade mit dem Motorradreifen. Na gut. Jetzt haben wir noch das Thema. Ich habe gesagt, ich haue einen raus. Aber, was stellen wir denn als Frage? Als Hashtag? Wir machen mal folgendes. Ihr könnt mal Vorschläge machen für die Gästeliste, für unseren Livestream. Oder? Und sonst einfach eure Meinung zum Stream, zu den Themen. Es war heute auch ein bisschen all over the place, ein bisschen gequatscht. Aber ich habe euch ja gesagt, ich bin nicht so ganz gesundheitlich auf dem Dampf. Ich habe so gefühlt 30 bis 50 Prozent Energielevel. Könnte ich, ja. Gibt es kommen Pinne und so, wie gratis sind sie. Wir machen einfach, weil ihr wollt ja eine Powerbank gewinnen. Müsst ihr in die Videobeschreibung gucken. Macht Hashtag Powerbank. Und dann eure Meinung, eure Kommentare zum Livestream. Und dann würde ich sagen, werden wir morgen noch ein bisschen was abdrehen. Und mal eine Runde drehen. Und in diesem Sinne, möchtest du dich noch verabschieden. Tschüss. Haut rein, ne? Ciao. Und bis dann.